Herzliches Willkommen hier zum heutigen Sester Henker, aber das soll uns nicht trüben, das soll uns nicht in Trauer versetzen, nein, wir sehen hier heute jeweils 10 Minuten hochklassigen Oberliga-Fußball. Man möge es uns noch gerade verzeihen, dass wir hier ein wenig in Verzug sind, also Auftakt hier im Sester Henker 2020 aus Mühlheim-Kerlich. Herzlich Willkommen zum Spiel der Toskowals gegen den FV Engers, beide Mannschaften schauen seit einer Minute hier auf dem Platz, 10 Minuten wird immer gespielt am Stück, unsere Schengel dann direkt Engers in Grün. Und unsere Schengel schicken folgende Spieler hier heute ins Turnier, das sind nicht ausschließend die Jungs, die auf dem Platz stehen, beziehungsweise damit kommen wir anfangen wie der Daniel. Folgende Spieler sind bei uns derzeit auf der Halle, auf dem Ereinbäude, auf dem Platz. Nunaka, Wollosin, Wackenhaus, Dichter und Dominik Dünis in Gelb, gerade auf dem Platz, der bisweiteren Kabel hier auf der Bank. Folgende Jungs mit der 7 Marcel Wingender, mit der 8. Ringer Bade, mit der 10 Jonas Kretz, die 25 Alme Amitai, mit der 22 als Ersatztorwart Peter Auer und mit der 27 Karagiotis Yadro. Heute auf die Engers, der haben einige Jungs ins Rennen geschickt, wen denn Daniel? Für einmal wieder Andreas Kütz, dann Emre Altin, dann ist es Jonas Unkel und dann am Ende ist es noch auf der Kützeite Hendrik Hill. Hendrik Hill, der übernimmt den defensiven Part. Jetzt erste Gelegenheit für unsere Schengel, es geht blitzartig hier. Rambat Sander. Naja, alle Fußball sind sehr schnell mit Wandel, sind wir nicht gewohnt, aber was ich jetzt schon mal sagen kann, wie geil ist denn der Support links von uns? Also die Ultras sind da, supporten unser Team und in der Halle hörst du es natürlich schallen und das ist einfach Wahnsinn. Wahnsinnsstimmung hier in der Halle, ganz, ganz früh und es geht hier wirklich blitzartig hin und her. Vollständigkeitshalber möchte ich noch die Namen erwähnen, die du nicht erwähnt hast. Niklas Herrmann, die 14 beim FV Engers, eben noch mit am Ball. Wir müssen uns auch hier zunächst einmal etwas einfinden. Nunaka jetzt mal mit dem schönen Ballwechsel auf Dominik Fuß, der trifft den Ball nicht. Engers kann klären, geht über Hendrik Hillen, auf der rechten Seite ist Jonas Runkel, sucht da den Abschluss und dann wirft sich Dominik Fuß da. In letzter Sekunde in den Schuss da von Hendrik Hillen. Gut gemacht, Engers weiterhin im Ballbesitz, erster gefährlicher Spiel. Abschluss in diesem Turnier. Gespielt wird immer zehn Minuten, es gibt zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften und die besten beiden Teams qualifizieren sich für das Halbfinale. Und demnach der Finalist natürlich gegen den Sieger des anderen Halbfinals dann heute Abend. Wir übertragen das gesamte Turnier, das heißt sämtliche Spiele und auf dem Spielplan. Den haben wir natürlich auch vorliegen, sieht das bis 13.30 Uhr erstmal so aus. Tuss gegen Engers, danach Andernach, Kochem, Linz, Kosmos, Koblenz, Immendorf, Rheingold, Rübenach. Unsere Schengel dann ab 12.42 Uhr wieder gegen den SV Linz gefordert. Jetzt allerdings schauen wir weiter hier auf unsere Partie, auf die Partie der Schengel gegen den SV Engers. Das Punktesystem, das ist gleich. Gewinnen wir, gibt es drei Punkte bei einem Unentschieden. Ein Punkt für beide Mannschaften, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist ein nächster gefährlicher Abschluss nach FV Engers. Und bei einer Niederlage gibt es selbstverständlich keine Punkte. Gewechselt werden darf fliegend, ohne jegliche Probleme. Und auch den Torhüter darfst du jederzeit rausnehmen und reinbringen, wie du möchtest. Du kannst hier mit einem Feldspieler mehr agieren, wenn du eben entsprechend den Torwart auswechselst. Das machen unsere Schengel nicht. Versuchen hier mit dem nächsten Angriff zum Erfolg zu kommen. Das ist der Mann mit der Rücke Nummer 10, das ist Jonas Kretz, A-Jugendlicher. Ja, wir haben jetzt auch vier neue dabei, Tarek Abade mit der 8, ist jetzt auf dem Feld. Jonas Kretz mit der 10, sehe ich da. Dann sehe ich den Mann mit der 24, Almir Ametay. Und ja, nicht zu vergessen auch der Spieler mit der Rücke Nummer 7, Marcel Wingender, der schon gestern hier im Sester Hen Cup gespielt hat. Die A-Jugend, die hat ja gewonnen bei den ganzen Kreisliga-Mannschaften. Und der beste Spieler des Turniers, das war eben genau Marcel Wingender. Ja, kann er ja heute direkt mal unterstreichen. Aufpassen, Schengel. Gut abgegrätscht, weiterhin. Die Jungs, die sind noch im Schuss. Die haben vielleicht noch den Muskelkater von gestern. U19-Spieler. Auch der FH Engers mittlerweile mit Marcel Stiefenhofer, Hendrik Hillen, Niklas Herrmann auf dem Platz. Nicht wundern, wenn wir nicht jeden Wechsel durchgeben. Das geht hier einfach viel zu schnell. Stiefenhofer mit Bande da auf Niklas Herrmann, den Ex-Schengel. Niklas Herrmann, gefährlicher Abschluss. Schengel machen das gut. Die A-Jugendlichen müssen aufpassen, nächster Abschluss des FH Engers durchhalten Schengel. 4 Minuten 20 sind es noch in diesem ersten Spiel. Ramba, Zamba, Ziki, Zaka. Ja, Bolochin. Übrigens, Edin Hatsic, Leon Gietzen und Adrian Knob gucken sich das Ganze ganz gemütlich in Privatklamotten außerhalb der Bande an. Wollen ja auch mal gucken, was die Jungen hier machen. Jetzt Marc Richter wieder im Spiel und setzt den Schuss, aber der Abschluss wird geblockt. Hier, das ist ein anderes Fußballspiel. Hier wird mit Bande gespielt und wenn der Ball im Aus ist, wenn das Spiel unterbrochen ist, dann gibt es eben die Pause. Die zeitliche Pause. Allerdings auch nur, wenn das der Schiedsrichter anzeigt. Das ist genau jetzt der Fall. Wir sind bei 3 Minuten. 33, glaube ich, sind es noch. Marcel Wing da rollt den Ball ein, aber der Schritt sich hat noch nicht freigegeben. Ah, Ball wird eingeschossen und nicht eingerollt. Luca Bolochin muss den jetzt mal verteilen. Ja, auch das ist halt für unsere Jungs nochmal etwas neu. Bei einem Gleichstand übrigens in der K.O.-Runde, da kommen wir später drauf zu sprechen, wird es 9-Meter-Schießen geben. Bolochin mit dem Abschluss deutlich über das Tor. Die Schengel, die müssen hier erstmal noch so ein bisschen in das Turnier reinfinden. Weiterhin hier immer wieder diese fliegende Wechsel. Und Engers, das fällt schon auf. Die schicken immer den Mann mit der 23, Andreas Pütz, den spielenden Torwart mit ins Turnier. Die Engerser, ja, der Sieger des Vorjahres hier im 6. Henncup, sind eine, ja, ich will es fast nicht zu nennen, aber das ist eine extrem abgebrühte Truppe, die Hallenfußball durchaus kann. Nächster gefährlicher Schuss hier von Andreas Pütz. Und der hat auch im vergangenen Jahr das ein oder andere Mal getroffen. Bolochin reißt die Arme hoch, kommt allerdings nicht an den Ball ran, muss auch nicht. Das Ganze geht drüber. Nunaka. Engers bringt vor allem Pütz, weil der auch die Fernschüsse beherrscht. Ja, 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 ja. Und die Schengel einfach keinen Mann mehr frei haben, weil er ja der Torwart ist. Richter versucht sich da durchzusetzen, bleibt allerdings hängen. Engers im Konter, es geht schnell über die linke Seite. Bolochin hier mit der Fußabwehr. Und jetzt gibt es den indirekten Freistoß der Engerser, nachdem der Ball hier einmal die Decke berührt hat. Und wieder mit pausiert. Timeout. Es geht hier schnell hin und her. Indirekter Freistoß. Aufpassen, Schengel, das ist Andreas Pütz. Der Ball wird abgeblockt. Und jetzt können die Schengel kontern. Über die linke Seite. Pütz muss zurück ins Tor eilen. Ja, Kretz kommt nicht dran, aber liegt zurück auf Mark Richter. Dessen Abschluss wird geblockt und dann klasse abgekretscht. Der Ball ist da von Leon Waldminghaus zurückgelegt auf Wolochin. Nächster Angriff der Schengel, aber der Ball dann zu hoch, zu ungenau. Kann abgefangen werden hier vom Mann mit der Rücke Nummer 12 von Thorsten Schmidt. Ja, Waldminghaus schon wieder voll im Saft. Die Grätsche hat 100% gesessen. Also der ist bereit für die Rückrunde. Ja, unsere Schengel ja seit Mittwoch endlich wieder im Training. Es freut uns, es erblüht das Herz. Die Pause, sie ging dann doch extrem lange, aber auch mit den Weihnachtstagen, mit den Feiertagen dazwischen. Vielleicht auch gar nicht mal allzu schlecht. So konnten die Jungs ein wenig zur Ruhe kommen. Jetzt geht es allerdings heiß her und das ist das 1 zu 0 in der achten Spielminute für den FV Engers. Eine Minute 20 haben wir hier noch, die zu gehen sind. Und eine Niederlage zum ersten Auftakt ist natürlich ungünstig, aber kein Genickbruch. Außerdem in einer Minute, das kann alles noch passieren. Also genau so sieht es. Im Hallenfußball alles. Wolochin kann jetzt den Ball mal verteilen. Nimmt nun Naka da mit, der spielt mit der Bande. Müsste jetzt nochmal zurückliegen. Ne, geht ins Dribbling sogar. Waldminghaus, schöner Doppelpass da. Über Abade. Abade kann nochmal verteilen. Jetzt Konterschance für den FV Engers über die linke Seite. Könnten reinlegen. Drehen sich nochmal Schussversuch. Wird kommen. Kommt auch an die Hand von Naka. Aber Schiedsrichter sagt natürlich kein Handspiel. Jetzt die Schengel mit einem neuen Torwart. Und da ist das 1 zu 1 durch Leon Waldminghaus. Ausgleich, 20 Sekunden vor Schluss für unsere Schengel. Und es war kein neuer Torwart, es war Marcel Wingender, der da einfach mal die Torwartposition übernommen hat. Das geht nämlich hier im Hallenfußball und danach wird direkt wieder gewechselt. Also jetzt Wolochin wieder im Tor. Aufpassen, Schengel, nächster Abschluss ganz gefährlich. Es gibt nochmal die Ecke hier kurz vor Schluss. Und dann ist es auch der Abpfiff. Die erste Partie ist durch. 1 zu 1. Das TUS Koblenz gegen FV Engers. Und Leute, das bedeutet in der Gruppe A, ja, ja, ich habe hier noch nichts eingetragen. Aber die TUS wie der FV Engers haben den ersten Punkt gesammelt. Ein Tor, ein Gegentor. Das ist im Übrigen unsere Gruppe. SG 2000 Mülheim-Kerlich noch mit dabei. Die SOL, VfB Linz, Kosmos Koblenz. Wir beleuchten sämtliche Teams später. Jetzt geht es allerdings mit der Gruppe B weiter. Und mit der Partie der SG 99 Andernach gegen die Spielvereinigung aus Kochem. Kochem, Bezirksligist, Bezirksliga Mitte. Tabellenachter, wenn ich mich nicht täusche. Andernach das Schlusslicht der nächsthöheren Klasse der Rheinland-Liga auf Platz 18. Das also jetzt die Gruppe B. Ja, mit einem von dem Jungen, den ich jetzt schon sehe, habe ich selber mal Hallenfußball gespielt. Der spielt jetzt für Andernach in der Rheinland-Liga. Ja, läuft nicht allzu gut für die Andernacher da. Im Gegensatz zu denen sehen wir später noch wieder im Kerlicht, die aktuell die Tabelle anführen. So sieht es aus, das Spiel läuft schon. Ich muss das hier technisch alles so ein bisschen umsetzen. Ist gar nicht so leicht, ist wirklich gar nicht so leicht. Andernach versucht jetzt erstmal ein bisschen ruhigen Spielaufbau, wenn man das denn überhaupt so sagen kann in der Halle. Jetzt kommt aber schon vielleicht der erste Schussversuch durch Jan Engels, den wir natürlich... Aber es war gar nicht Jan Engels, tut mir leid. So, Andernach jetzt also gegen Kochem. Die Andernacher vielleicht noch zu der Vollständigkeit halber in den blauen Trikots. Kochem in Rot-Blau. Sehr viele unbekannte Teams, die müssen wir so eben auf dem Zettel haben. Wenn ich hier technisch noch alles einbinde... Na ja, Kochem jetzt mal über die rechte Seite. Spielen da auch schon gut mit Bande. Ja, die unterklassigeren Teams sind natürlich auch ein bisschen mehr Hallenfußball gewohnt. Und Andernach wechselt auch auf den spielenden Torwart ein. Die Nummer 22 muss den Ball erstmal ruhig hinlegen. Das ist ja das, was wir bei unseren Schengeln eben auch gesehen haben. Das ist ja dann eher ein Feldspieler, der da die Torwartposition mal übernimmt. Das machen die Andernacher sehr, sehr gut bis hierhin. Das Spiel ist definitiv ruhiger als das unserer Schengel gegen Engers. Jetzt war mit dem Schussversuch und das war gar nicht so schlecht. Eckball jetzt für Andernach. Im ersten Spiel verspürst du natürlich auch noch einen ganz, ganz anderen Druck. In so einer Partie erst recht, wenn der Support so überragend ist. Jetzt ist es allerdings passiert, das 1 zu 0. Hier nach drei Minuten für die SG 99 Andernach. Und da merkst du direkt, es ist hier bedeutend ruhiger, wenn die Andernacher in Führung gehen. Das liegt einfach daran, dass noch gar nicht allzu viele aus Andernach mitgereist sind. Und Kochem muss nachliefern. Kochem muss sich zeigen. Und Kochem muss Gas geben. Das ist der Mann mit der Rücke Nummer 6. Das ist Yannik Heidger. Der wird da den Ball. Michael Olligschläger hat für Andernach getroffen. Das ist eben derjenige, mit dem ich früher immer in der Halle gekickt habe. Da müssen wir weiterhin auf der Hut sein. Lieber Daniel, vielleicht hat er da mit dir sich den einen oder anderen Trick schockt. Und abschauen können. Jetzt allerdings der klassentiefere Verein aus Kochem. Was eine, ja, was ein Bums da. Aber Lukas Weiß im Kasten, der Andernacher auf der Hut. Kochem gibt hier weiter Gas. Nächster Abschluss und wieder einmal ist der Keeper der SG 99 Andernach auf der Hut. Und ich habe es eben fälschlicherweise als dem Mann mit der Rücke Nummer 1 festgehalten. Aber ich glaube, das ist tatsächlich der Mann mit der 17. Tom Tide, bin mir allerdings auch nicht ganz sicher. Trägt, nee, trägt sogar die 27 auf dem Trikot und die 7 auf der Hose. Leute, da können wir auch nicht allzu viel sagen, wer da am Tor ist. Ich schreibe ihn mal aus, als den Mann mit der Rücke Nummer 1, als Lukas Weiß. Liegt am ehesten nahe, dass das der Torhüter ist. Erst recht, wenn ich da so auf die Bank schaue, der Andernacher. Da sind nicht allzu viele. Da sind nicht allzu viele Kandidaten. Nee, weil der andere Torhüter ist nämlich Enes Baivomi. Der ist nämlich der, der den spielenden Keeper macht. Ja, so sieht es auch nämlich aus. Jetzt der nächste Angriff, der Kochemer. Andernach passt auf, Jan Habel, der Ex-Schengel. Die Ein-Mann-Büffelherde, so wurde er genannt im Lacho-Tuscovalence-Film. Jetzt mittlerweile schon langjähriger Büffel bei den Andernachern. Der ackert, der rackert und der trifft ganz oft. Kochen jetzt mit der nächsten Ecke. Nächster Eckball der Koche, Magis, wird gefährlich. Nächster guter Abschluss vom Mann mit der Zehn. Das ist Rachat Musa Adamu. Und jetzt gibt es die Unterbrechung hier im Spiel. Freistoß für die SG 99. Andernach. Und es geht weiter mit dem eingewechselten Feldspieler für den Torhüter, für den Mann mit der Rücke Nummer 22. Das ist Enes Bayrami, der da jetzt so ein bisschen den Libero übernimmt. Und es gibt den nächsten Angriff der Andernacher über einen weiteren Ex-Schengel, über Jan Engels, der da jetzt am Malochen ist. Aber der nächste Angriff, der Kochemer. Boah, Bums, macht es da nach dem Schuss von Max Kusbach. Allerdings über das Tor, am Tor vorbei. Es bleibt hier nach wie vor noch am 1 zu 0. Und bei diesen 10-Minuten-Partien, da kann es unglaublich schnell gehen. Da können die Tore wie warme Semmeln fallen. Aber das ist hier bislang noch nicht der Fall. 1 zu 1, die erste Partie unserer Tos Koblenz gegen den FV Engers, Remy. Also, und jetzt bei der SG Andernach gegen die SVL-Spielvereinigung Kochem natürlich. Aktueller Zwischenstand hier nach wie vor 1 zu 0. Das ist Jan Engels. Jan Engels probiert das mal mit einem Bums. Und jetzt Jan Havel, das Spiel läuft noch weiter. Aber Kochem kann diesen Angriff hier zunächst einmal unterbinden. Ja, er hat den Keeper da sehr, sehr gut gestört. Das kann in der Halle definitiv helfen bei so einem Schuss. Hier gibt es ja kein Abseits. Also auch das nochmal. Genau, auch kein Absatz ganz natürlich, klar. Jetzt trifft auch Rot-Weiß Koblenz da oben ein. Der einzige Regionallige ist in dieser Runde. Jetzt müssen wir aufpassen. Guter Angriff der Andernacher. Aber da passt wieder der Mann mit der Rücke Nummer 8 auf. Ne, mit der Rücke Nummer 10 natürlich. Rachat Musat Adamu. Der jetzt auch wieder am Ball ist. Legt nochmal in die Mitte. Ja, verspielt sich so ein bisschen selber den Ball. Jetzt Jan Havel nochmal könnte den nächsten Angriff. Einleiten gegen 3. Versucht er den Körper irgendwie einzubringen. Und wieder was macht. Aber dann fehlt da so ein bisschen Feingefühl in dem Fuß von Jan Havel. Spitzelt den Ball mal ganz geschmeidig auf die Tribüne. Andernach spielt übrigens mit einem 2-2-System. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Ja, ja, Hallenfußball und ihre ganzen taktischen Ausrichtungen, die ganzen Systeme. Das ist nochmal eine ganz eigene Physik, eine ganz eigene Mathematik hier. Der nächste Abschluss der Andernacher. Aber erneut kann der Ball da abgefangen werden. Jetzt probiert es nochmal Koch. Ui, rüdes Foul, rüdes Foul. Wieder der Mann mit der Rücke Nummer 8. Max Kusbach gelegt wurde. Und jetzt muss die Uhr auch einmal pausiert werden. Das machen wir hier auch. Es geht weiter mit einem Freistoß. Und eine Sache, die müssen wir auch noch festhalten. Hier, lieber Daniel, gibt es auch Zeitstrafen. Also, so ein bisschen wie beim Eishockey, gibt es ein ganz rüdes Foulspiel. Dann kann der Schiedsrichter dich auch mit einer 2-Minuten- oder einer 6-Minuten-Strafe, meine ich, vom Platz schicken. Ich bin da kein Raketenwissenschaftler, aber ich glaube, dass das dermaßen erlaubt ist. Es geht weiter. Indirekter Freistoß. Der Kochema, sie probieren es. Aber dann ist es so ein bisschen so zaghaft. Hat nicht wollen sein in dieser Szene. Jetzt der Schiedsrichter ist in dieser Situation auch noch Luft. Nächstes Foulspiel diesmal an den Andernacher, an Jan Engels. Und die SG99 Andernach. Das Tabellenschlusslicht der Rheinland-Liga verwaltet hier im Moment. Das dürfen sie auch noch. 3 Minuten sind es hier noch knapp in diesem Spiel. Und dann schauen wir mal auf den Spielplan. Dann geht es weiter mit der Partie VfB Linz gegen Kosmos Koblenz. Das ist wiederum unsere Gruppe. Das ist die Gruppe der TUS Koblenz. Zwei Bezirksligisten aus der Staffel Ost und Mitte. Jan Engels wird da gelegt. Und jetzt läuft der Konter, der Kochema. Und das wird ganz gefährlich, wenn du denn den Ball besser ausspielst. Tun sie nicht. Bei Rami als Schlussmann hat den Ball sicher in den eigenen Reihen. Und dann ist er auch schon wieder weg. Ich darf es doch gar nicht titulieren. Ich darf es doch gar nicht heraufbeschwören. Hier geht es weiter mit dem Ballbesitz der Kochema. Die nächste Chance könnte ein Tor sein. Aber der Ball geht knapp neben die Bande. Und wieder ist es Rachat. Und Musa Adamu, der ist da probiert. Allerdings ohne Erfolg in dieser Szene. Nächster Ball. Der Ball kommt auch noch an vom Torhüter. Das Glück muss er auch noch mal haben. Adamu! Und wieder rechts am Tor vorbei. Ball weiterhin mit dem Spiel. Herr Koch muss jetzt natürlich. Wir müssen die Bälle immer wieder nach vorne bringen. Logisch. Das Ganze, ich zeige noch mal die aktuelle Tabelle vor der Partie. Andernach, Rot-Weiß Koblenz, Mendig Bell. Das sind drei Teams aus den höchsten sechs deutschen Spielklassen. Koblenz sogar Regionalligist. Dazu noch Immendorf, Kochen und Rübenach. Das sind alle samt Bezirksligistinnen. Und da ist das 1 zu 1 für Kochen. Fällt das 1 zu 1 für die Kochema. Und auch hier steht es dann plötzlich Remis. Ich wollte schon mal heraufbeschwören. Weil wenn du eben diese wichtigen Partien nicht gewinnst, dann kann es hier ganz, ganz dünn aussehen. Ausgleich also für die Spielvereinigung aus Kochem. Das Internet ist wieder da. Es freut uns. Die letzte Minute läuft. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommt. Und dass hier im Hintergrund da noch mal so ein bisschen Musik läuft, würde in der Live-Tabelle auch bedeuten, dass Kochem sowie Andernach jeweils einen Punkt mitnehmen würden. Aber Andernach probiert es hier noch mal mit dem zusätzlichen Feldspieler. Aber Kochem setzt natürlich die Andernacher noch mal unter Bedrängnis. Letzte Minute, da passiert immer ganz viel. Und ich sage es doch noch, da passiert ganz viel. 20 Sekunden vor Schluss das Tor für die Andernacher. Und das wäre hier der Siegtreffer. Kochem muss jetzt natürlich... Kochem muss jetzt natürlich noch mal Gas geben. Zwei Sekunden sind es noch. Ja, das wird nichts mehr. Das sage ich dir jetzt einfach mal so. Und dementsprechend haben wir die zweite Partie vollbracht. Endstand hier nicht 1 zu 1, sondern 2 zu 1 für die SG Andernach. SG 99 Andernach. So sieht das hier Ganze aus. Wir müssen hier fliegend weitermachen mit der nächsten Partie. Es spielt nämlich der VfB Linz. Ich wollte euch jetzt eigentlich den Torschützen von Andernach noch durchgeben. Ja, dann macht das doch noch. Das war die Nummer 7, aber den haben wir gar nicht auf dem Zettel. Den haben wir gar nicht auf dem Zettel. Das notieren wir uns einfach. Jetzt also... ...die nächste Partie... Zwischen Kosmos Koblenz und dem VfB Linz. Geht sofort los. Wir atmen noch ganz kurz durch. Ich pflege das Ganze in die Live-Tabelle ein. Den Sieg der Andernacher. Schiedsrichter gehen jetzt auch nochmal in die Kabine oder gehen was trinken. Dann nutzen wir das Ganze doch auch, um mal das System auf Vordermann und einen Schluck zu trinken, oder? So sieht es aus, Daniel. Das muss auch sein. So. Ach, ich glaube, es gibt ein Leibchen für ein Team. Gut, alles klar. Wir melden uns in ein paar Sekunden definitiv wieder. Ey. So, nochmal kurzer Nachtrag. Gruppe B, das die aktuelle Tabelle. Bisschen verschoben. Jetzt geht es aber auch schon weiter mit der nächsten Partie. VfB Linz in der Bezirksliga Ost beheimatet gegen Kosmos Koblenz. Ein Koblenzer Verein hier in der Gruppe A aus der Bezirksliga Mitte. Aber es geht hier schon blitzartig von links nach rechts. Der VfB in den schwarzen Trikots. Kosmos Koblenz in weiß, dunkel, blau. Linz versucht es auch ganz, ganz schnell über die Bande. Und Kosmos kann hier zunächst einmal noch abwehren. So, jetzt sind wir auch wieder komplett auf der Höhe. Das ist manchmal ein bisschen stressig tatsächlich hier, alles entsprechend einzufliegen. Kosmos Koblenz mit folgenden Spielern im Tor mit der 1. Ex-Schengel Marcel Beer, die 12 Thanos Chabanoglu, die 8 Taifung Kaya Nalp, die 10 Jan Inal, die 16 Ozan Inal, die 15 Hüseyin Jeha, die 3 Hüseyin Utschgötz und die 14 Fatih Salaschi. Und es steht auch schon 1 zu 0 für Kosmos Koblenz. Daniel, hast du noch gesehen, wer der glückliche Torschutz war? Es war der Mann mit der Rückennummer 16, wenn ich mich nicht täusche. Es war Ozan Inal. So, der versucht es direkt. Ne, war gar nicht er. Aber die Kosmos versuchen direkt das 2 zu 0 nachzulegen. Und ich lege hier noch kurz die Aufstellung der Linzer nach. Im Tor mit der 1 Klaus Selbach, die 7 Lenor Tolai, mit der 17 Manuel Simons, die 3 Samuel Aslan, die 9 Manuel Rott, die 16 Moritz Rott, die 15 Mirza Sielkovic und die 8 Fabian Weber. Betreut werden die ganzen von BH Prenko und Kosmos wird betreut von Taifung Kaya Nalp. Bär im Kasten von Kosmos hält den Ball jetzt ruhig in den eigenen Reihen. Vielleicht nochmal kurz die aktuelle Live-Tabelle aus der Gruppe A, wo eben auch Kosmos und Linz vertreten sind. Kosmos führt jetzt natürlich mit 1 zu 0, wer derzeit erster. In der ersten Partie gab es zwischen der TOS und dem FV Engers ein 1 zu 1. Können jetzt vielleicht direkt erhöhen die Nummer 8. Und dann war das ganz, ganz knapp am Kasten vorbei. Nachschuss-Chance, aber vorbei. Ich zeige auch nochmal kurz den Spielplan. Wir sind jetzt in Partie Nr. 3. TOS-Koblenz, FV Engers, Endergebnis 1 zu 1. SG Andernach gegen Kochem, Endergebnis 2 zu 1. Es geht weiter also mit Linz gegen Kosmos Koblenz. Und dann die nächste Partie, Immendorf gegen Rheingold Rübenach und Els gegen Mühlheim-Kerlich. Bevor danach auch die Rot-Weißen gegen die SG Eintracht aus Mendig gefordert sind. Und jetzt nochmal Marcel Bär. Langer Ball über die Bande. Geht weiter mit dem Einschießen von der linken Seite. Schiezerichter unterbricht die Partie. Und es geht weiter mit dem Einrollen. Linz kommt über rechts. Und Marcel Bär fängt da diesen Ball herausrangend ab. Macht er gut. Schickt da wieder Ozan Inal. Und der wird dann Rüde gelegt. Geht weiter mit einem Freistoß für die Kosmoser. Kosmoser. Und so schnell kann ich gar nicht pausieren, wie das Spiel unterbrochen war. Geht schon wieder weiter. Kosmos zunächst einmal hinten rum auf Marcel Bär. Gefühlt auch deutlich stärker als der VfB Linz, die noch keine oder wenige Offensivchancen hatten. Ja, so sieht es aus. Also Kosmos, auch wenn es ligatechnisch ein bisschen auf einer Höhe unterwegs ist, doch das deutlich, deutlich dominantere Team. Nächster Angriff und das nächste Tor. Und das war ein richtig, richtig schönes Tor. Da über links war es der Mann. Jan Inal. Ja, genau. Die Nummer 10 war es. Jan Inal. Und das ist auch ein Ex-Schengel. Acht, neun Regionalliga-Einsätze in der Saison 2014-2015 für unsere Schengel. Hat damals sogar bei uns in der Ecke mal gespielt. In Kripp. Damals, danach über Umwege zur Tuske kommen. Jetzt allerdings der VfB Linz. Aber der Abschluss ist dann auch so ein bisschen zu schludrig gespielt. Ich glaube, es steht tatsächlich auch nur 1 zu 0 laut der Anzeigetafel. Ne, 2 zu 0. Jetzt wurde es erhöht. Ich glaube, wir sind einfach nur schneller als die Anzeigetafel. So sieht es nämlich aus. Jetzt Linz. Der Torwart geht jetzt natürlich offensiv mit. Die müssen, die müssen definitiv jetzt drauf gehen. Samuel Haslan zurückgelegt wieder auf den Torhüter, auf Klaus Seelbach. Ja, ja. Aber so, so machst du es tatsächlich. Den Kosmosern aus Koblenz zu leicht. Ja, definitiv. Kosmos würde jetzt mit drei Punkten natürlich auf Platz 1 stehen. Und legt das 3 zu 0. Jetzt hinterher schon wieder Can Inal. Ist es. Der erste Spieler in diesem Turnier, der einen Doppelpackt hingelegt hat. 0 zu 3 jetzt also. Scheint hier eine deutliche Kiste zu sein. Von wegen Linz mit dem Anschlusstreffer. Aber der Ball war wohl hinter der Mittellinie. Der Ball wurde zurückgelegt. Und ja, ja. Ja, somit. Es wird angezeigt. Das Tor zählt leider nicht. Marcel Bär da noch auf dem falschen Fuß erwischt. Aber darf durchatmen. Es bleibt hier beim 3 zu 0. Jetzt muss Bär aufpassen. den Befreiungsschlag auf Can Inal wirklich zugelegt hat. Damals noch ein eher schmächtigerer Spieler gewesen. Aber jetzt Linz mal mit der Chance aufs Tor. Ja gut. Gefühlvoll war dieser Lumpel nicht. Von Moritz Rott. Äh, nee. Von Manuel Rott. Moritz ist nämlich sein Bruder. Derzeit noch auf der Bank. Moritz und Manuel Rott. Bär. Wieder in den Lauf gespielt da von Taifun Kajanalp. Der gleichzeitig auch der Betreuer des Vereins ist. Zumindest eingetragen als Betreuer. Jetzt Inal auf den anderen Inal. Can Inal nämlich auf Ozan Inal. Und der probiert es mit Bande. Der Ball kommt wieder zu Can Inal. Der legt ihn sich da nochmal zurück. Aber dann macht es der Torhüter noch ganz bravourös hält den Ball im eigenen Sechzehner. Ja, Linz ist ein bisschen zu hektisch einfach hier im Spiel. Und das bringt dir, das ist mir aufgefallen, in den vergangenen Sester Hengkapps, das bricht dir wirklich das Genick. Wenn du hier zu hektisch agierst, das ist eben kein Fußballspiel, in dem du, ja, so ein bisschen mit Hektik und mit Unruhe dein Ziel erreichst. Nein, du musst das hier routiniert. Du musst das hier mit sicherem Passspiel erreichen und mit schnellem Konterfußball. Ja, so wie jetzt. Genau, so wie jetzt. Mann mit der Rücke Nummer 17, Manuel Simons, mit seinem ersten Treffer in diesem Turnier und mit dem Anschlusstreffer. Ja, zwei Minuten, zwei Minuten dreißig, haben wir noch knapp auf der Uhr. Gucken, was Linz hier noch machen kann. Kosmos Koblenz muss natürlich jetzt verwalten. Die machen das bis hierhin auch eigentlich relativ stark. Die sahen mir auch nicht so aus, als ob es noch gefährlich wird. Aber, Rafa, es ist Hallenfußball. Hier kann natürlich alles passieren. Und Hallenfußball ist so ziemlich das unberechenbarste, was der deutsche Fußball zu bieten hat. Jetzt wird das Ganze allerdings ein gutes Stück berechenbarer. Der Mann mit der Rücken Nummer 16 war es wieder, Ozan Inal, der hier zum 4 zu 1 trifft. Wenn es denn Brüder sind, dann haben die zwei jeweils schon Doppelpack geschnürt im ersten Spiel. Somit dann vier Tore auf dem Konto von Kosmos Koblenz. Und ich gehe schon so weit, dass die das Spiel gewinnen werden und mit drei Punkten jetzt vorerst auf Platz 1 stehen. Aber jetzt nochmal der VfB Linz, aber zu ungefährlich. Ja, und für Linz wird es dann ganz, ganz schwierig, denn die Gegner in der Gruppe, die sind entsprechend prominent besetzt. Also ich glaube, der machbarste Gegner ist dann noch der SVL, ebenfalls Bezirksligist. Auf Platz 4, glaube ich, in der Bezirksliga. In der Bezirksliga Mitte oder, nee, sogar in der Bezirksliga West angesiedelt. SVLs. Und dann hast du eben noch die SG 2000 Mülheim-Kerlich, Gastgeber dieses Turniers. Den FV Engers, Oberligist. Und die Tos Koblenz, Oberligist. VfB Linz, haltet euch ran. Ja, vor allem Engers sah eben eigentlich auch relativ stark aus. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch viel Luft lassen. Hier im Turnier. Im Hintergrund hören wir es. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ah ja, die letzte Minute läuft. VfB Linz nochmal. Vielleicht können sie noch ein Tor erzielen, aber auch der Ball geht rüber. Ja, das Spiel wird jetzt ein Ende finden. 30 Sekunden knapp haben wir noch. Kosmos Koblenz fährt hier drei Punkte ein. Dank den Inal-Brüdern. Verwaltet das Ding jetzt nochmal die letzten Sekunden. Linz jetzt vielleicht noch mit einem nächsten, einfach um das Torverhältnis aufzubessern, aber das bringt nichts. Kosmos Koblenz hätte fast nochmal auf 5 zu 1 erhöhen können. Starke Parade nochmal da vom Kosmoser Torwart. Und jetzt ist die Partie auch vorbei. Das war es. In der Live-Tabelle bedeutet das wie folgt. Kosmos Koblenz jetzt auf Platz 1 mit vier Toren, einem Gegentor, drei Punkten. Die Tos Engers jeweils auf Platz 2 mit jeweils einem Punkt. Ein Tor, ein Gegentor. und Linz das Schlusslicht. Jetzt geht es laut Spielplan weiter mit folgender Partie. Und das Ganze gilt es jetzt auch für mich einmal technisch einzubinden. Es geht nämlich weiter mit der Partie Tos Emmendorf gegen den FV Rheingold Rübenach. 0 zu 0, also hier logischerweise der Zwischenstand. Gibt uns nochmal die Zeit, ein wenig auf die Tabellen zu gucken, auch wenn es hier ein bisschen verschoben ist. Kosmos derzeit Tabellenführer in der noch so jungen Gruppe A. Linz also noch schon ein bisschen das abgeschlagene Schlusslicht, aber nach einem Spieltag kannst du noch so ziemlich gar nichts sagen. Und in der Gruppe B, in der jetzt gespielt wird, Andernach mit einem 2 zu 1 Erfolg gegen die Spielvereinigung aus Kochem. Und dann gibt es ganz, ganz viele zweite platzierte Teams. Und wir warten jetzt erstmal ab, was die Jungs aus Emmendorf und aus Kochem so auf den Platz bringen. Ich trinke mal nochmal kurz was. Es muss auch mal sein, extrem intensiv Hallenfußball hier zu kommentieren. Doch, die Bahn eben da. Rübenach kommt jetzt gleich auf den Platz, fehlt hier derzeit noch. Im Moment fehlt das Team aus Rübenach derzeit noch. Auch, ja, so ein bisschen Novum. Hoffen wir mal, dass die sich hier noch im Laufe des Tages einfinden. Ich weiß nicht, wie es hier sonst weitergehen würde. Die Emmendorfer machen sich hier derzeit warm. Von Rübenach fehlt hier noch jede Spur. Gibt für uns nochmal kurz die Gelegenheit Gibt für uns nochmal die Gelegenheit zu beschatten, wer denn eigentlich in diesem Turnier spielt. Das ist nämlich ein Regionalligist, nämlich Rot-Weiß Koblenz, Platz 18 in der Regionalliga Südwest. Dazu auch noch ein paar Oberligisten, nämlich unsere Toskoblenz, fünftliges Oberligist, Teilnehmer der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar in der Gruppe A, Platz 6 in der Oberliga. In derselben Gruppe ist auch noch der FV Engers, Platz 13 in der laufenden Oberligaspielzeit. Dann der Tabellenführer der Rheinland-Liga, die SG 2000 Mühleim-Kerlich, derzeit Platz 1, also in der 6. Liga, in der Rheinland-Liga. Dann gibt es drei Siebtligisten in dieser Gruppe. Zum einen den VfB Linz, der eben mit 4 zu 1 gegen Kosmos Koblenz verloren hat. Linz ist derzeit in der Bezirksliga Ost, also in der 7. Liga, Platz 4, nee, Platz 3 sogar in der laufenden Spielzeit. Die SVLs in der Kreisoberliga Limburg-Weilburg, das einzige Team aus Hessen, was in diesem Turnier teilnimmt, derzeit Platz 4 in dieser siebthöchsten deutschen Spielklasse und der FC Kosmos Koblenz aus der Bezirksliga Mitte derzeit Platz 15 in der siebthöchsten deutschen Spielklasse. Hat tatsächlich eben sogar so ein bisschen der Underdog gegen Linz mit 4 zu 1 gewonnen. Also Hallenfußball und realer Fußball hat oftmals wenig miteinander zu tun. In der Gruppe B sieht das dann so aus. Wir haben mit Regionalliga Ost, Rot-Weiß Koblenz, ein Team aus der vierten Liga mit Mendig Bell, den sechsplatzierten der Rheinland-Liga, mit Andernach den letztplatzierten, Platz 18 aus der Rheinland-Liga. Rübenach ist in der Bezirksliga Mitte, also in der siebten Liga, auf Platz 3 angesiedelt, auf Platz 4 ist in derselben Liga der Tuss-Immendorf angesiedelt, also Nachbarschafts-Duell, beide in der Bezirksliga Mitte beheimatet, Platz 3 gegen Platz 4 aus dem realen Fußball, aus der aktuellen Spielzeit und die Spielvereinigung Koch im Bezirksliga Mitte, ebenfalls selbe Liga, allerdings auf Platz 8 beheimatet, in der aktuellen Spielzeit. Rübenach sagt gerade, ihr braucht einen Torwart, ja und da ist er, Tobias Ost, wenn ich mich nicht täusche, der sich da ins Tor stellt, hat so ein bisschen was gedauert, aber der Schiedsrichter, der nimmt das Ganze mehr mit Humor, als wie mit, ja, überharter Stränge. Das Spiel, das kann jetzt also starten, Immendorf in Weißrot, Rübenach in den schwarzen Trikots, es geht los, Immendorf wird hier von links nach rechts spielen und schickt folgende Elf ins Rennen, oder, es ist ja keine Elf, es ist ja mehr eine Kaderliste, die 18 Jannis Jochem, die 7 Julian Ferdinand, die 21 Pascal Anton Streich. Ja und Rübenach jetzt mit dem ersten Treffer, die Nummer 6 war es, wir haben leider keine Kaderliste von Rübenach, die haben die noch nicht abgegeben, also können wir euch da keinen Namen präsentieren, aber Treffer, die können wir euch präsentieren und das war das 1 zu 0. Direkt in der ersten Spielminute das 0 zu 1 also für den FV Rübenach. Ich ergänze natürlich die Kaderlisten, zumindest vom Tuss Immendorf kann ich das Ganze schon tun. Mit der 27 des weiteren Mumin Aga dabei, die 13 Jan Brugger, die 31 Moritz Weißenborn, die 14 Marvin Weber, die 16 Manuel Blank und die 12 Andreas Köppen, Betreuer ist Philipp Rosenbaum. Jetzt Tobias Ost im Kasten der Rübenacher mit einem eher schlechten Passspiel da und dann verzetteln die weiß-roten Immendorfer sich so ein bisschen auf Höhe der linken Bahn und das ist ein ganz, ganz starker Schuss, wie man den aus dem Winkel reinhauen kann. Das ist und bleibt mir vermutlich für den Rest des Tages ein Rätsel, aber einem Akteur der Immendorfer ist das so ein bisschen wie eine Kuh zu melken. Ich glaube Marvin Weber war es da, oder? Nummer 14, die getroffen hat. Wie als würde der Bauer seine Kuh melken, macht er das Ding da rein, einmal und auch der zweite Schuss war da extrem, extrem heiß, will ich da schon fast sagen und der Typ sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie Marvin Weber, wenn ich das deuten müsste. Es ist der Mann mit der 14, es ist tatsächlich Marvin Weber, Ex-Schengel, richtig, richtig starkes Tor hier von Marvin Weber. Und der schnelle Ausgleich, Rübenach jetzt von links nach rechts, von rechts nach links natürlich im Vorwärtsgang wird hier schon ein bisschen Kirre, Tobias Ost, langwieriger, langwieriger Rot-Weiß, Torhüter, auch Stammtorwart in der Oberliga gewesen, in der laufenden Regionalligaspielzeit. in der laufenden Sommertransferphase dann der Wechsel zum FV Rübenach, zwei Klassen tiefer. Immendorf jetzt über Marvin Weber, der hier so ein bisschen versucht, den Ton anzugeben, die einzigen beiden Torabschlüsse für die Immendorfer in den ersten Minuten zu verzeichnen hat. Jetzt macht es der Torhüter genauso, schickt den Marvin, der Marvin macht da schon mal was draus oder einfach mal den Torhüter schicken. Warum denn auch nicht? schöner Abschluss hier von Jannis Jochem. Dem Keeper ist Tuss Immendorf. Und ich habe es ja angesprochen, hier spielen zwei Teams, die in der Tabelle benachbart sind, ganz oben im oberen Tabellendrittel, Drittel Bezirksliga Mitte, Tuss Immendorf auf Platz vier, FV Rheingold Drübenach auf Platz drei. Martin Beber kann er gut klären, das Spiel so ein bisschen beruhigen. Du hast es eben schon angesprochen, der ist auch derjenige, der das Spiel hier so ein bisschen leitet für die Tuss aus Immendorf. Jetzt macht es mal Ost, auch mal ein direkter Torabschluss, aber der kann geblockt werden, da fehlt der Überraschungsmoment Ost. Abschluss ungefährlich von Mann mit der Rückennummer sechs. Kompletter Wechsel von Rübenach alle vier Feldspieler einmal raus und die neuen rein. Wir sehen auch schon auf dem rechten Bildschirmrand, vielleicht wird es gleich nochmal eingeblendet, wenn das Spiel sich dahin verlagert. Ganz oben, dahinter der Werdebebande bereiten sich auch schon die Regionalligaspieler von Rot-Weiß Koblenz vor. Sehe ich einen Alexis Weidenbach, Stojanovic, Winczek, Maynard und Co. Das sind in der Regel starke Spieler. Biers Ost geht jetzt auch immer weiter den Schritt nach vorne und leitet auch so ein bisschen das Spiel ein. Macht das gut. Rübenacht jetzt wieder über die linke Seite. Schade, dass wir hier keine Namen haben. Dafür jetzt der nächste Angriff der Immendorfer. Über Janis Jochem, der anscheinend doch nicht im Tor steht. Bitten diesen Fehler natürlich zu korrigieren, aber Janis Jochem trifft hier zum 2 zu 1 für die Immendorfer und die erstmalige Führung für den Tabellenvierten der Bezirksliga Mitte und jetzt haben sie das Spiel gedreht. Tobias Ost und seine Jungs müssen sich da was einfallen lassen. Nächster Angriff, frei vorm Tor, nächster Angriff, ganz gute Gelegenheit von Ferdinand an die Latte. Gelupft hat er den. Sah schön aus, sah schön aus, leider kein Tor in dieser Szene. Es bleibt spannend. Vier Minuten in dieser Partie noch zu gehen, bevor es dann mit folgender Partie weitergeht. SVLs gegen Gastgeber. Es 1000 Mülheim-Kerlich. Ball im Tor, aber es zählt natürlich nicht. Geht weiter mit einem Freistoß für Rheingold drüber nach. Hier jetzt so ein bisschen, ja, sie versuchen es noch ruhig auszuspielen, aber in den letzten Sekunden in den letzten Minuten war es eher schwierig, wirklich zwingend den Turs aus Immendorf in Bedrängnis zu bringen. Stattdessen immer wieder diese kleineren individuellen Fehler, die zu Konter führen. Immendorf kommt da über rechts, würde man mit der 27. Muminaga ist es. Ja, ja, dann kommen sie zum nächsten Abschluss und wieder der nächste Abschluss. Nur, und das wird sich rüber nachdenken, auf der falschen Seite, die müssen nämlich noch kommen. die spielen noch ruhig auf, aber du hast auch noch 2 Minuten 40 Zeit. Das ist in der Halle verdammt lange, das ist verdammt lange. Guck's dir an, da ist das 2 zu 2. Da musst du einmal den Ball von der Bande verwerten, einmal den Abpraller verwerten und schon steht es hier 2 zu 2 Ausgleich. Das erste Mal, dass beide Mannschaften in der laufenden Spielzeit hier 2 Tore erzielt haben, dass es hier keine eindeutige Kiste ist, aber dafür eine Torreiche. Nächster Angriff der Rübe nachher, die wollen doch nicht das Spiel drehen, nachdem die Immendorfer hier in diesem mittleren Quartal, in diesem mittleren Drittel der laufenden 10 Minuten so dominant waren. Jetzt erstmal wieder der Leader, der erfahrenste, Marvin Weber. Er hat schon seine Regionalliga Einsätze. Wieder ist es Weber und Ost hält diesen Ball fest. Konter. Das ist natürlich extrem laufintensiv. Es geht hin und her und da pumpst du auch schon nach 10 Minuten wie ein Schlosshund. Ich kann mich daran erinnern an meine Zeit. Hallenfußball war immer das anstrengendste. Ich war nicht ohne Grund. Torwart. Nicht viel Rennen. Aber Tobias Ost macht es da als Torwart und geht da sehr weit bis über die Mittellinie nach vorne. Aber der kann auch spielen. Das kann er. Das ist mit Sicherheit nicht sein erstes Hallenturnier. hat ja auch viel Erfahrung bei Europas Koblenz gesammelt. Der Routinier im Kasten der Rübenacher und jetzt ist die Gelegenheit da. Und da ist das 3 zu 2. Und es ist noch eine Minute und 5 Sekunden zu gehen. Rübenach dreht hier tatsächlich noch die Kiste. Bitteres Ding für Immendorf Na ja warte erstmal ab. Die ist hier natürlich jetzt versuchen mit der Brechstange irgendwie zu beschwören. Und Rübenach hat jetzt natürlich ganz ganz viel Zeit. Immendorf bringt jetzt auch den Spiel in den Keeper. Die müssen es jetzt nochmal schnell machen. Kriegen noch einen Freistoß. 25 Sekunden sind noch auf der Uhr. Ist natürlich auch wichtig nicht mit einer Niederlage zu starten. Ja aber das möchte so ziemlich jedes Team vermeiden. Rübenach jetzt nochmal letzten 10 Sekunden laufen. Ball muss jetzt nochmal lang und weit nach vorne. Letzte Chance vielleicht für Immendorf Rübenach klärt auf die Tribüne. Und das war's. Abpfiff in der Partie der FV Rübenach gewinnt das Spiel hier mit 3 zu 2 dank einer durchaus herausragenden Überholungsjagd. Aufholjagd. Aufholjagd. Ja wenn ich hier die Technik am Abdecken bin dann ist das natürlich manchmal ein bisschen schwierig die richtigen Worte zu finden. Jetzt gleich spielt der SVL gegen den Gastgeber aus Mülheim Kerlich. Das Ganze sieht in der Live-Tabelle so aus. Wir versuchen natürlich hier alles möglichst schnell einzubinden. Auch Felix Könighaus übrigens auf der Tribüne gerade gesichtet bei seinem Ex-Club bei der Tust aus Koblenz. So das ist also die aktuelle Tabelle der Gruppe B. Und schon geht's los. Der SVL Bezirksliga West-Teilnehmer gegen den Rheinland Liga Tabellenführer die Eski Mülheim-Kerlich und das ist eigentlich zumindest im Vorfeld eine ganz klare Kiste denn die Mülheim-Kerlich das ist der 23. Sester Henncup Mülheim-Kerlich ist seit Ewigkeiten mit dabei feiert ja in diesem Jahr anlässlich dieses Sester Henncups auch das 20. Jubiläum seit 20 Jahren gibt es die SG 2000 Mülheim-Kerlich auch hier von hier oben aus ganz ganz recht herzliche Glückwünsche Mülheim-Kerlich schickt im Übrigen folgende Spieler ins Rennen im Tor mit 1 Michael Wall die 7 Maidi Machmut die 9 Ronaldo Kröber die 10 Mike Schreiber die 11 Emre Jogsin die 13 Moritz Volt die 18 Michael Rüns und die 21 Philipp Hörter Betreuer ebenfalls der Torhüter Michael Wall den kennen wir ja noch aus dem Rheinland-Pokal SVLs mit folgenden Jungs hier heute auf dem Vinylboden mit der 12 Simon Kaiser die 3 Max Heckel die 4 Chris Poiters die 5 Nico Kampmann die 6 Bastion Nice die 9 Hermann Habterb die 10 Louis Schenk die 14 Serdar Kocha Kajan und der Betreuer Farhad Amin So Leute jetzt schauen wir mal auf das Geschehen sehe allerdings dass hier auch gerade die Uhr mit der ersten richtig guten Chance wollte ich sagen haben den Ball aber nicht in die Mitte bekommen und die erste Verletzung Meldung haben wir schon nämlich Max Heckel hat sich vom SVL eben verletzt gab eine kurze Unterbrechung und humpelt jetzt ein wenig außerhalb der Bande und das ist eben auch Highland Fußball ganz ganz gefährliche Kiste aber deshalb ist es trotzdem schön dass so viele Mannschaften hier immer noch mitmachen vor allem auch ein Regionalligist wie Rot-Weiß Koblenz die ja das hat mich gerade gewundert hast du das gesehen also ne doch nicht alles gut das Stellungsspiel der Elsa hat mich so ein bisschen gewundert da sie sich doch sehr von den Mülheim-Kerlichern-Spielern abgewandt haben und so den Torhüter auch fast schon frei zum Torschuss kommen lassen haben so allerdings geht es jetzt in die andere Richtung Els logischerweise in den gelb-schwarzen Trikots Mülheim-Kerlich in Blau-Weiß zweite Ball zu hoch zu weit zu steil gespielt ein sehr sehr eigenes armes Spiel in den ersten Minuten da passiert wirklich nicht allzu viel aber man muss sich auch manchmal in solche großen Cups in solche Turniere einfinden jetzt gibt es den Angriff des Gastgebers die Elsa schießen sich hier selbst ab Ecke Mülheim-Kerlich wenn dann einer die Ecke ausführen möchte ja ja ich glaube das haben sie selber nicht so ne haben sie auch nicht nicht so gepeilt starker Abschluss ganz starker Abschluss davon Mann mit der Rücke Nummer 9 von Ronaldo Kröber groß gewachsener Spieler bei den Mülheim-Kerlichern also wenn es hier in einem Basketballturnier von links nach rechts gehen würde dann wäre Mülheim-Kerlich ganz weit vorne definitiv nächste Chance Mülheim-Kerlich Mike Schreiber machen das gut wieder ist es Mike Schreiber lässt er seinen Gegenspieler ganz ganz alt aussehen und Ronaldo Kröber macht es hier 0 zu 1 für die SG 2000 Mülheim-Kerlich also der Gastgeber führt auch in dieser Gruppe A und im Moment bleiben noch diese ganz ganz großen Überraschungen aus in diesem Fußballturnier der Favorit führt gegen die SVLs mit 0 zu 1 Keeper der Elzer jetzt mal mitten im Schuss allerdings bringt das natürlich die Konterschance für Mülheim-Kerlich die es jetzt aber auch ruhiger machen die es auch ruhiger machen können Mülheim-Kerlich das dominantere Team Elz mit ganz ganz wenig Spielanteilen offensiv wie defensiv und dann kann es auch mal wieder der Torhüter probieren die lassen richtig viel Platz das hat schon das ist so ein bisschen der Respektabstand glaube ich in diesem ersten Turnier vor so einer Kulisse zu spielen ist ja auch nicht alltäglich für jeden Bezirksligisten und dementsprechend jetzt vielleicht mal ein extra technischer Fehler von Mann mit der Rücke Nummer 9 von Hermann Habterab und es geht in den nächsten Konter er probiert es mal Maidi Mahmut mit dem Torabschluss hat auch gerade mal den Jungs angezeigt lieber den Ball flach durchspielen anstatt hoch aber das ist auch Sester Henkapp du musst oftmals dich so ein bisschen einfinden du musst dich mit den Gegebenheiten anfreunden weil du trainierst ja ganz ganz selten in der Halle also du bist ja nahezu gar nicht nahezu gar nicht so sieht es nämlich aus du musst dich eben mit diesen Gegebenheiten hier anfreunden Mahmut legt da klasse rüber und das war eine Glanzparade hier vom Torhüter der Elzer gut gemacht fängt er diesen wirklich starken Abschluss des Gastgebers ab dreieinhalb Minuten noch zu gehen es steht hier weiterhin nur 0 zu 1 für den Gastgeber die sich hier aber nach und nach dem zweiten Treffer nähern Helz schwimmt in der Defensive definitiv anders kann man es nicht sagen Wilhelm Kerlich deutlich besser hier und da rauschen sie auch am Tor vorbei ja aber das ist aber auch gefährlich auch für den Gastgeber aus Mülhelm Kerlich ist das gefährlich ein gelungener Angriff und es reicht wenn du einmal aus 15 Metern aus dem Tor abziehst und der Ball irgendwie sich glücklich ins Tordreieck zimmert dann steht es hier 1-1 und Wilhelm Kerlich steht hier mit ganz ganz langen Gesichtern da so allerdings so ist das ein souveräner wenngleich auch ein glanzloser auftritt der in dieser Szene ein wenig mehr Glanz versprüht bekommen hat allerdings auch nur weil der Elzer Keeper hier wirklich herausragend wieder agiert eigentlich und das mit ziemlicher Sicherheit der beste derzeit beim Ostbezirksligisten gehe ich definitiv somit jetzt wird es aber ganz gefährlich für Milhelm Kerlich aber Elz spielt das einfach auch zu schlicht aus ich möchte mich nochmal kurieren ich wiederhole mich Ostbezirksligist stimmt natürlich nicht Elz ist Kreis Oberligist aus der Region Limburg-Weilburg ist aber auch eben vergleichbar mit der Bezirksliga also das einzige hessische Team in diesem Wettbewerb zwei Minuten haben wir noch knapp zwei Minuten haben wir jetzt auch den spielenden Torwart eingewechselt der mit einem Riesenbock und ja 2-0 für den Gastgeber das auch folgerichtig 0 zu 2 also jetzt für die SG 2000 Müllheim Kerlich Daniel war es übrigens der getroffen hat willst du denn wissen wie es weitergeht ja aber definitiv es geht nämlich weiter mit der Partie Rot-Weiß Koblenz gegen SG Eintracht Mendig Bell ja das ist doch schon mal Gruppe B das ist mit Sicherheit schon mal eine ganz ganz attraktive Partie und dann und dann geht es weiter mit unserer TUS gegen den VfB Linz wer übrigens die Spiele unserer TUS sich anschauen möchte und wann die auch datiert sind das kann ich zum einen nennen einmal 12 vor 42 gegen eben Linz dann um 13.54 gegen Mülheim Kerlich um 15.06 gegen Elz und um 16.18 gegen Kosmos Koblenz wer das allerdings auch schriftlich haben möchte der findet das Ganze in unserer YouTube Beschreibung dort haben wir sämtliche Informationen reingepackt wer denn da überhaupt spielt wer denn der SV Elz ist wer denn der SG 2000 Mülheim Kerlich ist all das komprimiert zusammengeschrieben niedergeschrieben und auch noch den gesamten Spielplan findet ihr unter dem Link ganz oben in der YouTube Beschreibung den einfach bei euch im Browser eingeben und da seht ihr die Livestände der aktuellen Ergebnisse sowie Live-Tabellen und was nicht alles also jegliches was wir auch hier am Einbinden sind wenige Sekunden noch und ein paar Eindrücke ja ein paar Eindrücke von vor Ort gibt es dann von mir über Instagram über die Stories also klickt euch da rein TUS Fan Radio bei Instagram jetzt nochmal das Foul da von Wilhelm Kerlich also checkt up Stories werden definitiv einige online sein boah da tacklen sie einen aber um das tut weh aber es war kein Tackle das war wirklich einfach aus Versehen trotzdem bleibt der Spieler da stehen und der Schiedsrichter hat den gelben Karton in der Hand gibt jetzt glaube ich auch die Zeitstrafe dann dafür für die letzten paar Minuten ich weiß gar nicht 20 Sekunden 20 Sekunden das kann natürlich auch ganz schnell wehtun das kann ganz ganz schnell ganz ganz dolle wehtun Schussversuch nochmal da und jetzt müsste es das 3 zu 0 für Wilhelm Kerlich sein wieder es ist Michael Rünz der hier auf 3 zu 0 erhöht Wilhelm Kerlich also auch mit drei Punkten und drei Treffern ja das war es auch schon wieder also die SG 2000 Mülhelm Kerlich gewinnt gegen die SVLs mit 3 zu 0 und weiter geht es mit Thusrot-Weiß Koblenz gegen SG Eintracht Mendig Bell beide Vereine kennen wir nur zu gut also für euch hier auch nochmal technisch Einbindung natürlich 3 zu 0 der Endstand ich pflege schon mal direkt das nächste Spiel und das sind die Rot-Weißen aus Koblenz gegen die SG Eintracht Mendig Bell tabellarisch sieht es in der Gruppe B übrigens wie folgt aus Rot-Weiß Mendig Bell noch ohne Spiel Rübenach und Andernach haben bereits einmal gewonnen Emendorf Kochem hingegen noch ohne Sieg noch wird hier kurz pausiert aber diese Pause dürfte bald ihr Ende gefunden haben und schon geht es los Rot-Weiß Koblenz der Regionalligist gegen SG Eintracht Mendig Bell ich meine der 6-platzierte der Rheinland-Liga irgendwo da haben sie sich eingefunden in der oberen Tabellenhälfte der Rheinland-Liga jetzt also gefordert SG Eintracht Mendig Bell schickt im Übrigen folgende Elf ins Rennen jetzt müssen wir gerade aufpassen das Angriff läuft da schon aber Rot-Weiß kann das unterbinden im Tor mit der 21 Jonas Horn die 6 Björn Gilles die 7 Mahmut Ibra Gimou die 11 Mustafa Madanulu die 16 Daniel Bianco die 19 Manuel Oster die 23 Kapitän Florian Schlich und die 31 Milan Ravet ja Mendig der SG Eintracht Mendig Bell ist auf dem sechsten Tabellenplatz das nochmal zur Bestätigung und Tos Rot-Weiß Koblenz mit folgender Elf im Tor mit der 21 Rivoje Winczek die 6 Dominik Albach die 18 Alexis Weidenbach die 3 Christian Meinert die 37 Sven König die 10 Simon Schneider die 9 Davut Doxec die 23 Dogus König und die 22 Mohamed Aradou Betreuer heute Wolfgang Staschok und schon steht es 1 zu 0 für den Regionalligisten Alexi Weidenbach mit der Vorlage und Sven König mit dem Treffer werden der Favoritenrolle bis hierhin definitiv gerecht aber Mendig ist auch gut und Mustafa Madanoglu trifft zum 1 zu 1 und schon steht es hier wieder unentschieden ich wollte eigentlich sagen dass die das Rot-Weiß der Favoritenrolle gerecht wird und ich glaube Mustafa Madanoglu sowie Alexis Weidenbach werden hier heute brennen aufeinander zu treffen sind ziemlich beste Freunde im privaten Leben jetzt stehen sie sich als Gegenspieler gegenüber Weidenbach jetzt hier auf Meinert der auf Sven König Sven König rausgelegt wieder Weidenbach nachdem Dominik Ahlbach da den Ball in die Mitte gespitzelt hat nächster Abschluss der Rot-Weißen wieder kann geklärt werden und der Konter läuft allerdings der Ball ins Seiten ausgeschlagen weiter geht's mit dem Einrollen für die Rot-Weißen Winschek sucht da nach einer Anspielstation hat den Platz und zieht jetzt auch mal ab wieder ist es Weidenbach der da den Torschützen zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 schicken möchte Sven König dieser wird allerdings ja nur mäßig in Szene gesetzt jetzt setzt er sich selbst herausragend in Szene und in letzter Sekunde schafft es dann noch der Mann mit der Rücknummer 6 Björn Gilles den Angriff da zu unterbinden und jetzt hat Mendig da auf links ganz ganz viel Platz Madanolo oi der schießt den Ball aber nicht nur aus dem nicht nur aus der Halle der schießt den Ball aus dem Industriegebiet hier aus Mülheim-Gerlich geht weiter natürlich mit dem Freistoß nachdem der Ball hier die Decke berührt hat Winschek sucht da eine Anspielstation und probiert es plötzlich selbst und Klatsch macht es da der Ball trifft beinahe das Aluminium eine sehr sehr ausgeglichene Partie hier in den Anfangsminuten zur Erinnerung die besten beiden Teams der Gruppe hier spielt jedes Team natürlich gegen jeden die besten beiden Teams qualifizieren sich für das Halbfinale für vier Mannschaften ist dann nach der Gruppenphase Schluss nächster Abschluss der Mülheim-Gerlicher äh der Mendiger natürlich ja ich sehe Mendig und Rot-Weiß Koblenz auch als Favoriten dass die zwei sich qualifizieren können oder qualifizieren werden ja des Weiteren ist eben in der Gruppe B Tos Immendorf und der FV Rübenach sowie die SG99 Andernach und die Spielvereinigung aus Kochem ja also sind das dann doch auch schon wirklich die Favoriten auf dem Papier ja auf dem Papier ja aber Hallenfußball und seine ganz ganz eigenen Regeln Madanolo zurückgelegt zum Keeper zu Jonas Horn ah ja ja der ist da so ein bisschen schlagsig macht und dann möchte er mich direkt schon bestrafen naja wollte ich direkt mal anschießen naja Manuel Moral übrigens auf im Betreuerstab von Rot-Weiß Koblenz der Ex-Co-Trainer und zwischenzeitlicher ja ich möchte es nicht Interimstrainer nennen sondern stellvertretender Trainer der Tos als Arnold Xhaka ja seinen Trainerschein gemacht hatte Manuel Moral zwischenzeitlich Trainer der Tos gewesen Madanolo versucht den Ball da noch im Spiel zu halten ja macht er gut macht das ganz gut lässt er seinen Gegenspieler auch entsprechend aussteigen und setzt er seinen Mitspieler in Szene gegen Angriff der Mendiger aber das nur unzureichend nächster Angriff Jordi Arndt glaube ich ja das ist Darut Doxec acht hätten wir das ja 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 die auf die Trikots ja ja ich habe ich habe hier gerade Henry Killen spielt mittlerweile mit der Rückennummer 10 auch für den FV Engers ja korrekt hier wird das Hillentrikot entsprechend benutzt verwendet von Simon Scheider dreieinhalb Minuten sind es noch Spiel ist tatsächlich derzeit angehalten bei 345 angehalten das ziehen wir natürlich nach weiterhin nur das 1 zu 1 und gleich dann die Partie unserer Tos Koblenz gegen den VfB Linz Schussversuch jetzt vielleicht Rot-Weiß macht es stark in dieser Situation also ansonsten ein bisschen zu umständlich ein bisschen zu viel ja Regionalliga Fußball ja also das wollte ich genau die sind nicht so befreit also genau die versuchen hier das spielerisch genau das ist es ja dieses befreite auftreten das musst du ja dieses unbekümmerte fernabjäglicher Regeln in FIFA nennt man das Wolter ja richtig und hier nennen wir das Sesterhand Cup 2020 Rot-Weiß über Winczek und Scheider Mennig greift auch erst nach der Mittellinie an wollen da auch nicht zu früh ja ich meine das 1-1 gegen Rot-Weiß das ist ja kein schlechtes Ergebnis grundlegend aber das musst du erstmal halten guter Abschluss hier von Mohamed Aradou aber ja ja du kannst es dir auch natürlich nochmal verzetteln Winczek da und Mohamed Aradou das Glück des Tüchtigen möchte ich es mal nennen nächster Angriff der Rot-Weißen auf der Linie geklärt auf der Linie geklärt und jetzt gibt es hier nochmal den schnellen Wechsel auf beiden Seiten hier für die letzten anderthalb Minuten Spiel läuft weiter die Zeit läuft entsprechend auch weiter einrollen Rot-Weiß Koblenz 1,48 haben wir noch auf der Uhr aufpassen Konterschance vielleicht für Mennig über Florian Schlich den Kapitän Florian Schlich probiert es da mal Ball wird abgeblockt Weidenbach tunnelt da Florian Schlich und stürmt da über die rechte Seite nochmal voran Rot-Weiß probiert es hier mit der ersten Garde mit Weidenbach Meinert König Dominik Albach und Winczek kriegen jetzt auch den Freistoß indirekt Sven König Sven König über das Tor so letzte Minute läuft die Rot-Weißen gegen Mennig Bell ich weiß nicht wer von beiden damit leben kann vielleicht beide vielleicht keiner vielleicht auch nur die Menniger ich glaube eher Mennig ich glaube schon dass Rot-Weiß hier eigentlich mit einem Sieg vielleicht ja nicht unbedingt gerechnet hat aber definitiv anvisiert hat als Regionalliga Team als Regionalliga Team musst du hier gewinnen was für ein Punter und jetzt hat Mennig nochmal die Chance Mennig hat die Chance und schießt da Volvinczek nochmal an und jetzt der Konter der Rot-Weißen über Sven König und er macht das Ding 2 zu 1 30 Sekunden vor Schluss und so schnell ist eben Hallen Fußball Rot-Weiß 2 Mennig 1 und die Menniger die müssen es jetzt nochmal mit der Brechstange probieren letzten 15 Sekunden laufen jetzt Schussversuch vom spielenden Torwart Mennig 1 und die Menniger die müssen es jetzt nochmal mit der Brechstange also auch hier gewinnt der Favorit und jetzt geht es weiter mit unseren Schengeln gegen den VfB Linz so sieht es aus Übrigens da jetzt wahrscheinlich gleich wieder ein sehr sehr geiler Support aus unserer Kurve kommen wird werde ich das ganze mal bei Instagram und der Story festhalten also klickt euch rein TUS Fan Radio bei Instagram und schaut euch die Story an und folgt uns definitiv also es lohnt sich wir werden Gewinnspiele noch in der Rückrunde veröffentlichen Tickets werden verlost also da gibt es einiges noch was worauf ihr euch freuen könnt und wir wollen mittelfristig auch die 1000 Follower da langsam voll machen also wenn der Support losgeht werde ich da mal die ein oder andere Story raushauen und dann könnt ihr euch das ganze live aus der Halle direkt anschauen die Schengel Schengel wechseln jetzt nochmal die Seite anfangen werden Marc Richter Nonaka Waldmenghaus und Dominik Fuss und Luca Wollo schien im Tor so schaut es aus unsere Schengel natürlich in den gelben Trikots VfB Linz in schwarz-weiß vorab bevor es hier auch wirklich los geht vielleicht nochmal gerade die grundlegende Tabelle eingeblendet VfB Linz jetzt mit der ersten Chance boah umfasst ihm 1-0 das hier die aktuelle Tabelle unsere Schengel auf Platz 3 mit einem 1-1 gegen Engers Linz hat mit 4-1 gegen Kosmos Koblenz verloren und die Schengel wieder mit überragendem Support hier es ist laut es ist geil es ist stimmungsgeladen so geht Tos Koblenz so geht Stimmung im Jahr 2020 Waldmenghaus über links sucht nach einer Anspielstation findet da Marc Richter Marc Richter versucht Dominik Fuss in Szene zu setzen kann allerdings den Ball nicht behaupten Linz hier mit der ersten Klärungstat Fuß mit dem Ballverlust und auf einmal geht es schnell in die andere Richtung der VfB Linz probiert es da über den Mann mit der Rücke Nummer 16 über Moritz Rott aber Wollerschein ist da zur Stelle Schengel über links über Nozomo Nunaka Nunaka legt nochmal rüber auf Waldmenghaus Waldmenghaus und dann die Fußabwehr da von Klaus Seelbach nächster Abschluss der Schengel Richter Marc Richter auf Nozomo Nunaka der allerdings mit dem Fehlpass da auf Dominik Fuss Linz jetzt im Aufbauspiel und plötzlich Marc Richter schießt unseren Kameramann ab ja plötzlich stockt mir da kurz der Atem aber es geht hier natürlich weiter wir versuchen schon mal den sichersten Platz festzuhalten und dieser stellt sich dann als der unsicherste raus Richter auf Nonaka Nozomo Nunaka rausgelegt auf den Mann mit der Rücke Nummer 10 auf Jonas Kretz den A-Jugendlichen dieser trifft den Ball allerdings nicht vollends und Linz jetzt im Konter Kretz macht das gut hat den Ball da behaupten können Richter muss aufpassen Wollerschein nochmal und Richter da mit der Fußspitze ich will schon fast sagen artistisch wie er da den Ball klärt Linz im Vorwärtsgang Wollerschein jetzt nochmal jetzt schwimmen die Schengel und Kretz mit dem nächsten Ballverlust aufpassen ist natürlich auch eine krasse Kulisse hier also in der Halle das schallt so geil wenn unsere Fans hier supporten das Video ist online bei Instagram also checkt euch rein checkt die Story ab überragender Support unserer Schengel die jetzt auch mal durchgewechselt haben Marcel Wingender jetzt auch auf dem Platz Marcel Wingender gewählt zum besten Spieler des Turniers und Jonas Kretz da mit dem Torabschluss wieder über das Tor noch keine Treffer hier zu verzeichnen in der Partie unserer Schengel gegen den VfB Linz jetzt zwingender Dominic Fuß mit dem verspringt der Ball so ein bisschen und Naka Wollerschein ja unsere Schengel haben noch nicht so ein richtiges Mittel gefunden ja aber die Transformation habe ich kann ich dir sogar gar keine nennen weil die rotieren durch und durch wie du das hier siehst aber jetzt bildet sich eventuell je nach Zuspiel auch eine Gelegenheit oder es läuft eben der Konter Wollerschein macht das gut muss aufpassen dass er hier jetzt läuft der Konter Bade könnte rüberlegen auf Nunaka Nunaka mit dem Schuss ist am Mann muss kämpfen muss fighten Linz im Vorwärtsgang immer noch der Mann mit der Rücke Nummer 9 ist bei mir gar nicht auf dem Spielbogen drauf doch ist er Manuel Roth Manuel Roth Wollerschein ist da zur Stelle Schengel müssen jetzt natürlich langsam gewinnen nach dem Unentschieden gegen den FV Engers würde es gut tun nicht im Hinterhertrotten zu sein nach einem Sieg hätte man vier Punkte auf der Haben Seite also ich sag hier eigentlich musst du das Ding gewinnen Dominic Fuß versucht da durchzustecken aber der Ball kommt nicht an und demnach darf auch Almir Ametai sich nicht behaupten Wollerschein klärt den Ball da souverän ins Aus Abschluss Linz und das war ja ja ein kleiner Schockmoment nachdem der Ball da den Innenpfosten gestriffen hat also an Aluminium Treffern steht es jetzt 1 zu 1 Ametai erarbeitet den Ball da herausragend der Abschluss dann allerdings ja eher B-Ware ja ich glaube er wollte eher rüberlegen rüberlegen zu Abade vier Minuten 50 noch auf der Uhr Linz jetzt mit dem nächsten Angriffsversuch Schengel blockt das direkt ab jetzt muss es mal schnell gehen Marcel Wingen da ja bleibt da hängen das Spiel läuft weiter ah der Ball fast durchgesteckt auf Ametai Linz hintenrum viereinhalb Minuten die hier noch zu gehen sind Freunde weiterhin das 0 zu 0 und wieder Linz im Vorwärtsgang gefährlich aber dann zurückgelegt ohne Aussicht auf Torabschluss jetzt gibt es hier zunächst mal den Freistoß Uhr ist angehalten bei 4 16 so ja geht es weiter weiter geht es Marc Richter Waldmegenhaus Nunaka jetzt wieder Waldmegenhaus mit einem starken Pass in die Mitte und das muss doch eigentlich den 7 Meter geben Schiedsrichter sagt nein weiter geht es den 7 oder den 9 Meter weiter geht es und die Schengel probieren es hier nochmal Abschluss direkt auf dem Torhüter und jetzt außerhalb und jetzt außerhalb jetzt wird die Uhr gestoppt werden der Torhüter nimmt den Ball außerhalb des 16 und 2 Minuten Zeitstrafe für den Keeper und Linz muss jetzt natürlich aufpassen haben sie noch einen anderen Torhüter nein haben sie nicht Linz jetzt entsprechenden Unterzahl das sind sie so lange bis die Turs einen Treffer macht oder die 2 Minuten abgeschlossen sind also jetzt 4 Linzer gegen 5 Koblenzer und die Schengel können es jetzt natürlich machen Waldmegenhaus wird zurücklegen auf Marc Richter das ist ein Matchball Waldmegenhaus auf Richter hat er stark gemacht Richter jetzt mit dem Fuß und Tor 1 zu 0 für die Schengel und sofort darf nee der Torhüter darf noch gar nicht wieder rein Torhüter darf nicht wieder rein es steht 1 zu 0 für die Schengel und das sorgt hier natürlich für gellenden Aufschrei die Schengel können jetzt hier natürlich nochmal erhöhen und 2 zu 0 für die Schengel klasse gemacht und jetzt scheint es hier in eine relativ eindeutige Richtung zu gehen Uhr nochmal angehalten und es geht weiter VfB Linz muss jetzt nochmal rein kommen Linz probiert es jetzt nochmal aber die Schengel hier natürlich so ein bisschen jetzt mit der Brechstange und ganz ganz weit gut im Bauch unterbricht die ganze Zeit ja ja das ist das ist chaotisch das ist durchaus chaotisch ja gut Linz spielt hier mit 4 Leuten jetzt haben sie den Ersatztorwart mal so halb reingestellt er hat jetzt auch ein Leibchen an so ein bisschen als Libero der darf den Ball zumindest in die Hand nehmen und Waldmingerhaus macht das stark Leon Waldmingerhaus über das Tor müsste den Eckball geben aber gibt es nicht oder? ne ja Waldmingerhaus lamentiert dann auch so ein bisschen Uhr ist aber nicht angehalten Spiel läuft weiter das bleibt hier beim 2 zu 0 für unsere Schengel und Linz ja ja die haben jetzt so langsam damit zu kämpfen dass das auch die zweite Niederlage sein könnte Waldmingerhaus kann jetzt nochmal rüberlegen boah wird das mies an der Bande gefoult brutal und die nächste gelbe Karte das ist ganz ganz viel Frust gerade bei den Linzern die es hier ein ums andere Mal mit der Brechstange probiert war so unnötig da den Junge nochmal in die Bande reinzuschicken und vor allem auch unfair ja ja es hat mit fairem Fußballsport hier ganz ganz ja Linz hat einfach zu viel Wut im Bauch hat man eben auch bei den Abschlüssen gesehen die schießen da teilweise einfach nur komplett drauf Ellbogen glaube ich von Waldmingerhaus ist es da hat definitiv Schmerzen weiter geht's mit Marc Richter hier unter uns direkt boah und das ist ganz ganz stark was Marc da macht Torwart der Linzer jetzt übrigens auch wieder im Spiel bei dem Support kannst du eigentlich nur brennen hier absolut absolut Daniel Dominik Fuß jetzt nochmal da Linz muss kommen Schengel können kontern Dominik Fuß ja ja zieht da Zerter so ein bisschen an seinem Gegenspieler Monarka kommt jetzt nochmal rein für Richter Fuß klärt da den Versuch vom VfB Linz letzte Minute bricht jetzt gleich an können die Schengel vielleicht noch auf 3 zu 0 erhöhen wenn sie ihn jetzt nochmal in die Mitte legen ist die Wahrscheinlichkeit groß aber jetzt wird er ein bisschen an der Ecke gespielt weil die Linzer lassen die Schengel auch nicht mehr so wirklich da raus letzte Minute läuft 50 Sekunden noch auf der Uhr Wolloschin hat den Ball nochmal in den Händen und spielt nochmal den langen Ball Monarka kann ah Ball leider im Aus Monarka hätte den Ball nochmal nach vorne bringen können Einwurf nochmal für Linz stark von Monarka dann auch geblockt letzten 30 Sekunden laufen gute Spielverlagerung da und die Schengel nochmal mit der Gelegenheit und der zweite Abschluss da von Mann mit der Rücke Nummer 8 von Tarek Abade leider über das Tor Linz probiert es hier ja gar nicht mehr so recht nochmal hintenrum letzter Angriff vielleicht im Spiel oh gefährlich Wolloschin ist aber da sieben Sekunden noch Tarek Abade Tarek Abade macht das stark Abade rübergelegt und das 3 zu 0 zwei Sekunden vor Schluss 3 zu 0 für die Schengel und es war der Mann mit der Rücke Nummer 24 Almir Ametai nach herausragender Vorarbeit von Tarek Abade der hier zum 3 zu 0 erhöht gute Ausgangs so sieht das dann faktisch aus wir gehen direkt ins nächste Spiel Klasse gemacht von unseren Schengeln jetzt geht es weiter mit der SG99 Andernach gegen die Tursus Immendorf ich kann bei auf Andernacher Seite auf jeden Fall schon mal Jan Havel Michael Ollig Schläger Jan Engels ich glaube Lukas Weiß erkennen und wir haben noch Ines bei Womi Schengel bedanken sich nochmal da bei den Fans ganz ganz starker Support in der Halle die Turs dominiert hier 3 zu 0 also Erfolg unserer Turskoblins ich zeige euch gleich auch was es das was das ganze tabellarisch zu bedeuten hat natürlich spielt auch einen erheblichen spielt es ist auch die Tordifferenz ein erheblicher Punkt in diesem Wettbewerb und damit haben sich die Linzer wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert während hier die Partie gleich losgeht das die Gruppe A unserer Turskoblins die Turs jetzt als einziges Team mit VfB Linz mit jeweils zwei Spielen die Schengel mit vier Punkten aus zwei Spielen auf Platz 1 dahinter Kosmos Koblenz Mülheim-Kerlich Engers Elz und eben Schlusslicht Linz in der Gruppe B sieht es jetzt also wie folgt aus in der Partie Turs Immendorf gegen die SG99 Andernach gab es ja in der Gruppe gab es jeweils drei Siege und drei Niederlagen zu verzeichnen in eben drei Spielen die Andernacher sind einer der glücklichen Gewinner und die Immendorfer ist so ein bisschen schon das Team das jetzt gewinnen muss hat nach einer dominanten Leistung gegen Rübenach doch noch spät das 3 zu 2 schlucken müssen Andernach hingegen mit einem 2 zu 1 Erfolg ganz früh in diesem Turnier gegen die Spielvereinigung aus Kochem erfolgreich gewesen und das ist immer schon so ein bisschen beruhigendes Polster einmal verlieren das ist immer okay in so einem Sesterhand Cup aber beim zweiten Mal diesen Joker willst du natürlich möglichst lange nicht ziehen müssen vor allem spielst du auch noch hier gegen Rot-Weiß und jetzt was ein Strahl da von Jan Engels von Mann mit der Rücke Nummer 11 und jetzt läuft der Konter Tuss Immendorff muss kontern Tuss Immendorff muss treffen aber nicht so Jan Engels der ist schnell der kann auch allen Fußball spielen legt herausragend rüber zweiter Versuch und jetzt ist der Ball im Tor 1 zu 0 Andernach die hier jetzt in Führung gehen 0 zu 1 zweite Spielminute für die Andernacher jetzt wird es für Immendorff richtig schwierig ja zumal ist die Partie zwar noch lang aber es ist natürlich klar gegen so eine Andernacher Mannschaft die hier sowas wie einen Jan Havel raushauen kann der einfach einen Schuss mitbringt ja und drei spritzige Spieler mit Jan Engels Ollig Schläger das ist schon eine gute Hallentruppe die darfst du nicht abmelden SG 99 Andernach haben natürlich auch mit den Mändigern und den Rot-Weißen große Konkurrenten da wird es sich zeigen wer von den Teams sich durchsetzen kann oder ob es vielleicht sogar Newcomerschaft die darfst du wirklich niemals absetzen in diesen vergangenen Jahren des Sesterhengkappes gab es immer wieder eben solche Partien und solche Durchhänger mal stolpert der Favorit das haben wir derzeit noch nicht gesehen aber wir müssen natürlich so ein bisschen das Ganze runterfahren und die Favoriten und die Favoriten Schrecks die sich noch nicht abgezeichnet haben ja so ein bisschen die Chance geben sich entfalten zu können Gelegenheit der Immendorfer kann geklärt werden Jan Engels könnte rüberlegen auf Ollig Schläger macht es bis hierhin alleine hätte es auch beinahe alleine ganz ganz herausragend gemacht Havel und da ist das Eigentor der Immendorfer Janis Jochem war es da also 2 zu 0 für die SG 99 ja und so läuft es so läuft das Spiel 2 zu 0 für die Andernacher Immendorfer hat es jetzt natürlich schwer Immendorfer hat es jetzt verdammt schwer muss natürlich irgendwie die Kiste nochmal drehen vielleicht Gelegenheit in dieser Situation aber das ist dann einfach auch zu abgebrüht was die Andernacher machen oder wenn wir es anders auslegen wollen zu ungefährlich zu ungefährlich was die Immendorfer ich würde es tatsächlich eher so rum machen oder so rum sagen Immendorfer zurückgelegt auf den Torhüter und schon läuft der nächste Konter Jan Havel setzt sich da gegen den Keeper durch Bande 3 0 3 0 20 der Mann mit der Rücknummer 20 war es es war also ist bei mir auf der Liste genau du hast die Liste aber es steht gar nicht auf der Liste steht nicht auf der Liste deswegen neuer Spielstand folglich 0 zu 3 jetzt noch ein paar Videos bekommen auch von der Gegenseite also direkt auf unsere Ultras gefilmt beim Supporten auch die gucke ich mir gleich mal an und dann wird es auch die auf unseren Social Media Plattformen definitiv für euch zur Verfügung geben es ist aber auch so ein bisschen sinnbildlich was wir hier gerade sehen Immendorf probiert es ein zwei Chancen haben sie ja immer wieder die sie sich da rausspielen die auch gar nicht schlecht sind aber dann das große Manko das große Problem der Immendorfer sie nutzen sie einfach nicht Andernach macht es entsprechend gut und Immendorf ist nun gefordert und das ist wieder so eine Situation du machst einfach deine Möglichkeiten nicht rein und demnach demnach kein Treffer in dieser Situation ich würde euch ja was Neues erzählen während du da noch den Router anstellst oder neue Lads aber hier passiert einfach zu wenig aktuell Immendorf versucht es zwar aber viel zu ungefährlich viel zu ungenau eigentlich warte ich tatsächlich nur auf den nächsten Konter von Andernach jetzt gab es zwar mal die Chance für die TUS Immendorf aber auch der wieder abgeblockt also Andernach macht das doch auch sehr sehr abgebrüht hier also sind definitiv eine gute Hallenmannschaft das werden spannende Spiele dann gegen Rot-Weiß und gegen Mendig ich habe eben von den zwei Favoriten gesprochen Mendig und Jan Engels mal kurz gefoult gibt auch die nächste gelbe Karte also ich habe eben von den zwei Favoriten gesprochen von Rot-Weiß Koblenz und Mendig also Andernach ist hier nicht abzuschreiben das ist eine richtig gute Hallenmannschaft und das hat auch tatsächlich was zu bedeuten in diesem Turnier du musst nicht zwingend eine erfolgreiche Saison spielen um ein erfolgreiches Hallenturnier abzuliefern also da ist Rot-Weiß genauso Favorit wie viele andere Mannschaften auch ja auch Andernach stehen glaube ich auf dem letzten Tabellenplatz genauso sieht es in der Rheinland-Liga so wie Rot-Weiß Koblenz halt in der Regionalliga auffälligster Spieler würde ich tatsächlich sagen bei Andernach ist unser Ex-Spieler Jan Engels der in der Halle immer aufgeblüht hat auch gegen den Jungen habe ich schon gespielt in der Halle immer sehr sehr stark siegt da ein Andernacher verletzt auf dem Boden Schiedsrichter scheint es gerade nicht zu interessieren nächster Schuss Versuch für Immendor auf Andernach kann blocken Time also Uhr wird gestoppt das mache ich dann genauso bei 2.46 sind wir lasse ich die Uhr noch ein bisschen weiterlaufen weil wenn es denn wieder freigegeben ist dass wir hier zeitmäßig wieder auf den gleichen Nenner kommen Daniel wir haben auch noch weitere Partien während es hier gerade hin und her geht wir sind nämlich relativ weit unten schon in diesem ersten Block angekommen gleich geht es weiter mit der Partie Eski Mülheim-Kerlich gegen FV Engels also ein richtiger Kracher wirklich ein Kracher und danach mit SG Eintracht Mendig Bell gegen die Spielvereinigung aus Kochem Notieren das immer sehr sehr viel immer sehr sehr viel oder meistens sehr sehr viel auf jeden Fall so immer noch eine Minute führt sich noch auf der Uhr kriegen jetzt nochmal den Eckball zugesprochen Ja dauert ein bisschen lang Ball wird eingerollt wollte ihn erst einschießen Andernach vielleicht jetzt mit der Konterchance Imendorf setzt aber auch nochmal nach Andernach lang nicht mehr so souverän wie noch in den Anfangsminuten die letzten anderthalb bis zwei Minuten gehören da fast schon den Immendorfern die allerdings auch noch zwei Tore erzielen müssen Erstens das und zweitens hat Andernach auch gerade eben durchgewechselt Jetzt spielen sie nämlich wieder mit der Anfangself die auch hier die Partie gegangen ist Und die ist auch wieder frei vom Tor Jan Havel legt nochmal rüber Wer hat an der Uhr gedreht halt es hier im Hintergrund Und Andernach jetzt nochmal mit der Gelegenheit aber können sie nicht verwerten stattdessen nochmal Imendorf da über Jannis Jochem und Co Aber es scheint als könnte sich hier der Rheinland-Ligist gegen den Bezirksligisten durchsetzen Die letzten 15 Sekunden laufen jetzt hier runter Jan Engels hat nochmal die Chance aber will natürlich auch nicht zu stark in den Zweikampf gehen behauptet den Ball trotzdem und macht das 4 zu 1 jetzt für die SG99 Andernach Und auch hier gewinnt der Favorit mal wieder das Spiel gegen die Turs aus Immendorf in der Live-Tabelle bedeutet das dass jetzt die SG99 Andernach mit 6 zu 2 Toren und 6 Punkten auf dem ersten Platz stehen und jetzt gibt es auch schon das nächste Spiel der FV Engels gegen die SG2000 Mülheim-Kerlich da gilt es gerade sich für mich zu beeilen ich glaube die eine oder andere Sekunde hast du noch schauen wir mal kurz zack zack und schon läuft die Party los geht's mit dem nächsten Spiel FV Engels gegen SG2000 Mülheim-Kerlich Rambazamba Ratzfatz 1, 2, 3 und schon sehen wir hier den nächsten Kracher Endstand also bei Immendorf gegen Andernach 1 zu 4 ich reiche vielleicht noch in dem Zeitpunkt die Tabelle der Gruppe B nach nach dem abgeschlossenen Spiel steht Andernach jetzt mit 6 Punkten an einem ganz ganz sonnigen Plätzchen auf Platz 1 Rot-Weiß Koblenz auf 3 Mendig 4 Kochem ebenfalls auf Platz 4 und Immendorf hat es langsam ganz ganz schwer mit einem Torverhältnis mit minus 4 auf dem letzten Platz nach 2 Spielen in der Gruppe A sieht es derzeit wie folgt aus Mülheim-Kerlich mit einem 3 zu 0 Erfolg gegen die SVLs durchaus erfolgreich gewesen die Engelser hingegen haben bei der TUS ein wenig gestolpert und nur ein 1 zu 1 rausholen können also folglich FV Engels ein wenig mehr in der ja Bringschuld ja gewinnt Engels hier wird es richtig knapp da oben ja 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 dann haben die 4 Punkte Mülheim-Kerlich 3 wir 3 Kosmos Koblenz spielt noch ihr zweiter Spiel also da ist einiges drin in beide Richtungen eine ganz ganz heiße Kiste Engels jetzt im Vorwärtsgang über Pütz ja das ist das was wir eben schon die ganze Zeit gesehen haben ja aber das Ganze macht sich natürlich auch konteranfällig ist in dieser Situation noch gut gegangen Foulspiel an Runkel geht weiter mit einem Freistoß für den FV Engels für den Oberligisten und da war der erste wirklich gefährliche Abschluss Emre Altin war es da der über den Schuss versucht wagte gibt doch jetzt den nächsten Eckball und Pütz jetzt mit dem Schuss immer wieder dieser Pütz ich möchte gar nicht sagen dass das ein Torwart ist das ist ein Schattenstürmer das ist eine Hängende die Spitzel ganz ganz überragend der hat auch keine Handschuhe an der hat keine Handschuhe an Wahnsinnsmann Wahnsinnsmann dieser Andreas Pütz in der Halle noch ohne Torerfolg Niklas Herrmann auf Stiefenhofer Marcel Stiefenhofer setzt sich da gut durch verzieht dann allerdings beim Abschluss ein wenig bleibt hier noch beim 0 zu 0 noch tasten sich hier beide Mannschaften mit starken Offensivaktionen ab boah und jetzt gibt es da die Grätsche und das muss natürlich ein Timeout geben vom Schiedsrichter und entsprechend vermutlich auch Sorge ich weiß jetzt nicht ob es da eine gelbe Karte gibt war eine Verletzungsunterbrechung auf jeden Fall aus Seiten der Hängerser erwischt Frage ist ob es jetzt eine Zeitstrafe oder ähnliches gibt warten wir einmal ab ich glaube nicht dann hätte der Schiedsrichter die bestimmt schon gezogen Stiefenhofer kann nicht weiter ausgewechselt werden auf jeden Fall gute Besserung an dieser Stelle reinkommt Hendrik Hillen und es geht weiter also das ist natürlich die große Schattenseite dieses Hallenfußballturniers ich hoffe hier passiert nicht weiter was Schlimmes ich glaube eins hat sich Dieter Pauken hier für die deutsche Postnationalmannschaft ist er aufgelaufen und hat sich glaube ich mal schwerer an der Hand verletzt oder ich glaube auch im vergangenen vorletzten oder vorletzten Jahr gab es hier sogar mal irgendwas in Richtung Kreuzbandriss oder so also ganz ganz böse Kisten jetzt kann Mülheim kommen aber das dauert wieder ein bisschen zu lange bis die Ballannahme erfolgt ist konnte den Ball einfach nicht richtig ausspielen von Kopf bis Fuß sich durchgeleitet hat und demnach geht es hier weiter ich bin mir nicht sicher ob dieser Wechsel dieser Dauerwechsel da mit Pütz den Engers dann wirklich gut tut weil mir im Kerlig ist eigentlich eine sehr sehr schnelle Mannschaft auch eine schnelle Umschaltmannschaft ja das ist natürlich immer so ein bisschen dieses Diskussionsthema wie gut funktioniert das mit dem wechselnden Torhüter eigentlich also es ist natürlich ein Vorteil wenn du einen Feldspieler mehr auf dem Platz hast weil vier Spieler können nicht einfach bei dir stehen so hast du immer einen der frei laufen kann frei laufen kann nicht gedeckt wird von einem Gegenspieler andernfalls muss man einfach sagen dass du keinen Torhüter hast oder keinen du hast keinen Torhüter du hast halt auch keine Ballverluste oder ähnliches provozieren nein das ganze muss souverän bis in den Torabschluss ausgeführt werden umso besonderer dass es hier nach fast fünf Minuten immer noch 0 zu 0 steht Andreas Pütz sucht nach einer Anspielstation Kapp der ja laut das Run.de mit der TUS in Verbindung gebracht wird Runkel jetzt mit dem Schussversuch Nachschusschance Hillen jetzt Kontersituation über Müller-Kerlich der Torwart ist im Tor das ist die gute Nachricht für Engers sogar insofern eine sehr gute Nachricht für Engers denn der Torwart pariert in dieser Szene glänzend das Spiel läuft unterdessen weiter der Mann mit der Rücke Nummer sieben der jetzt Ronaldo Kröber am Ball der auch schon einmal getroffen aber im laufenden Spiel haben beide Mannschaften noch Ladehemmungen auch etwas besonderes so viele Minuten noch auf 0 zu 0 zu spielen würde in der aktuellen Live-Tabelle bedeuten dass Engers mit zwei Punkten nicht so wirklich zum Zuge kommen würde Müller-Kerlich sich mit vier Punkten hingegen eigentlich auf einem Level mit der TUS einreihen würde also ein Unentschieden wäre jetzt tatsächlich für uns auch sei klar auch nicht so schlecht auch seit eine TUS natürlich überragend ein Unentschieden aber da warten wir erstmal ab denn vier Minuten im Hallenfußball sind eine unfassbar lange Zeit und jetzt hatte wieder May die Mahmoud Probleme und dann dieser Dropkick da aus der zweiten Reihe von Emre Cogson ohne jegliche Gefahr jetzt geht es in die andere Richtung das Spiel wird etwas flotter und die Bande wird jetzt mal eingesetzt doch nächste gute Gelegenheit pariert der Torhüter und schon ist man wieder auf der anderen Seite stark über den Keeper der Engers da gelupft das ist das 1 zu 0 für Mülheim-Kerlich die jetzt so ein bisschen davonziehen der FV Engers wird seine Probleme haben 1 zu 1 gegen die TUS 0 zu 1 gegen Mülheim-Kerlich das könnte wehtun Mülheim-Kerlich hingegen ist erneut im Vorwärtsgang denkste geht in die andere Richtung Runkel oh macht das er stark wird gefoult und gibt das den Freistoß einer der leckerbissen Timeout erstmal und es gibt glaube ich den Freistoß einer der leckerbissen in diesem Wettbewerb Runkel Jonas Runkel macht das da herausragend und wie nennt man das Zinedine Zidantrik so ist es Freistoß ausgeführt schwach ausgespielt also das kannst du definitiv mehr machen aus der Situation Spieler wird gelegt das nächste Foulspieler und wieder Timeout und es gibt eine 2 Minuten Strafe gegen ist es Madi Mahmoud ne ich glaube nicht das ist der Mann mit der Rückennummer 10 das ist Mike Schreiber und jetzt wird das Ganze natürlich eine ganz ganz andere Eigendynamik entwickeln denn Andreas Pütz ist da und jetzt hast du 3 gegen 5 Feldspieler das ist natürlich taktisch höchst interessant und Marcel Stiefenhofer der jetzt auch wieder auf dem Feld ist von den Verletzten wieder genesen Ausgleich und Mülheim Kerlich jetzt nicht mehr in Unterzahl tatsächlich das stimmt also ich glaube das war auch meine Info trifft das gegnerische Team darf ein Spieler entsprechend wieder rein ja warten wir mal ab es geht hier weiter boah was ein Bums da willst du wirklich nicht zwischen Ball und Tornetz stehen das würde dir wirklich jegliche Lebensfreude aus dem Körper prügeln zwei Minuten noch 1 zu 1 steht es hier jetzt haben wir wieder dieses Remis nur ganz kurz walte die Führung des Gastgebers der Mülheim Kerlicher nächster Angriff der Engerser Stiefenhofer kann sich nicht durchsetzen und jetzt kommt Mülheim nochmal über links Hendrik Hillen klärt da an der Bande und behauptet den Ball wollte ich sagen hat aber laut dem Schiedsrichter im Trikot gezogen also Freistoß für Mülheim Kerlich und da muss der Schiedsrichter auch so ein bisschen heiß laufen jetzt mal und sich zumindest meinungstechnisch über den Spielern durchsetzen bislang eine sehr sehr souveräne Leistung hier vom Schiedsrichter Trio dessen Namen ich leider gerade nicht hier vor Ort habe aber an dieser Stelle sei erwähnt dass die Schiedsrichter das hier wirklich überragend machen Mülheim letzte Minute beginnt auch jetzt also wir aus Schengelsicht nehmen das 1 zu 1 natürlich so mit es bleibt natürlich auch mit großem Interesse zu verfolgen wie unsere Schengel dann anschließend sich gegen die SG2000 Mülheim Kerlich durchsetzen werden Mülheim Kerlich probiert es hier nochmal versucht so ein paar Sekunden nochmal von der Uhr zu holen und jetzt sehen wir vielleicht schon den letzten oder vorletzten Angriff des Spiels Mülheim Kerlich ist auch das Liga tiefere Team das musst du auch noch so sagen aber wie gesagt Engers auf Platz 13 der 5-klassigen Oberliga Mülheim Kerlich auf Platz 1 der 6-klassigen Rheinland Liga auf dem besten Weg Oberligist zu werden aber da fehlt noch eine Halbserie hier fehlen nur noch 10 Sekunden bis das Spiel vollkommen abgeschlossen ist ist das die letzte Gelegenheit 4 Sekunden und dann fehlt der Mitspieler hat Dominik Runkel den Schiedsrichter als Mitspieler gesehen somit 1 zu 1 zwischen FV Engers und der SG Mülheim Kerlich und es geht weiter mit der SG Eintracht Mendigbell und der Spielvereinigung Auskoche so sieht es nämlich aus hier dann natürlich die Mendiger das favorisiertere Team das binden wir natürlich technisch einmal schnell alles ein beide Mannschaften wieder auf dem Platz ich sorge mal kurz 30 Sekunden für eine kleine Verschnaufspause trinke was technisch wird alles jedoch eingebunden sein wir hören uns in wenigen Sekunden wieder ein bis zwei Minuten Pause bis gleich bis zum Mal bis zum Mal bis zum Mal letzter bis zum Mal Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, Domi! Oh, Domi! Oh, Domi! Achtung! Es steht mittlerweile 1 zu 1 zwischen Mendig und Kochem, nach knapp zwei gespielten Minuten. Und die Mendiger müssen jetzt wieder liefern, Maranolu verliert er den Ball, Gegenangriff der Spielvereinigung aus Kochem, Abschluss, Tor, 2 zu 1. Mann mit der Rücke Nummer 9, Max Kusbach ist es, der hier das Spiel nach 2 Minuten 15 dreht. Und nun ist die SG Eintracht, Mendig Bell unter Zugzwang. Nach der anfänglichen Niederlage gegen Rot-Weiß Koblenz wäre jetzt natürlich die Niederlage gegen die Spielvereinigung aus Kochem. Ja, nahezu schon der Genickbruch, eine ganz, ganz ungünstige Grundkonstellation. Mendig kommt da über die linke Seite, noch ist viel zu spielen und schon steht es hier 2 zu 2. Also, Tore schießen leicht gemacht, Manuel Oster ist es, der Spieler mit der Rücke Nummer 19, der hier auszugleichen weiß. 2 zu 2, nun der Spielstand hier nach drei gespielten Minuten und das kann hier tatsächlich eine Partie werden, die die Definition des Toreschießens bei dem heutigen Turnier nochmal neu formuliert. Mendig über Ibrey Gemov. Gut gemacht, gut gemacht, ganz gefährlich. Madanulu probiert es hier nochmal mit einem Distanzschuss, aber natürlich keinerlei Probleme hier für den Keeper der Spielvereinigung Kochem. Die jetzt hier versuchen den nächsten Konter einzuleiten, natürlich meinte ich eben den Keeper der Mendiger. Die es jetzt über rechts probieren, viel Platz auf der rechten Seite, lassen die Gegenspieler gut ins leere Laufen. Abschluss und schon steht es hier 3 zu 2. Also jeder Schuss ein Treffer, wer will noch nicht, wer hat noch nicht, wer will nochmal. So ist es richtig, Ibrey Gemov jetzt mit dem 3 zu 2 schöner Distanzschuss. Und das fünfte Tor in der fünften Spielminute in dieser Partie. Mit offenem Visier geht es hier in beide Richtungen. Madanulu versucht sich hier nochmal einzusetzen, kann sich allerdings nicht durchsetzen. Mendig jetzt wieder mit Oberwasser. Machen das gut, Madanulu ist frei, aber der Torhüter grätscht gut zwischen Ball und Gegenspieler und behauptet sich so in der Defensive. Nächster weiter Ball da in die Spitze. Wieder machen es die Mendiger gut. Und geordnet lassen sich dann nicht beirren. Kochem versucht früh zu pressen mit 2 Mann in der gegnerischen Hälfte. Aber wenn du die mal überspielst, dann ist es verhältnissweise offen in der Defensive. Aber verhältnissweise bist du dann natürlich auch anfälliger. Kochem, das ist leicht, das ist zu leicht. Mann mit der Rücke Nummer 31, diesmal erfolgreich. Andreas Nikolaj mit dem Ausgleich, mit dem wiederholten Ausgleich 3 zu 3. Vielleicht nochmal gerade nachgeliefert. Gruppe A sieht derzeit wie folgt aus. Tusk Koblenz und Mülheim-Kerlich beide Tor- und Punktgleich auf Platz 1. Dahinter Kosmos Koblenz, Engers mit 2 Punkten aus 2 Spielen auf der 4. Els und Linz dann das Tabellen-Schlusslicht in der Gruppe B sieht es derzeit wie folgt aus. Andernach mit 2 Siegen aus 2 Spielen. Tabellenführer, Mendig sowie Kochem hätten jetzt in der aktuellen Live-Tabelle nach 2 Spielen einen Punkt bei einem Torverhältnis von minus 1. Das ist also die Theorie. Nun sehen wir hier nochmal die Praxis. Dreieinhalb Minuten noch zu gehen. In diesem heiß umkämpften Spiel des Rheinland-Ligisten gegen den Bezirksliga-West-Teilnehmer. Und es geht weiter. Mendig unterbindet auch diesen Angriff. Der Schuss allerdings von Madanoulu dann über das Tor. Und Kochem muss es erneut probieren. Aber Kochem spielt doch hier eigentlich ganz, ganz gut mit, wenn es hier 3-3 spielt. Das ist eine ausgeglichene Partie, Daniel. Also in den ersten 2 Minuten haben wir hier 4 Tore direkt gesehen. Jeder Schuss ein Treffer. Was Mendig halt mitnimmt, was die Kochem mal anfällig macht, ist einfach die Defensive. Der Torhüter ist halt ganz einfach kein Torhüter. 4 zu 3 jetzt für den Favoriten aus Mendig, der die Punkte ganz, ganz dringend braucht für Kochem würde. Bei aktuellem Spielstand die Luft sehr, sehr dünn werden. Wir schauen mal kurz auf den Spielplan. Den ersten Block hätten wir dann auch gleich abgeschlossen. Die ersten 10 Spiele wären absolviert. Jetzt mal kurz die Unterbrechung. 2 Minuten Strafe für den Spieler der Spielvereinigung Kochem, für Jannik Heidger. Jetzt wird es natürlich nochmal richtig schwierig. Genau so sieht es aus. Es wird schwierig, es wird haarig. Und wir schauen mal in den zweiten Block. Was für Partien haben wir da? Rheingold Rübenach gegen Rot-Weiß Koblenz. Tuss Koblenz gegen Mülheim-Kerlich. Andernach Mendig-Bell. Rot-Weiß gegen Immendorf. Engers Kosmos Koblenz. Tuss Koblenz gegen Els oder auch Rot-Weiß Koblenz gegen Andernach. Die Spiele in den nächsten knapp 2 Stunden. Das Ganze fließt natürlich nahtlos in Gruppenphasenblock. 2 über. Und Kochem probiert es jetzt nochmal. Mit dem Mute der Verzweiflung wird der Spieler da doch nochmal aus dem Gleichgewicht gebracht. Klasse Einsatz hier nochmal vom Torhüter. Der Kochem, die sich hier noch irgendwie versuchen. Und warum jetzt Mendig tatsächlich... Der wäre... Warum Mendig jetzt mit so einem offensiven Torwart spielt, ist mir so ein bisschen fraglich. Das erschließt sich mir tatsächlich auch nicht. Also taktisch unklug. Weil der macht... Also es ist jetzt nicht so... Er hat keine Handschuhe an. Also wie die anderen fliegenden Spiele halt auch. Kochem ist halt aber auch in Unterzahl derzeit. Eben, also eigentlich müsstest du jetzt den Torwart einwechseln. Die letzte Minute bricht jetzt an und das Ganze hier runterlaufen lassen. Vor allem er steht ja auch offensiv. Er ist ja nicht so, als ob er jetzt auf der Linie kleben bleibt. Der spielerische Torwart steht offensiv. Hat so ein bisschen was von einem kräftigeren Timo Werner, oder? Ja. Könnte man so... Würde ich so mitgehen. Jetzt wird es vielleicht nochmal gefährlich. Mendig nochmal hinten rum. Gut gemacht. Auf Björn Gilles nochmal. Björn Gilles. Sucht da nach einer Anspielstation. Findet sie auf der anderen Seite. Manuel Oster. Nochmal in die Spitze gelegt. Und dann der Abschluss. Allerdings nicht im, sondern am Tor vorbei. Ja, was ihr jetzt hört im Hintergrund, das ist unsere Torhymne. Falls ihr es überhaupt hört. Achso, ja, falls ihr es hört. Also wir hören es. Zombie Nation im Hintergrund. Ja, und das war es auch. SG Eintracht Mendig Bell gewinnt mit 4 zu 3 gegen die Spielvereinigung aus Kochem. Und jetzt geht es weiter mit der SVL gegen Kosmos Koblenz. Beide ist in unserer Gruppe aktiv, oder beide Mannschaften in unserer Gruppe aktiv. Kosmos Koblenz hat schon drei Punkte auf dem Konto. Also für uns wäre natürlich ein Remi das Beste, was passieren könnte. Ja, es gilt aber auch abzuwarten, wie stark Kosmos Koblenz denn wirklich ist. Bin mal gespannt, was die Inal-Brüder da jetzt wieder aufspielen. Sind aber erstmal draußen, wenn ich es richtig sehe. Man muss mich gerade beeilen. Es geht hier blitzartig hin und her. Ne, ein Inal-Brüder ist da, ein Inal-Brüder ist da, Oscan-Inal. Osan-Inal, so sieht es aus. Ja, genau, Osan. Kosmos Koblenz jetzt also gegen die SVLs. Oder gegen die SVLs. Geht schnell, geht leicht. Aber der Ball nicht im Tor. Gibt mir nochmal kurz eine Sekunde Zeit, mal auf die Gruppen zu schauen. Die Turs vorne, Kosmos Koblenz kann mit einem Sieg gegen Els alleiniger Tabellenführer nach diesem zweiten Spieltag werden. Komplettiert tatsächlich auch den zweiten Spieltag in der Gruppe A. Els macht das soweit ganz gut. Guter Angriff, wenngleich der Ball auch noch nicht im Tor ist. Els nach der 0 zu 3 Niederlage gegen Mülheim-Kerlich. Eines der wenigen, vielleicht sogar das einzige Team in diesem Wettbewerb noch ohne eigenen Treffer. Und in der Gruppe B sieht es derzeit wie folgt aus. Andernach solider Tabellenführer rüber nach gegen Rot-Weiß. Das sehen wir gleich noch. Beide Teams mit einem Auftaktsieg gestartet. Also wer sich da absetzen kann, dann kristallisiert sich da schon so ein bisschen vielleicht. Zumindest eine obere Tabellenhälfte aus der Gruppe. Also ringt Els hier Kosmos Koblenz ein Unentschieden ab. Dann haben wir tatsächlich mit diesem Sieg eben richtig, richtig viel Arbeit geleistet. Denn dann schmerzt die Niederlage gegen, das Unentschieden gegen Engels gar nicht so sehr. Die direkten Aufeinandertreffen, die haben wir natürlich auch noch. Und demnach kommt es immer auf die direkten Vergleiche an. Aber was rede ich von dem Unentschieden? Da wurde die Punkte Klaus und wie auch immer. Das wird sich erst im Laufe des Turniers noch zeigen. Dafür ist es jetzt zu früh, irgendwelche Prognosen, irgendwelche Zahlenspielchen hervorzubringen. Ja, was rede ich auch von Unentschieden? Kosmos Koblenz führt nämlich schon mit 1 zu 0. Ja, Torschütze war der spielende Torwart Marcel Wehr im Klasseabschluss da ins obere Tordreieck der Ex-Schengel. Mit seinem ersten Torerfolg. Und die Elzer, die werden es jetzt natürlich zunehmend schwer haben. Und da ist er, der Torhüter der SV Elz, der Mann mit der Rücke Nummer 12. Simon Kaiser, der im ersten Spiel so herausragend gehalten hat. Aber jetzt sehen wir auch das erste Tor in diesem Turnier für den SV Elz. Plötzlich steht es nur noch 1 zu 1. Und der Kreis Oberligist aus Hessen ist jetzt auch endlich mit dabei. Ausgleich, zweieinhalb Minuten gespielt. Hast du den Torschützen mitbekommen? Ich glaube, das war die Nummer 14, oder? Das hätte ich auch so gesehen, ja. Kosmos Gruppel Ends jetzt. Ozan Inal, der jetzt rausgeht, hat und auch den Schussversuch, aber auch deutlich, auch da deutlich übers Tor. Und das war ein schlechtes Zuspiel vom Torhüter. Oh, da legen sich die Elzer den Ball fast selbst rein. Können allerdings noch mal durchatmen. Zumindest in dieser Situation. Nächster Versuch und nächstes Tor. Diesmal war es das. War es der Spieler mit der Rücke Nummer 14 für den FC Kosmos Koblenz. Der hier zum 2 zu 1 schraubt. Marcel Bär geht da wieder ins Sprintduell mit dem Spieler der Rücke Nummer 14. Und Kosmos Koblenz können sie jetzt auf 3 zu 1 erhöhen. Das ist Gianni Nal. Ehrlich sieht es auf jeden Fall aus. Legen den Ball aber nochmal zurück, aber warten wir jetzt erstmal ab. Jetzt kommt wieder der SV Elz über die andere Seite, der Torschütze. Das ist so 5% fehlen mir bei den Elzern noch, bis da so ein paar Angriffe wirklich gut ausgespielt werden. Das sind so die letzten Pässe. Genau, die letzten Pässe. Und dann bist du halt frei vom Tor. Und dann ist das immer noch mal eine Nervensache. Klar, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber spielerisch fehlen da so in etwa 5%, um den letzten Pass nochmal durchzustecken. Ja, den fehlen aber auch so ein bisschen, dass du den Ball nochmal am Spieler vorbeilegst. Ja, das was die meisten anderen Mannschaften hier in der Halle macht. Ich weiß nicht, ob das eine technische Prämisse ist oder einfach an den Hallenfußballbedingungen jetzt letztlich einfach liegt. Aber Elz muss wachsam bleiben. In erster Linie muss Elz hier tatsächlich auch gewinnen. Und das ist jetzt der Matchball. Zumindest, was den zwischenzeitlichen Ausgleich angeht. 2 zu 2. Der Matchball zur Halbzeit, so kann man es sagen. Denn die SVL trifft in der fünften Spielminute zum 2 zu 2. Aber jetzt Kosmos Koblenz direkt schon wieder mit dem nächsten Schuss. Die sind brandgefährlich, ne? Offensiv sind die brandgefährlich. Schnörkellos, schnurstracks nach vorne und mit Wumms. Das ist so ein bisschen das Offensivspiel von Kosmos Koblenz, was durchaus als positiv zu bewerten ist. Das Spiel ist derzeit unterbrochen, indirekter Freistoß. Aufpassen, höchste Alarmbereitschaft. Ball wird ausgeführt, aber am Tor vorbei. Der Abschluss da von Can Diener. Nächster Angriff der Elza. Ich habe gerade so ein bisschen abgewartet, ob der Ball denn überhaupt den Fuß des Elza-Spieler findet. Aber technisch dann doch ganz gut gemacht eigentlich. Ja, den überhaupt anzunehmen und aufs Tor zu bringen, ist die eine Sache. Wenn du den aufs Tor bringst, dann spielst du Profifußball. Prinz. Das machen die Kosmos Koblenz. Ist schon die bessere Mannschaft. Also obwohl es hier 2 zu 2 steht, ist Kosmos Koblenz schon die bessere Mannschaft. Das kann man so festhalten. Wieder kommt der Ball zu Fatih Salaschi. Der ist da mal probiert. Schwierigkeiten beim Torhüter. Und jetzt, ja. Was sagt der Schiedsrichter? Gebt kein sieben oder neun Meter. Im Zweifel für den Stürmer, hätte ich da gesagt. Glück für den SV Elz. Nächste Probleme, kleinere Probleme in der Ball-An- und Mitnahme. Immer wieder wird da Hermann Habter abgesucht. Unsere Schengel gehen jetzt auch wieder von der Tribüne in die Kabine, packen ihr Trikot ein. Denn in knapp, ich glaube, einer halben Stunde oder so, oder? Ja, weniger, weniger. Um 13.54 Uhr sollten unsere Schengel wieder spielen. Gleich haben wir nämlich noch ein ganz interessantes Lokalduell, was auf uns wartet. Der Bezirksligist FV Rübenach gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz. Also, Gruppe B, ganz, ganz interessante Paarung. Ich bin erstmal hier gespannt, was die Teams denn machen. Denn wie gesagt, das 1 zu 1 wäre das 2 zu 2. Also ein Unentschieden wäre das Gute, was uns hier, das Beste, was uns hier passieren könnte. Ja, das ist generell schön, wenn sich beide Teams immer gegenseitig die Punkte wegnehmen und du dann der lächelnde Sieger bist. Man muss aber auch sagen, Platz 1 oder Platz 2, das wird früher oder später auch ein taktisches Geplänkel werden, was da letztlich auch mehr Sinn macht. Wer da auch dann letztlich der Gegner wird. Und so eine Chance nicht zu machen. Ja, 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 ja. Da geht es auch durch die Halle. Wai, oh, wai, oh, wai. Ja, den musst du machen. Ganz klar, das ist auch ohne Umschweife. Wenn du so das Spiel dann letztlich nicht gewinnst, dann darfst du dich auch nicht wundern. Ja, ja. Da wirst du als ausführender Stürmer auch schlecht schlafen. Zack. Zack, 3-2, sofort bestraft. So geht Hallenfußball. Vorne machst du die hundertprozentige nicht, hinten bekommst du die Gewittung. Ja, völlig zu Recht. Wenn du so ein Ding vorne nicht machst, dann darfst du dich wirklich nicht wundern. Denn Kosmos Koblenz ist hier wirklich ein guter, eine gute Hallenfußballmannschaft. Und bestrafen das Ganze, wie du es gerade schon gesagt hast. Jetzt gucken wir mal die letzten, ja, 1,20 Sekunden, ja. Wir sind noch auf der Uhr, ob der SVL jetzt noch irgendwas bewirken kann. Sonst zeichnet sich auch hier eine leichte Tendenz ab, mit wem in diesem Turnier noch zu rechnen ist und mit wem nicht. Angriff kommt. Handspiel wird heute hier nicht so wirklich geahndet im Strafraum. Das ist auch so ein bisschen eine Frage der Moral. Wie motiviert wird man dann sein, nachdem man die ersten zwei Spiele verloren hat? Geht man dann nochmal auf die Alles-oder-Nichts-Mentalität? Ja, ich glaube schon. Versucht es? Oder lässt man dann, oder lassen einzelne Spieler dann auch schon die Köpfe etwas hängen? Ja, aber du spielst dann auch noch gegen Tusk Koblenz. Was ja auch kein... 4 zu 2, Kosmos Koblenz. Ja, also das Ding ist hier durch. Kosmos Koblenz gewinnt und steht... Ich weiß nicht genau, ob auf der... Tabelle auf Platz 1. Natürlich, auf dem Tabellenplatz 1 haben wir zwei Siege eingefahren. Für uns auch natürlich ein bisschen schwierig, alles im Kopf zu behalten, aber dafür hast du ja die Tabellen vorbereitet, die ihr gleich nach dem Spiel auch noch zu sehen bekommt. Und die letzten fünf Sekunden im Spiel laufen, die SVLs verliert auch ihr zweites Spiel. Somit ist unser Spieltag 2 abgeschlossen. Und jetzt gibt es schon direkt die nächste Begegnung. Tusk Rot-Weiß Koblenz gegen den FV Rübenach. Ja, und dann muss ich in den Einstellungen alles möglichst schnell einbinden. Für mich nochmal kurz die Zeit, was zu trinken. Nimm sie dir, mein Bester. Denn gleich geht es hier brisant weiter. Die Partie wird in wenigen Sekunden freigegeben. Und zwar genau jetzt. Zehn Minuten Bezirksliga gegen Regionalliga. Das so ziemlich krasseste Duell an diesem Turnier. Bislang drei Klassen Unterschied zwischen Rot-Weiß Koblenz und dem FV Rübenach. Der sich ja, ich glaube, in der zweiten Runde des Rheinland-Pokals der Tusk nicht nur ein Bein gestellt hat. In der 90. Minute zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt hat. Und dann wenige Sekunden später hat die Tusk in der Regenschlacht in Rübenach dann doch noch das 2 zu 1 erzielt. Ich glaube, Kefabitz war es. Felix Kefabitz, der goldene Torschütze. Das 1 zu 0 hat damals Amoudou Abdullai erzielt, der uns ja übrigens im Winter verlassen hat. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die Meldung aus vergangenen Freitag. Goalgetter Amoudou Abdullai, der Stürmer unserer Tusk, hat leider aus privaten Gründen die Segel gestrichen. Und mit der Tusk im Herzen sich dann doch verabschiedet und seinen Lebensmittelpunkt... Ja, wird er in Trier suchen, wird sich da auch in der Umgebung... In Nebel, in Triers. ...ein Verein suchen. Vielleicht in Luxemburg, vielleicht sogar in Trier, vielleicht auch bei der Trierer Eintracht. Dann würden wir ihn dann auch das ein oder andere Mal sehen. Die suchen ja noch einen großgewachsenen Stürmer. Amoudou Abdullai wäre da gerufen gekommen. Jetzt der Angriff der Rot-Weißen über die linke Seite, Mainat, nochmal auf... König, König, wieder ist es Mainat. Das ist schon geordnet, was die Rot-Weißen da spielen. Was die Tabelle angeht, in der Gruppe B sieht es übrigens wie folgt aus. Rot-Weiß könnte mit einem Sieg ebenfalls die Sechs-Punkte-Marke erreichen. Aber ebenso steht es natürlich auch beim FV Rübenach, die sich auch durchsetzen konnten. Ja, Weidenbach versucht es da ein bisschen zu schön. Ja, Rakiri, 1, 2, 3 und schon ist der Ball wieder weg. Ah ja, Mainat hat ihn jetzt aber wieder. Und setzt den Schuss Alexis Weidenbach mit der Nachschusschance. Wird da aber entsprechend gestört von Alexander Fischer. Kaderliste vom FV Rübenach können wir übrigens jetzt auch nachreichen. Die 1, Tobias Ost. Memetrug Flammar mit trägt die 8, Pascal Thimmans die 6, Noah Quirin die 5. Kuschriam Zuka die 16, Alexander Fischer die 21, Heinrich Dames die 24 und Kevin Schenk die Nummer 12. So sieht es aus. So steht es geschrieben. Und jetzt müssen die Rübenacher diesem Angriff der Rot-Weißen überstehen. Das tun sie auch. Übrigens könnt ihr dem Video gerne, gerne einen Daumen nach oben geben. Ich glaube, wir haben jetzt um die 150 Live-Zuschauer. Also like das Video sehr, sehr gerne. Denn ich glaube, 8 Stunden Hallenfußball am Stück. Und hier geht es wirklich Stück auf Stück. Also wir haben ja kaum eine Pause beim Kommentieren. Hatten wir so noch nie. Ja, mein Hals hat schon erstere, leichtere Blessuren zu verzeichnen. Ja, solange wir zum Finalspiel noch die Stimmen haben, ist ja alles in Ordnung. Haben noch 6 Minuten 25 auf der Uhr. Und der Favorit, Rot-Weiß Koblenz, hat immer noch nicht das 1 zu 0 geschossen. Kriegen jetzt aber, glaube ich, einen Eckball. Alexis Weidenbach. Ne, wollte ausführen, wird aber ausgewechselt. Rot-Weiß mischt einmal komplett durch. Und es bleibt hier weiterhin noch beim 0 zu 0, auch wenn 4 Minuten schon gespielt sind. Die Rübenacher machen das doch relativ beachtlich hier in der Anfangsminuten. Rot-Weiß jetzt. Das Team mit den deutlich größeren Spielanteilen. Auf Mohamed Aradou. Jetzt derzeit so ein bisschen die zweite Garde, die Jugend am Ball. Mit Ausnahme von Hervoje Winczek. Der da seine Anspielstation sucht und auch findet. Ihr könnt ja gerne auch mal im Chat mitdiskutieren, was ihr denn zum Abgang von Amudou Abdullai sagt. Und wen ihr vielleicht sogar als Nachfolger seht bei unseren Schengeln. Ja, Jonathan Kapp war ja so ein Kandidat vom FV Engers, der in den Medien als Gericht kursierte. Oder auch Lukas May vom TUS Main. Die ist allerdings alles Spieler erst für die kommende Spielzeit. Ich glaube, Amudou Abdullai war vielleicht sogar ein ungeplanter Abgang. Das muss entsprechend kompensiert werden. Aber deshalb gerne mitdiskutieren, einfach mal in den Kommentaren einen Namen reinwerfen. Ich wollte gerade sagen, unsere sportliche Abteilung wird da mit Sicherheit Bescheid wissen. Rund um den neuen Sportvorstand, um Admir Softic und dem neuen Präsidium. Das Trainerteam, Arnold Xhaka, wird in Sicherheit einige Spieler auf der Liste haben. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an den neuen Vorstand, den neuen Präsidenten Christian Kray. Den neuen Vizepräsident Nils Lapan. Es ist ja viel, viel passiert. Aus offizieller Sicht nicht machen. TUS hat nämlich einen neuen Vorstand. Präsident Christian Kray, Vizepräsident Nils Lapan. Finanzvorstand Dr. Thomas Drüsch. Jugendvorstand Oliver Pfeils. Kommunikationsposten, Vorstandsposten für die Kommunikation übernimmt Stefan Blaufelder und eben für das sportliche Admir Softic jetzt am Ball, an der Feder, schriftführend. Also da gutes Gelingen. Und ja, ich denke mal, da kann schon was Geiles entstehen mit dem Team. Da bin ich mir sicher, dass das neue, junge, dynamische Truppe sein wird, die viel bewirken kann. Ein Wurf jetzt für die Rot-Weißen. Rübenach macht das bis hierhin richtig stark. Also die halten Rot-Weiß wirklich im Schacht. Und 0-0 für Rübenach, das wäre überragend. Das wäre wirklich überragend. So kannst du eben die Rot-Weißen ins Wanken bringen in dieser Gruppe B. Aber 0-0 ist eben nur ein Angriff entfernt. Genau so ist es. Das hat gerade dieser Schuss von Winczek und jetzt der Schuss von Simon Scheider herausragend bewiesen. Die letzten drei Minuten laufen. Rot-Weiß jetzt nochmal. Gelbe Karte jetzt einfach für Alexis Weidenbach. Weil, glaube ich, der Mitspieler noch nicht draußen war. Für den er eingewechselt wurde. Geht weiter mit einem Spreistoß für Rübenach. Ich weiß gar nicht, ob es eine Kartenregel hier gibt. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit wird es die geben. Das ist kein Harakiri-Turnier, der in die 23. Auflage eines Fußballturnieres geht. Der wird sich da über die Jahre auch schon ein, zwei Überlegungen gemacht haben. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, es gibt sogar ein Regelblatt, was eben hier mal verteilt wurde. Ich habe es aber noch nicht zu Augen bekommen. Okay. Falls ich das sehe, reichen wir das definitiv noch nach. Nächster Angriff der Rübenach wollte ich gerade anstiften. Wincheck macht das aber gut. Sehr talentierter Torwart. Spielerisch. Zwei Minuten, zwölf Sekunden noch. Und das könnte die Gelegenheit sein. Meinert legt nochmal quer. Das ist tatsächlich wieder ein wenig zu kompliziert gedacht. Ein wenig zu kompliziert gemacht. Jetzt können die individuellen Fehler für den Unterschied sorgen. Es ist in dieser Situation zumindest nochmal gut gegangen. Tobias Ost will natürlich auch nicht gegen seinen Ex-Verein verlieren. Das kommt ja. Stimmt. Das kommt ja auch noch hinzu. Langjähriger Rot-Weißer gewesen. Tobias Ost im Kasten. Der Rübenacher gibt hier sein Möglichstes, sein Bestes. Ein 0 zu 0. Jetzt auch wahrscheinlich für ihn ein kleiner Sieg gegen den vermeintlich großen Regionalligisten. Also Wincheck, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut als Keeper da. Hatte ja in der laufenden Spielzeit ganz, ganz viele Unsicherheiten gehabt. Immer mal wieder gepatzt. Aber dann auch durchaus gute Momente zeigen können, der kam ja auch von Stadtallendorf, hat dort zwei Jahre in der Regionalliga gekickt. Der weiß natürlich, wie man als Torwart zu agieren hat. Und er hat eben auch diese sportliche Klasse, dieses fußballerische Talent, um auch in einem Hallenfußballturnier zu brillieren. Das hat sich schmerzhaft angehört. Ja, ich glaube, ist aber tatsächlich wieder alles in Ordnung, beziehungsweise nicht allzu schlimm. Spiel auf jeden Fall weiter. Ja, für Rot-Weiß ist es natürlich auch eine Sache. Die gehen als Tabellenletzter jetzt in die Rückrunde rein in die Regionalliga. Jetzt gucken wir nochmal auf die letzten 30 Sekunden. Und die TOS-Fans schwören sich hier jetzt nochmal ein. Denn die nächste Partie, die wir begutachten werden, wird die Partie TOS Koblenz gegen SG Mühlein-Kerlich sein. Also, so ein bisschen nochmal die Favoriten. Nochmal ein Timeout, nochmal ein Timeout gerade bei 22,7. Wir sind eh noch ein bisschen drüber. So, Windcheck jetzt nochmal. 15 Sekunden haben wir noch. König, und er macht das Ding für Rot-Weiß Koblenz. In Last-Minute-Treffer, Last-Second-Treffer möchte ich schon fast sagen. Rot-Weiß, wie schon gegen Mendig, mit dem Glück des Tüchtigen zum 1 zu 0. Drei Sekunden noch auf der Uhr, kann Rübenach noch was machen. Und Tobias Ostner mit einem Fernschuss vielleicht. Ne, das war's. Das war's. Rot-Weiß Koblenz gewinnt hier mit 1 zu 0 gegen den FV Rübenach. Und jetzt gibt es hier die nächste große Partie, nämlich die TOS Koblenz gegen die SG 2000 Mühlein-Kerlich. Und das wird eine richtig, richtig heiße Angelegenheit. Während unsere Jungs sich jetzt gerade fertig machen, gibt es eine sehr, sehr schöne Klatschchoreo hier. Auch das wird gerade von mir gefilmt und wird es gleich bei Instagram geben. Ich hoffe, unsere Schengel werden wieder so beginnen wie eben. Marc Richter, Dominik Fuß, Leon Waldminghaus, Nonaka und Woloshin. Never change a winning team, lieber Daniel. Das wird sich das Trainerteam der TOS wohl in dieser Situation denken. Deshalb sitzen wir auch meistens zu zweit hier. Und da sind sie, die TOS-Fans. Ach, ist das schön. Partie läuft. Schengel in den gelben Trikots. Und Mühlein-Kerlich in blau-weiß. Das ist natürlich so ein bisschen das Duell der Gruppenfavoriten. Also wer sich hier durchsetzt, hat allerbeste Karten. Beide Teams haben schon gegen den FV Engers gespielt, haben sich relativ gut durchgesetzt. Mit einem jeweiligen Unentschieden. Jetzt wird das hier eine spannende, spannende Kiste. Auf Waldminghaus stark reingegrätscht da. Und jetzt Marc Richter vielleicht mit dem... Oh, mit dem Konter, Nonaka da mit dem Lupfe, aber deutlich zu weit. Schmunzelt da auch ein wenig. Der Milam-Kerlich hier jetzt direkt mit dem mitspielenden Torwart, glaube ich. Allerdings hat er trotzdem Handschuhe an. Boah, Dominik Fuß. Ich möchte mal ganz kurz nochmal nachliefern. Gruppe B, Tabelle sieht jetzt so aus. Andernach auf 1, Rot-Weiß auf 2. Mendig, Rübenach dann auf 3. Ohne Punkte nach zwei Spielen. Immendorf und Kochem. Mein Fehler ist, dass Rübenach natürlich auch schon zwei Spiele absolviert hat. Wir schauen uns mal auch gleich unsere Tabelle an. Unsere Grundkonstellation. Dominik Fuß jetzt schön mit der Bande gespielt. Den Fuß, gut den Fuß hat Zwischinger. Paul an Marc Richter. Das Spiel läuft weiter. Erstmal den Wechsel unserer Schengel auch einmal durchmischen. Jetzt kommen die jungen Spieler. Nur Waldminghaus bleibt auf dem Hallenbogen. Platz und Nunaka. Nunaka ebenfalls. Und wir haben jetzt einen mitspielenden Torwart, Marcel Wingen da. Also, Luka Wodoschin draußen. Nunaka probiert es hier mal. Ball über das Tor. Mal kurz an den Kameramann. Einmal von links nach rechts durchschwenken. Ganz schnell. Kurz an den Kameramann. Einmal komplett durchschwenken. Wie viel denn hier eigentlich los ist in der Halle. Es geht weiter mit einer Ecke. Von der linken Seite. Waldminghaus. Auf Tariq Abade. Der verliert da den Ball. Es geht schnell in die andere Richtung. Ja, Pauluschin ist wieder drin. Im Tor. Sensationelle Kulisse hier bei diesem Sester Hang-Up. Abade. Nunaka. Auf Tariq Abade. Starkes Zusammenspiel. Machen sie gut. Waldminghaus hat die Chance. 1 zu 0 Leon Waldminghaus. Wichtiges Tor. Der Alter direkt über die Werbebande. Klasse gemacht hier von unserem Youngster. Zweites Turniertor von ihm hier. Und die Führung zum 1 zu 0. Schengel wäre jetzt in der Live-Tabelle nach drei Spieltagen mit sieben Punkten bestens ausgestattet. Mülheim Kerlich muss jetzt natürlich kommen. Und das tun sie über die linke Seite. Waldminghaus trägt wieder raus. Dafür Marc Richter jetzt im Spiel. Oh, da ist das 1 zu 1. Traumhafter Schuss. Traumhaftes Tor hier vom Mann mit der Rücke Nummer 9 von Ronaldo Kröber, der auch sein zweites Turniertor hier erzielt. Jetzt wieder mitspielender Torwart mit Marcel Wingender. Richter tanzt sich da mal durch. Und jetzt wird es hier wieder ganz gefährlich. Aufpassen, Schengel. Gut gemacht. Gut gemacht. Wingender. Jetzt der Gegenangriff der Schengel. Abschluss von Abade. Jetzt Wolloschin wieder im Kasten. Und Waldminghaus kommt jetzt rein für Abade. Und Waldminghaus, der beißt, der Terrier. Ja, der hat Bock. Das sieht man, der brennt, der Junge. Fünf Minuten 20 sind es noch auf der Uhr. 1 zu 1. Wie schon zuvor für beide Mannschaften im Spiel. Gegen den FV Engers steht es hier noch. Remi. Aber Wolloschin kann sich hier auszeichnen. Macht das gut. Auf Marc Richter. Wolloschin den Ball. Ja, wichtig. Einfach mal nach vorne zu spielen. Waldminghaus. Ball mal ein bisschen beruhigen, Marc Richter jetzt. Es weist jetzt Wolloschin an, rauszugehen. Und will jetzt Marcel Wingender, den spielenden Keeper, mitnehmen. Und Wingender macht das gut. Abschluss. Waldminghaus. Drittes Saisontor von Leon Waldminghaus. Oder drittes Turniertor, besser gesagt. Drittes Turniertor. Drittes Saisontore hat er auch in der laufenden Spielzeit. Aber die in der Oberliga. Und die hat mal so gar nichts mit diesem Turnier hier zu tun. 2 zu 1 für die TUS. Der Kerl, ich muss jetzt ein bisschen mehr machen. Und da hat sich tatsächlich das System so ein bisschen ausgezahlt. Wingender mit dem Abschluss. Und der Abpraller kann Waldminghaus dann verwerten. Gut gemacht in dieser Szene. Richter übernimmt jetzt auch eher den intensiveren Part. So, jetzt haben wir es aber. Nunaka, Konterchance. Dominik Fuß. Wieder ist es Nosomo Nunaka. Der Ball wird noch im Spiel gehalten. Fuß ausgelegt. In der Defensive der Mülheim-Kerliger. Machen das. Ordentlich kommen über links. Nunaka wird abgehakt. War das knapp. Naja, Luca Wolloschin kann da mal durchatmen. Und überlässt Marcel Wingender das Spielgerät. 3 Minuten 30 sind es noch. Das Ergebnis wäre überragend. Denn auf die Punkte kommt es in erster Linie an. Und angesichts der kommenden Gegner unserer TUS, SVLs und TUS Immendorf genauso wie Kochem, wären das natürlich Big Points. Boah, Nunaka steckt er durch. Und da ist der Mann mit der Rücke Nummer 10. Jonas Kretz, der sich da leider nicht durchsetzen kann. Aber Richter macht das stark. Behält den Ball da im Spiel. Und bekommt... Naja, kriegt den Freistoß völlig zurecht. Drei Minuten noch auf der Uhr. Wieder zurück auf Wingender. Xhaka und Softic beobachten das mit Argus-Augen. Und zeigen auch nochmal an. Jetzt ruhig spielen, Männer. 2 Minuten 50 sind es noch. Der Fansupport ist genial. Als würdest du hier im Rheinland-Pokal gegen die Trierer Eintracht spielen. So laut ist das hier. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Auch für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, alles auf Instagram zu sehen. Wir haben einiges eingefangen. Über das Tor. Genau. Instagram TUS unterstrich Fanradio. Da heißen wir, falls ihr uns generell noch nicht kennt. Ähm, ja. Viel, viel TUS. Sämtliche Heimspiele, Aussettspiele der TUS, die wir haben übertragen sind. Und eben auch solche Veranstaltungen wie den Sesse Hang Cup. Wer uns noch nicht abonniert, wer uns noch nicht folgt, kann das gerne auch jederzeit tun. Waldminkhaus jetzt. Auf Hade. Tariq Abade, ja. Kann er mal rüberlegen, vielleicht Abade. Und Waldminkhaus. Und Tor! Mit seinem vierten Turniertreffen. 3 zu 1. Leon Waldminkhaus entwickelt sich hier mehr und mehr zum Matchwinner. Ich glaube, das ist das dritte Tor in diesem Spiel. Dreimal Leon Waldminkhaus. Der Terrier, er beißt wieder zu. Und jetzt hat Mülheim-Kerlich natürlich einen ganz schönen Brocken da zu bearbeiten. Zwei Tore gegen diese TUS-Mannschaft. Die beißt, die kratzt, die geil ist. Das ist natürlich schwer. Das ist ganz, ganz schwer. Und schon sind sie da. Wie die Sonne, die dich in den Sommerstunden umhüllt. Es ist hier die gelbe Wand, die gelbe Defensivwand, die den Spieler hier einheimsen. Umdecken. Wingen da jetzt. Wieder auf Richter. Kapitaler Bogta. Und das macht Wingen da herausragend als Torhüter. Finkt den Ball da ab. Und jetzt Platz auf außen. Dominik Fuchs. 4-1 für die Schengel. So sieht es aus. 4-1. Überragende Leistung hier. Und das riecht nach der Tabellenführung. Eine Minute, die hier noch zu gehen ist. Dominik Fuchs jetzt auch mit seinem ersten Turnier-Treffer. Jetzt mit dem Kellig nochmal im Zusammenspieler mit der Bande Schengel gehen hin. Nee, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. So eine kleine Meinungsverschiedenheit. Timeout. Nochmal die letzten 15 Sekunden. Ich lasse jetzt einfach mal laufen. Kriegen die zwei Spieler jetzt noch gerade einen mit. Aber das Ding haben wir gewonnen. Dank dem Matchwinner Leon Waldminghaus. Der das überragend gemacht hat. Wirklich überragend. Ja, verzeichnet jetzt schon vier Turnier-Treffer. Noch fünf Sekunden jetzt auf der Uhr. Wie dann, kann ich versuchts nochmal mit einem Fernschuss? Aber das Ding ist jetzt gegessen. Woloschin schießt nochmal auf die Tribüne. Und dann haben wir gewonnen. Und das bedeutet, in der aktuellen Live-Tabelle sind wir Tabellenführer mit sieben Punkten. Und auch wohlgemerkt drei Spielen. Es geht weiter mit der Partie SG 99 Andernach gegen die SG Mendig Bell. Und damit tauchen wir wieder in die Gruppe B ab. Unsere Schengel können mehr als zufrieden sein. Überragend, was sie hier abliefern. Die beiden Favoriten Engers und Mülheim-Kerlich schon bespielt. Dazu auch noch den VfB Linz. Elz und Kosmos Koblenz warten hier noch. Und wir schauen mal jetzt in die Gruppe B, was da so der Stand der Dinge ist. Zwei Spieltage haben wir absolviert. Das müssen wir schnell machen. Das geht hier schon gleich los. Und zwar genau jetzt. Da muss ich mal ganz kurz springen. In den Applikationen. 0 zu 0 steht es hier natürlich noch. Uhrzeit läuft. Selbstverständlich. Aber die Mannschaften müssen sich hier noch ändern. Ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, was Andernach da macht gegen Mendig. Jan Engels wollte da so einen kleinen Seitfallzieher bringen. Ist aber, lag dann nur auf dem Boden. Hat die Ball nicht getroffen. So. Für euch vielleicht auch nochmal, wie geht es jetzt weiter in dem mittleren, in dem Mittagsblock. Ja, Partie 13 haben wir gerade gesehen. Bei Partie 14 sind wir noch gleich. Rot-Weiß noch gegen den Immendorf. Rot-Weiß gegen Andernach. Die TUS noch gegen Elz. Engels, Kosmos, Koblenz. Da sind auch viele coole, spannende Kracher dabei. Jetzt allerdings voll im Fokus auf die Partie Andernach gegen Mendig Bell. Denn hier haben wir auch zwei R-Klassen, höhere Teams auf dem Vinylboden. Ist das überhaupt Vinylboden? Ich habe keine Ahnung. Und Kunststoff, nennen wir es einfach Kunststoff. Hallenboden. Auf dem Hallenboden. Richtig. Denn die Mendiger befinden sich in der oberen Tabellenhälfte der Rheinland-Liga. Daniel, weißt du genau, auf welchem Platz die Mendiger sind? Auf Platz 6, ja. Auf Platz 6. Und die SG Andernach bildet derzeit das Schlusslicht in der Tabelle. Wie gesagt, eben angezeigt Andernach auf 1, Mendig auf 3. So ein bisschen verkehrte Fußballwelt. Aber wir haben heute schon gelernt, dass das absolut gar nichts zu bedeuten hat. Bei uns wurde noch im Check geschrieben, Lautaro Martinez soll kommen. Der Name sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Lautaro Martinez spielt bei Atlanta United und ist mit diversen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Das sagen wir wirklich nichts. Ist einer der populärsten Spieler auf dem amerikanischen Markt. Und ich sag dir, in einem Jahr wird dir der Mann definitiver sagen, wenn er auch in den europäischen Top-Ligen unfassbar viele Tore erzielen wird. Bekannt ist er übrigens durch seinen besonderen Elfmeter-Anlauf geworden. Er springt immer kurz, ganz kurios. Wenn er dann einen Elfmeter ausführt. Eine ganz, ganz bekannte Persönlichkeit. Madanou. Madanou jetzt mit dem Dropkick. Mit dem Volley wollte ich da schon fast sagen. Das war ja mehr als ein Dropkick. Das war wirklich ein Volley von Mustafa Madanoulu. Leider zu zentral auf den Torhüter. Und schon steht es hier 0 zu 1. Ich wollte gerade sagen, es wird hier etwas ruhiger. Sportlich. Denkste. 0 zu 1 für die SG Eintracht Mendig Bell. Und das würde es natürlich spannend machen. Denn die Mendiger hätten, wenn es denn hierbei bleiben würde, sechs Punkte. Genauso wie die anderen nachher. Und eben auch die Rot-Weißen. Aber das ist Jan Havel per Kopf. Das ist das erste Kopfballtor in diesem Wettbewerb. Und wer, wenn nicht Jan Havel, erzielt es hier. Schon geht es in die andere Richtung. Ausgleich also. Manche sehen den Abgang von Scala gar nicht so dramatisch. Kefferbitz sollte ihn ersetzen im Sturm. Knob ist ja auch noch da, wird geschrieben. Also wir haben zwar zwei Stürmer. Allerdings, wenn man mit Verletzungen zu kämpfen hat, kann das auch richtig eng werden. Das kann dünn werden. Das ist zu dünn. Also ich denke auch. Also ich sage, da sollte noch jemand kommen. Ich glaube auch, Abdoulaye wird einer der Spieler sein, die in der Gehaltshierarchie vielleicht eher zu den besser bezahlten Spielern gehört. Und demnach könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da jetzt auch einiges am Budget vielleicht frei geworden ist. Natürlich alles spekulativ, alles Spekulation. Im Vorfeld meinte ja Jacka sowieso, dass es zwei, drei Neuzugänge geben soll. Ich glaube, so hat sich diese These auch einfach nochmal verschärft. Ich denke nicht, dass man mit Knob und Kefferbitz in die Spielzeit gehen wird. Vor allem, weil auch ein Arnel Jacka meist auf ein 3-5-2-System setzt. Und eine Doppelspitze ohne Alternative. Es geht halt nur dann, wenn du ein absolutes Ass aus der Jugend hochziehen kannst. Und auch das ist halt mit einem gewissen Risiko behaftet. Ja, vor allem Skala ist natürlich auch nochmal vom Körperbau her ein sehr, sehr krasser Spieler gewesen. Ja, ja, ja. Ach, ich verwechsel Lautaro Martinez mit Josef Martinez. Dann Lautaro Martinez, Spieler von Inter Mailand, auch Stürmer. Also Josef Martinez, Atlanta United, Lautaro Martinez, Inter Mailand, wenn ich mich nicht täusche. Ich kenne mich ja ein bisschen aus. Timeout erstmal. Wirklich, die Nachnamen auf dem europäischen Markt können dann für ein paar Stocker sorgen. Fünf Minuten gespielt, weiterhin Zwischenstand 1 zu 1. Jan Engels kriegt jetzt nochmal einen oder anderen Takt da mit vom Schiedsrichter. Beschwert sich da allerdings auch. Ist so ein kleiner Hitzkopf auch, tatsächlich. Also habe ich eben schon beim ersten Spiel von Andernach gesehen. Wurde da gefoult, dass er direkt aufgesprungen wollte. Dann los, aber hat sich dann doch nochmal beruhigt. Also, ich weiß nicht, muss auch nicht sein. Was ist jetzt los? Die Uhrzeit irgendwas. Also die Uhrzeit läuft nicht. Ah. Ich glaube, wir sind 15 Sekunden dann weiter. Ja, haben die Mannschaften ein bisschen Bonus. Spielzeit extra. Soll uns ja auch nicht schaden in einer solchen Partie. Jetzt geht's weiter. Engels. Oh, da wird der gezerrt und gezogen. Muss auf einmal der Nullo, siegt folgerichtig da den gelben Karton. Beim Fußballerjargon wäre das ein taktisches Foul in der Halle. Ist es natürlich etwas dramatischer nochmal zu bewerten, wenn du so in so einer Situation zulangst. Engels. Boah, Schuss übers Tor. So ungenau. Aber es stagniert hier auch schon fast ein wenig. Ja, ja, die Jungs stehen eher. Also mehr als sie laufen tatsächlich. Aber von beiden Mannschaften. Ich weiß nicht wieso. Also es ist auch stimmungstechnisch. Klar, die TUS ist nicht mehr da und dann hast du sowieso ein bisschen Schwund. Aber viele tippen einfach hier auf ihr Handy rum. Tatsächlich, wenn du hier mal rumguckst. Engels da sind noch ein paar da. Die interessiert das jetzt auch nicht so wirklich. Also stimmungstechnisch ist... Italien oder USA. Hauptsache Martinez. Du sagst es. Du sagst es. So, Mendig jetzt. Guter Abschluss da vom spielenden Torhüter. Der jetzt natürlich in der Defensive fehlt. Aufpassen. Und boah, Andernach. Ich wollte schon sagen, macht das gut. Macht das eiskalt. Aber dann war es doch eher lauwarm, was die Offensivakteure da auf den Platz gebracht haben. Das ist so korrekt. Mendig jetzt nochmal mit dem Schussversuch. So, und nehme jetzt das 1 zu 2 hier mit. Ich weiß nicht. Gut gemacht. Ja, gerade an. Mann mit der Rückennummer 7. Ibrahimov mit seinem zweiten Saisontreffer. Ja, Turniertreffer. Ich sag immer, ja, man hat es dann irgendwann mal drin. Du bist noch drin in der... Man hat es irgendwann mal drin. Klar. Ibrahimov, zweites Turniertor von ihm. Und jetzt muss natürlich Andernach... Oh, 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 oh. Und dann schlicht und Engels mehr unabsichtlich aneinander geraten als alles andere. Nicht der Rede wert. Nur was für das schmunzelnde Auge. Ibrahimov, wieder Ibrahimov. Boah! Ibrahimov. Ibrahimov. Nee. Doch, doch, doch. Mahomat Ibrahimov. So. Achso. Das ist es richtig. 1 zu 3. Drittes Turniertor. Schönes Ding. Boah. Was für eine schöne Parade gerade. Auch etwas fürs Auge. Mit Sicherheit. Keeper, der Männlicher. Jetzt übrigens Jan Havel wieder vorne drin. Ja, Ball zu hoch, zu weit. Da kommt auch Florian schlicht nicht dran, wenn er das Bein ganz weit hochhebt. Ganz weit hochhebt. Andernach muss kommen. Mändig darf sich so ein wenig zurücklehnen. Nächster Angriff der Mändiger über links. Schlich. Kannst eigentlich schon die Tabelle fast vorbereiten. Gehe, oder komm, ich sag jetzt mal, dass Mändig das Ding hier auf jeden Fall nach Hause fährt. Andernach macht nicht den Anschein, dass sie jetzt noch zwei Treffer machen. Obwohl Mändig schon wieder auch bei einer 3-1-Führung mit dem fliegenden Torwart hier spielt. Scheint ihn nicht sonderlich zu interessieren. Letzte Minute läuft. 4 zu 1 für Mändig. Mändig, also, das Ding ist durch. Mändig gewinnt, Andernach verliert. Und auch die Andernach haben sich so ein bisschen jetzt ins Schicksal gefügt. Und Manuel Oster darf sich auch noch in die Torschützenliste einreihen. Und damit haben wir jetzt einen Wechsel in der Tabelle. Nachdem ich das alles eingepflegt habe. Denn Mändig nun auf Platz 1, dort wo Andernach vorher war. Andernach nun auf Platz 3, wo Mändig vorher war. Aufgrund der Tordifferenz. Alle Teams nämlich mit 6 Punkten. Und dazwischen findet sich Rot-Weiß Koblenz ein. Mit, ja, so ziemlich genau ebenfalls 6 Punkten. Allerdings mit 2 Spielen. Allerdings mit 2 Spielen. Das ist natürlich richtig. Das heißt, gewinnt Rot-Weiß gleich ihre Partie. Stehen sie mit 9 Punkten da alleine ganz oben. So, nächste Partie ist der SVL gegen den VfB Linz. Das wird natürlich sofort eingepflegt. Beide noch nicht gewonnen. Beide tatsächlich noch punktlos, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ich habe es mir schon gedacht. Ich glaube. Das ist also die Gruppe B. Und wir switchen dann jetzt wieder zur Gruppe A. Das Spiel geht los. SVL gegen den VfB Linz. Die Elzer in den gelben Trikots. Kreis Oberligist aus der Region Weilburg-Limburg. Und der VfB Linz in der Bezirksliga Ost vertreten dort. Derzeit, wenn ich mich nicht täusche, auf Platz 3. Und der SVL. Elz liegt vor, hier nach 20 Sekunden. 1 zu 0, also. Kannst du mal gerade die Tabelle einblenden? Ja, natürlich kann ich das machen. Elz also hier. Wir müssen uns jetzt drei Punkte natürlich drauf rechnen. Was? Ja, genau. Den Eltern, den Eltern, natürlich. Die Leitabelle wäre Elz derzeit auf Platz 4 vor Engers, die allerdings noch das Spiel weniger haben. Genau. Und waren allerdings auch schon im Vorfeld aufgrund eines leicht besseren Torverhältnisses vor Linz vertreten. Die Linzer, die müssen jetzt natürlich schauen. Also, wenn sie das hier jetzt nicht gewinnen, dann ist der Zug abgefahren, dann hast du keine Chance. Dann sind die raus, oder? Und auch bei einem Unentschieden für beide Teams hast du da nur noch marginale Chancen. Also, dann könntest du maximal auf sieben Punkte kommen. Und wenn du solche Dinger nicht machst, Daniel, wenn du solche Dinger nicht machst, dann stockt auch mein fußballerisches Herz. Ja, die müssten jetzt schon tatsächlich drei Spiele gewinnen, um da wirklich noch eine Chance zu haben. Also, wenn sie jetzt, glaube ich, das Spiel verlieren, und da trifft jetzt Linz erstmal zum Ausgleich, ich glaube, jetzt der, der das Spiel verliert, der ist auf jeden Fall schon raus. Das kann natürlich sein. Ja, das kannst du so sagen. Also, realistisch gesehen, ja. Ja, realistisch gesehen, ja. Auch rechnerisch, weil er hat dann, ja, okay, rechnerisch nicht ganz. Aber er kann dann nur noch sechs Punkte holen. Schau mal, was wir hier noch für Begegnungen haben. Engers dann gegen Kosmos Koblenz, Els gegen Tuss Koblenz, Kosmos Koblenz gegen Mülheim-Kerlich, Linz gegen Engers, Kosmos Koblenz gegen die Tuss, Engers gegen Els, Kochen gegen Rot-Weiß, ah, nee, das ist die andere Gruppe, nämlich Mülheim-Kerlich noch gegen Linz. So ist es eben richtig. Das heißt, nach welchem Spiel kommen unsere Schengel wieder? Äh, unsere Schengel, ja, das dauert noch tatsächlich ein kleines bisschen. Sind noch drei, vier Spiele vor uns dran. Ich weiß, man fiebert von Spiel zu Spiel hin, aber auch das ist hier höchst interessant. Spannung pur, taktisches Prozedere, Rechenspiele, was spielt uns in die Karten, was spielt uns nicht in die Karten, was macht die andere Gruppe, wer könnte unser Halbfinalgegner sein, all das gilt es eben zu erörtern. Ja, ich glaube, interessant aus Gruppe B sind tatsächlich dann Tuss, Rot-Weiß, Koblenz, SG 99 Andernach und Eintracht Mendig Bell. Zwei von denen werden es wohl sein, wenn wir denn weiterkommen. Schöne Grüße in den Westerwald. Und auch natürlich an alle anderen, die mittlerweile in den Live-Chat geschrieben haben. Wir schauen immer mal wieder rein, versuchen uns aber, weil das Turnier so schnelllebig ist, mehr auf das Turnier zu fokussieren. Etwas mehr Zeit, um auf die Kommentare einzugehen, werden wir dann auch bei den kommenden Testspielen haben, die wir dann selbstverständlich nach Gang und Möglichkeit ebenfalls übertragen werden. Ich glaube, los geht es dann am 25.01., wenn ich es richtig im Kopf habe. Das hast du. Kriegen die SG Agenthal da. SVLs probiert es nochmal, ah, da passt es wieder so. Ich möchte mit den Zähnen knirschen. Fehlt mir immer ein bisschen was. Bei Linz sieht das mittlerweile auch schon ein bisschen besser aus. Also es ist halt ein bisschen zielstrebiger. Sie haben ihre Position jetzt ungefähr so abgedeckt. Und spielen definitiv geordnet, weil du siehst es ja auch, das Pressing von denen, wenn man es denn so nennen darf, ist auch da. Und auch geordnet. Also die wissen, was sie machen gerade. So, schaut's aus. Die laufen jetzt nicht nur hier rum. Blind rum, wollte ich sagen. Sehr, sehr laufintensives Spiel für beide Mannschaften tatsächlich. Geht unglaublich schnell hin und her. Und das vielleicht dann auch so ein bisschen auf Kosten der technischen Prämisse. Was wir noch anmerken möchten, ihr könnt uns natürlich auch weiterhin sehr, sehr, sehr gerne auf Paypal unterstützen. Du kannst ja gleich mal die Adresse in den Chat schreiben. Kontakt.tus-fanradio.de Denn unser Projekt finanziert sich, wie du es immer so schön nennst, nicht aus Luft und Liebe, sondern wir sind tatsächlich auch angewiesen. Also das Projekt finanziert sich auch durch Luft und Liebe. Ich auch. Aber nicht nur. Kontakt.tus-fanradio.de Das ist unsere Paypal-Adresse und jegliche Spenden, egal ob 1, 5, 10 Euro, wie ihr wollt, wie es euch genehm ist, könntet ihr dann auf dieses Konto entsprechend überweisen. Und das Geld kommt eben zu 100% dem Fanradio-Projekt zugute. Wir ziehen uns da letztlich gar nichts raus. Keinen einzigen Cent ziehen wir uns da raus. Und dementsprechend, ihr tut es für das Projekt, ihr tut es für die Professionalisierung des Projektes. Flüssiger kann es immer noch laufen und wir sind auf dem Weg, das Ganze flüssiger zu machen. Haben uns als großes Ziel die kommende Spielzeit ins Auge gefasst. Und bis dahin heißt es sammeln, sparen, 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 um dann wirklich einen Quantensprung hinlegen zu können. Wir brauchen ja auch neues Internet. Also alles drum und dran, das Internet wird definitiv teurer. Für euch jetzt mal nur so zur Info, wir zahlen jetzt 40 Euro im Monat. Und ihr wisst ja selber, wie das Internet ist. Manchmal läuft es einwandfrei und manchmal eben nicht so. Also deshalb auch da der Sprung, dann müssen wir in der neuen Spielzeit definitiv auf was Neueres gehen, auf was Größeres gehen. Wir zeigen ja dann die meisten Spiele auch per Bild, Übertragung. Um die dann auch früher oder später endlich in Full HD zu übertragen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Das gehört nicht hier zum SESA HENCUP hin. Nichtsdestotrotz werden wir um jegliche Spende oder um jegliches Trinkgeld, nennen wir es ja, dankbar. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns was zugutekommen lässt. Mittlerweile, die Elzer, auch in Unterzahl, haben eine 2 Minuten Zeitstrafe bekommen. Ich freue mich die Nummer 4. War es da. Die müssen entsprechend aufpassen, jetzt nicht hier nochmal ins offene Messer zu rennen. Wer hier verliert, ist raus. Das haben wir eben schon festgehalten. Jetzt müssen es also 3 Elzer gegen 4 Linzer machen. Zumindest was die Feldspieleranzahl geht. Was ich aber auch noch anmerken wollte, Kontakt der TUS-Fanradio ist nicht nur unsere Paypal-Adresse, sondern ihr könnt auch sonst jegliche Anfragen einfach an diese E-Mail-Adresse schreiben. Ich gucke eigentlich täglich rein. Und wenn ihr uns nicht per E-Mail schreiben wollt, Instagram, Facebook, könnt ihr auch machen. Also irgendwelche Anfragen, Kritik oder Anregungen einfach los. Wir sind eigentlich für alles offen. Linz macht im Gegenzug das 2 zu 1. Und wartet noch eine kleine Chance. Auf den Einzug. Es ist ja auch so eine Sache, wenn du ein Team von 6 Gruppen bist, dann willst du auch niemals letzter werden oder vorletzter oder sowas. Dann willst du dich achtsam aus der Affäre ziehen. Und das kann Linz hier mitmachen. So, 3 zu 1. Erhöhen hier auch sofort aufs 3 zu 1. Ja, vor allem als Vierter kannst du tatsächlich aus dieser Gruppe rausgehen. Mit Rot-Weiß Koblenz. Ne, mit uns. Ach, mit uns. Was erzähle ich denn da? Mit Engers, Mühlenkerlich und unseren Schengeln. Und der TUS. Genau. Also da finde ich, könnte Linz natürlich als Vierter auch sehr, sehr gut sich aus der Fähre ziehen, wie du es eben genannt hast. Also vielen, vielen Dank schon mal vorab an jede Unterstützung, die reinkommt. Gerne auch einfach unseren Kanal abonnieren. Und das Video liken würde uns freuen. Also es wäre so ein bisschen die Quittung, das Resultat für die Mühen, die man sich da im Vorfeld gemacht hat. Ich glaube, ich saß gestern 5, 6 Stunden noch mal alleine für diesen Wettbewerb dran, um das technisch alles irgendwie gedeichselt zu kriegen. Und dann, dass die Jungs hier noch mal sich zusammengerafft haben. Ja, wir sitzen heute hier ununterbrochen. Den ganzen Tag. Seit 11 Uhr sind wir am Quatschen. Selbst wenn der Hals schon etwas schmerzt, wir geben hier weiter Vollgas. Alles für euch. Alles für sämtliche Fans der Region. Nicht nur die TUS-Fans. Natürlich vorweg die TUS-Fans, aber eben auch für sämtliche Befürworter jeglicher anderer Vereine. Er ist jetzt mit dem mitspielenden Torwart. Vielleicht machen sie es nochmal spannend. Ich glaube es tatsächlich nicht. Aber ich spreche hier auch keinen Verein ab. Linz jetzt war mit dem Konterversuch, aber kläglich gescheitert. Eine Minute noch auf der Uhr. Die Musik wird bestimmt jetzt gleich eingespielt. Und der SVL weiß jetzt auch, dass das Turnier eigentlich hier zu Ende ist für sie. Jetzt nochmal der Konter, der Linzer. Und jetzt steht es 4-1. Jetzt ist die Sache durch. Ich zeige nochmal hier kurz, wie es gleich weitergeht. 1-4. Jetzt also der Vorsprung der Linzer. Und der SVL verabschiedet sich nach und nach leise aus dem Turnier. Glück und Punktlust, möchte ich sagen. Es geht gleich weiter mit der Partie Rot-Weiß Koblenz gegen TUS Immendorf. Er hält es auch das erste Team, das mittlerweile mehr als 10 Gegentore kassiert hat. Jetzt ist die Partie rum. Gerade hier, ja. So, es geht weiter mit der Partie der Rot-Weißen gegen den TUS Immendorf. Partie geht. Jetzt gleich los. Das ist jetzt der Fall. Also Anpfiff zur Partie. TUS Rot-Weiß Koblenz gegen den TUS Immendorf. In dessen tue ich noch der Vollständigkeit halber hier alles einbinden, was einzubinden ist. So, ich glaube auch hier muss Immendorf gewinnen. Das werden wir alles gleich erörtern. In wenigen Sekunden. Alexi Weidenbach jetzt mit dem Vorwärts tragen und, wollte ich schon sagen, dem 1 zu 0. Die Keeper der Immendorfer macht das gerade sehr stark. Die Keeper der Immendorfer macht das gerade sehr stark. Rot-Weiß bemüht sich hier. So sieht es nämlich aus. Aber es passiert nicht allzu viel. Wir sehen in der Gruppe B sieht das Ganze hier wie folgt aus. Mendig auf 1, Rot-Weiß auf 2, Andernach auf 3. Mendig und Andernach hier hingegen allerdings schon mit dem Spiel mehr. Der TUS Immendorf derzeit tatsächlich noch nach zwei Spielen punktlos muss hier zu Pötte kommen. Sonst sieht es hier ganz, ganz duster aus. Acht Minuten sind hier noch zu gehen. Daniel, du sprichst es an. Wenn der TUS Immendorf hier heute verliert. Wenn der TUS Immendorf hier heute verliert. Ja, dann war es das. Dann war es das. Dann können sie sich, können sie die Segel streichen. Korrekt. Und Windcheck, Timeout, hat hier was zu meckern. Zurzeit läuft wieder weiter. Genau so sieht es aus. Partie läuft weiter. Rot-Weiß jetzt in der Defensive gegen die Immendorfer. Christian Meinert auf Albach. Dominik Albach noch ohne Torerfolg. Die Rot-Weißen ja so ein bisschen die Minimalisten mit einem knappen 2 zu 1 Erfolg. Und mit einem knappen 1 zu 0. Ja, last second möchte ich schon fast sagen. Aber. Gut, die können beruhigt aufspielen. Ich wollte gerade sagen, das Pferd muss auch nur so hoch springen, wie es eben die Stange hoch ist. Und ein gutes Pferd springt eben auch nur so hoch. Wie es muss. Um das Sprichwort zu kompletieren. Und wenn das die Rot-Weißen so hinbekommen, dann Touché, dann Chapeau. Gibt die nächste gelbe Karte für einen Spieler, der anscheinend hier zu früh aufs Feld gesprungen ist. Noch mal Time-Out. Auch du, da ist die Time-Out. Nein, Finger, aber ist auch egal. Ja, die paar wenigen Sekunden. Ich dachte, es dauert noch ein bisschen länger. Ist zu verschmerzen. Sind jetzt 4 Sekunden vor der Zeit. Imendorf sucht nach einem probaten Mittel, die Rot-Weißen zu stören. Und das könnte es eventuell sein. Das Wow-Momentum nutzen. Wird abgeblockt. Geht weiter mit einem einzurollenden Ball. Landet dann da im Aus. Also gut spielen die Jungs ihre Favoriten. Immendorf. Warten wir mal ab. Unsere Gruppe ist ja auch relativ. Die, ja, voll mit Karacho gefüllt. Wir haben noch die Partie gegen Kosmos Koblenz, gegen den SVLs. Da wird es auch noch mal heiß hergehen. Haben uns aber auch schon gegen die Granaten Engers mit 1 zu 1 und gegen Mülheim-Kerlich mit 4 zu 1 durchgesetzt. Da haben wir ja so ein bisschen... Haben jetzt einen kleinen Puffer. Genau. Beziehungsweise einen kleinen Puffer aufgebaut. Und können etwas befreiter aufspielen. Nicht unter diesem großen, großen Leistungsdruck. Den hat Rot-Weiß allerdings auch noch nicht. Die ersten beiden Spiele wurden ja wie eben schon angesprochen gewonnen. Wenn auch nur sehr knapp. Und hier sind es eben noch 4 Minuten. Und die rot-weißen Minimalisten setzen da fort. Wo sie im vergangenen Spiel aufgehört haben. Mit dem Nötigsten, was zu tun ist. Winczek. Der mitspielende Torwart. Guter, langer Ball. Denkste, zu weit. Zu ungenau. Einwurf. Sehr nah am Mann. Sehr nah am Mann. Die Rot-Weiß-Abteilung da. Die machen das defensiv schon sehr, sehr stark. Und im Hintergrund macht sich auch schon der FV Engers fertig. Denn die spielen nämlich als nächstes gegen Kosmos Koblenz. Und das sind zwei Teams, die natürlich auch weiterkommen wollen in diesem Wettbewerb. Und auch ein Alexi Weidenbach sieht jetzt schon die zweite gelbe Karte im laufenden Turnier. Im Gegenzug auf Seiten der Immendorfer ist es Julian Ferdinand, der hier eine Verwarnung mitkriegt. Winczek. Bei Tengen. Zurückgelegt. Wieder Winczek. Probiert es dann mal. Aber übers Tor. Also noch kein Schuss und dem war auch. Das ist wirklich zu planlos. Das ist kein klares Hallenfußballspiel. Das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, planloses Gekicke. Und wir ziehen mal fernab des Sechzehners ab. Rot-Weiß. Profitiert da fast vom technischen Fehler der Immendorfer. Und dann einer gegen drei. Das ist natürlich unfassbar schwierig. Umso beachtlicher, dass man sich da trotzdem durchsetzt. Joachim. Janis. Ne, nicht Joachim. Janis Jochem heißt der Mann. Der da auf links leider nicht zu einem Abschluss kommen konnte. Ich glaube, acht Minuten schon gespielt. Immer noch kein Treffer in der Partie. Ja, aber auch keine Chancen. Gar nichts. Gar nichts. Also das ist so ziemlich die ereignisärmste Partie, die wir bislang erblicken konnten. Jetzt kommt nochmal eine andere Garde rein mit unter anderem Christian Meinert und Dominik Ahlbach. Dazu vorne noch ein Sven König drin. Die können mit Sicherheit doch nochmal für Unruhe sorgen. Dazu noch Darut Doxec. Jetzt muss erst mal Winczek aufpassen. Langer Ball da in die Spitze sucht Christian Meinert. Christian Meinert auf König. Der hat schon zwei Tore. Der hat jetzt sein drittes Tor. 1 zu 0 für die Rot-Weißen. Spät, aber nicht zu spät. Mal wieder spät. Zum dritten Mal innerhalb der letzten 65 Sekunden die Rot-Weißen mit ihrem Treffer. Aber Immendorf kommt, wenngleich auch nur ein wenig zu zaghaft. Jetzt bildet sich natürlich Raum zu erhöhen. Schaffen sie in dieser Situation nicht. Wer nach drei Spielen mit vier Toren in einem Hallenfußballturnier und neun Punkten auf Platz 1 steht, der hat vieles richtig gemacht. Und genau das ist nämlich das, was die Rot-Weißen hier auf dem Papier bringen. Immendorf zieht sich beachtlich aus der Affäre. Nur ein 0 zu 1 ist vollkommen in Ordnung. Die letzten 10 Sekunden laufen. Und das war's. Rot-Weiß Koblenz gewinnt die Partie mit 1 zu 0. Durch einen Treffer von, mal wieder von Sven König gegen die Tore aus Immendorf. Und Immendorf ist somit aus dem Turnier jetzt ausgeschieden. Realistisch, ja. Beziehungsweise, ja, doch. Doch, es ist draußen, ja. Spielen zwar noch ihre Spiele natürlich, aber können nicht mehr weiterkommen. Denn die Immendorfer haben natürlich, das habe ich hier noch nicht eingetragen, auch drei Spiele absolviert und nicht, wie von mir angezeigt, nur zwei. Jetzt geht es weiter mit der Partie Cosmos Koblenz gegen den FV Engers. Und da muss ich mich mal sputen. So nämlich. Und die Engerser, die müssen jetzt natürlich Punkte. Zwei Punkte aus zwei Spielen sind viel zu wenig. Wir schauen mal einen kurzen Blick auf die Tabelle. Dort sehen wir Cosmos Koblenz. Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte. Der FV Engers mit zwei Punkten aus zwei Spielen. Wohlgemerkt, zwei Unentschieden gegen die Gruppenfavoriten aus Mülheim-Kerlich und von der TUS Koblenz. Demnach ist noch alles für die Engerser drin, aber klar ist, dass hier ein Sieg gegen Cosmos Koblenz die Grundvoraussetzung ist. Im Gegenzug gewinnt Cosmos Koblenz dieses Spiel. Dann sieht es für die Bezirksligisten, für den Tabellenfünfzehnten der Bezirksliga-Mitte herausragend aus. Und das war auch herausragend. Dieser Tor, dieses Tor-Volli per Dropkick einfach mal abgezogen. 1 zu 0 für Cosmos, die jetzt in der aktuellen Live-Tabelle auf Platz 1 stehen würden. Andreas Pütz auf Hillen. Rot-Weißen müssen jetzt natürlich irgendwie, äh, die Rot-Weißen sage ich schon, Engers muss jetzt irgendwie kommen. Und das ist das erste Torwart, nee, das zweite Torwart-Tor im Turnier. Andreas Pütz, Daniel, wir haben ihn ja immer wieder heraufbeschworen mit dem ersten Treffer. Derjenige, der immer nur aufs Tor schießt hier. Und das als Torwart. Ausgleich, 1 zu 1. Partie ist derzeit noch unterbrochen. Uhr läuft hingegen noch weiter. Schiedsrichter sieht auch keine Veranlassung hier, irgendwas zu unterbrechen. Auch wenn er für ordentlich Diskussionspotenzial sorgt. Jetzt kommt der zweite dazu. Ich gehe mal davon aus, dass der Spiel das gleich nochmal unterbrecht. Dass der Schiedsrichter das Spiel gleich nochmal unterbrechen wird. Nein. Haben sie gut 30 Sekunden mit Diskutieren rausgeholt. Ja, ja. Hat jetzt dann Ellenbogen anscheinend ins Gesicht bekommen. Ist auch... Der Fairplay-Ball dann in die Richtung von Engers war auch mehr oder weniger aus Wut geschossen. Taifung Kajanalp. Oh! 2 zu 1. Diesmal war es Fatih Salaschi. Ja, das ist nämlich derjenige, der gerade den Ellenbogen ins Gesicht bekommen hatte. Und mit Wut im Bauch haut er da das Ding in die Maschen. Zum 1 zu 2. Und wieder ist Kosmos Koblenz in Front. Und wieder. Müssen die Engerser hier zurückkommen. Ein Unentschieden reicht nur bedingt. Aber man hat ja hier Granatenfuß. Andreas Pütz. Wenn der kommt, wenn der abzieht. Dann haben sämtliche mächtige Personen auf dieser Welt. Könnte auch noch gefährlich werden gleich der Zweikampf. Den Finger auf den roten Knopf wollte ich schon sagen, weil sie Angst haben, dass hier der nächste Atomkrieg losgeht. Wirklich ein Bums, den der Pütz da hat. Wahnsinn. Wieder Andreas Pütz auf Stiefenhofer zurückgelegt. Das ist eine Glanzzahl von Andreas Pütz gegen Ozan Inal. Salaschi. Auf den Mann mit der Rücke Nummer 12 auf Thanos Chabanoglu. Und Engers jetzt im Konter über Runkel. Jonas Runkel. Ja, war gerade so ein bisschen versprungen. Das ist aber auch zu wenig von Engers. Also dafür, dass Engers letztes Jahr diesen Wettbewerb hier gewonnen hat gegen Rot-Weiß im Finale, ist das hier tatsächlich ein laues Lüftchen. Zwei Tore, zweieinhalb Spiele absolviert. Ne, drei Tore haben sie in zweieinhalb Spielen erzielt. Dazu noch vier Gegentore. Klar, es ging gegen die Tos und gegen Mülheim-Kerlich, aber du musst dir was zeigen. Jetzt musst du was zeigen. Genau so. So was will ich doch von den Engers ansehen. Das können sie auch. Zwei zu zwei Ausgleich. Die Remi-Könige aus Engers sind wieder da. Ich blende hier nochmal kurz unsere Gruppe ein. Kosmos Koblenz nämlich mit zehn Toren die derzeit offensiv stärkste Mannschaft des Wettbewerbs. Haben allerdings auch schon fünf Gegentore kassiert. Können sie jetzt nochmal nachlegen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und dann, ja. Ja, ja. Da flattern die Nerven. Da flattern die Nerven. So sieht es aus. Und im Gegenzug. Hendrik Hillen. Hendrik Hillen mit dem 3 zu 2. Und schon dreht Engers die Kiste. So schnell geht Hallenfußball. Eben noch zwei eins hinten und kritisiert. 45 Sekunden später oder 50 waren es wahrscheinlich. Plötzlich die ganze Kiste gedreht. Muss eben die Konzentration aufrechthalten. Und es ist auch extrem oft so, dass wenn du vorne eine gute Situation nicht verwertest, dass du sie hinten direkt wieder eingeschenkt bekommst. Also Fußball, gerade Hallenfußball kann so brutal sein. Niklas Herrmann macht das gut. Das hat sich da verletzt. Ja, das ist Can Inal. Der Ex-Tus-Akteur, der vor 4 bis 5 Jahren mal noch für die Tus Koblenz am Ball war. Der Karl lässt sich tatsächlich sehr viel Zeit dafür, dass der gerade eben 2-3 Mal so geschrien hat. Hat extreme Schmerzen. Can Inal. Das hört sich gar nicht gut an. Wir wünschen an dieser Stelle gute, gute Besserung. Man hört ihn bis hier hoch auf die Tribüne schreien. Der ein oder andere Fan steht jetzt auch nochmal auf und schaut nach. Will genau wissen, was hier denn passiert ist. Das sieht nicht gut aus. Die Uhr ist natürlich schon längst, längst pausiert. Das tut mir leid. Da wird der Oberarm gehalten. Die Schulter wird gehalten. Scheint so, als ob es vielleicht das Schultergelenk sein könnte. Das Schlüsselbein, der Arm. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist das deutsche Rote Kreuz jetzt vor Ort beim Ex-Schengel. Bei einem der Spieler von Cosmos Koblenz, die auch schon 2 Treffer in diesem Wettbewerb verzeichnen konnten. Und den eher erfolgreicheren zählen. Das Turnier ist unterbrochen. Ich nutze das Ganze mal kurz für eine kleine Trinkpause. Was anderes können wir in dieser Situation hier leider auch nicht tun. Gute Besserung an dieser Stelle. 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 So, es wird jetzt durchgegeben, anscheinend, augenscheinlich, augenscheinlich. Das ist alles noch Spekulation, aber ein Helfer des DRK ist gerade relativ emsig am Telefonieren und es scheint fast so, als müsste Can Hinal leider mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Das sind natürlich sehr, sehr unschöne Szenen, die wir uns hier nicht wünschen, die nicht für dieses Turnier stehen, aber die leider manchmal unvermeidlich sind. Und ich glaube, dieses Turnier ist soeben durch einen Fußball-Ästheten gerade im Hallenfußball ärmer geworden und wir wünschen an dieser Stelle vom ganzen Herzen aus Can Hinal gute Besserung und auf das sich die Verletzung möglichst bald, oder dass die Verletzung möglichst bald genesen sein wird. Es muss erste Hilfe geleistet werden. Wir nutzen das Ganze mal für eine kurze Unterbrechung, für eine kurze Verschnauspause. Bis gleich. Die Verletzung Die Krankenware dazu, Can Hinal wird hier mit großer Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit nicht weitermachen können. Gute Besserung an dieser Stelle. Wird von seinen Kollegen aufgebaut und muss mit der Krankenware abtransportiert werden. Dann wird hier in ein lokales Krankenhaus vermutlich gebracht, wo dann entsprechend behandelt wird. Szenen, die vermutlich hier keiner sehen möchte. Szenen, die vermutlich hier in der Krankenhäuser sind. Szenen, die vermutlich hier in der Krankenhäuser sehen. Ich bucha椅 p demonstriera in der Krankenhäuser. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weder die Familie Inal noch Can selber das gerne auf Band hätte. Wir wünschen einfach nur ganz, ganz gute Besserung, baldige Genesung. Und unsere Gedanken werden natürlich den ganzen Tag hier heute noch bei Can Inal sein. Jetzt hingegen werden wir auch wieder zurück aufs Sportliche schauen. Und das Spiel läuft nun entsprechend weiter. Die Zeit setzt sich dann fort, wenn wir den Punkt wieder erreicht haben. Ich bin ja ein bisschen später in den Pause-Modus gegangen. Also, Engers gegen Kosmos Koblenz läuft jetzt weiter. Und das ist natürlich so ein bisschen unter einer fast schon bedrückenden Stimmung. Aber ich setze einfach drauf, dass die Emotionen nach und nach wieder zurückkommen, eben durch solche Abschlüsse. Aber man merkt, da ist das Gift jetzt erstmal kurz draußen und so, das ist natürlich ein Schockmoment für die Spieler und Verantwortlichen jetzt erstmal Engers mit der Gelegenheit. Und Kosmos darf durchatmen. 4 zu 2, FV Engers. Die jetzt wieder voll im Saft sind, profitieren da so ein bisschen von der Stimmung. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch so ein bisschen wieder zurück in den Alltag des Sester Handcups. Marcel Bär muss jetzt natürlich Gas geben. Bär sucht nach Anspielstationen. Ja, Engers führt 4 zu 2 und macht die Gruppe wieder spannend. So sieht es aus, denn Engers hat jetzt nach drei gespielten Spielen genau fünf Punkte. Kosmos Koblenz wäre bei sechs Punkten. Müller und Kerlich bei vier. Und wir bei sieben. Sieben, korrekt. Das allerdings auch nur die Theorie. Zwei Minuten sind hier noch zu gehen und zwei Minuten sind immerhin noch genügend Zeit, um hier irgendwas in irgendeine Richtung zu drehen. Gut gemacht, Taifun Kajanalp auf Salaschi. Pass kommt allerdings nicht an. Konter läuft über Jonas Runkel. Hillen allerdings auch nicht optimal in Szene gesetzt. Engers wird das jetzt in den letzten anderthalb Minuten runterspielen, verwalten wollen. Das machen sie auch sicher. Das machen sie äußerst sicher, der FV Engers da. Hendrik Hillen, boah, an den Pfosten. Kosmos Koblenz greift jetzt nicht mehr wirklich an. Läuft nur noch so ein bisschen vertrabt die Gegenspieler an. Ja, das ist jetzt natürlich auch ein Riesendämpfer. Ein Riesen-Riesen-Dämpfer, der einfach alles... Ja, und der FV Engers erhöht auf 5 zu 2. Was Kosmos da auf die Beine gestellt hat, das überschattet einfach alles, klar. Ja, aber du darfst jetzt auch nicht zu überdramatisieren. Es ist eine Verletzung. Ja, klar, aber wenn du so eine Verletzung dann in der Halle hast und wo dann alle Leute da nochmal drauf gucken in so einem Event, dann ist das halt nochmal... Da stimme ich dir voll und ganz zu. Aber es ist nun mal Fußball und besonders beim All-Fußball kann das passieren. Da hast du recht. Deswegen wird er ja auch von so vielen kritisiert. Doch hier anfangen, großartig Kritik auszuüben, ist in meinen Augen auch fehl am Platz. Naja, wenn du da mitmachst, dann bist du dir der Gefahr bewusst, also von daher... Genau, genau so sieht es aus. Und das war es jetzt auch zu dem Thema und das war es auch mit dem Spiel, denn mit dem Schlusspfiff erhöht Engers auf 5 zu 2 oder 6 zu 2? 6 zu 2. Weiter geht es mit der Partie. Kochem gegen den RV Rübener. Und hier möchte ich dann nochmal die aktuelle Tabelle zeigen. Nach drei Spieltagen sieht es so aus. Die Tuss auf 1, Kosmos Koblenz auf 2, gefolgt von Engers und Mülheim-Kerlich auf 3 und 4. Linz mit drei Punkten auf 5 und Elz bislang punktlos auf der 6. Auf der anderen Partie oder der anderen Gruppe sehen wir soeben, da sehen wir gleich die letzte Partie des dritten Spieltages. Daniel hatte schon angesprochen, Kochem gegen Rübenach. Hier gilt es technisch alles noch einzubinden. Die Kochemer in blau, Rübenach in schwarz. Partie startet in wenigen Momenten. Alle vergewissern sich, dass es jetzt weitergehen kann. Anstoß erfolgt. Zehn Minuten also jetzt Bezirksliga West gegen Bezirksliga Mitte. Ne, ich glaube auch die Kochemer spielen in der Bezirksliga Mitte. Bin mir da nicht zu 100% schlüssig. Bin mir nicht zu 100%ig sicher. Daniel erörtert das Ganze natürlich auch nochmal für mich. Wir schauen uns allerdings nochmal die Live-Tabelle an, beziehungsweise die Grundkonstellation, wo beide Teams stehen. Rübenach mit drei Punkten durchaus noch ein Schlagdistanz. Da vielleicht sogar was zu reißen, vielleicht sogar Platz 2 anzuversieren. Kochem hingegen, ja, die müssten jetzt drei Spiele gewinnen. Und diese drei Spiele, das ist natürlich eine Hausnummer. Aber auch die Kochemer haben im letzten Endes auch noch die theoretische Chance, sich ein Ticket für das Halbfinale zu sichern. Beide Mannschaften spielen übrigens in der Bezirksliga Mitte. Der Vorrübenach aktuell auf Platz 3 und Kochem auf Platz 8 in der Liga. Demnach Rübenach, wenn man sowas sagen kann, wenn man sowas sagen darf, nach einer halben Spielzeit in der Liga, das etwas favorisiertere Team. Vielleicht auch noch mit solchen Granaten wie eben Tobias Ost und Co. Hier hingegen wurde die Partie erstmal unterbrochen. Geht aber auch schon wieder weiter. Nach der Partie übrigens die TUS wieder gefordert, dann eben gegen den SVLs. Dann dürfte es in der Halle wieder was lauter werden. Warten wir es mal ab. Hängers da im Zweikampf. Tobias Ost meinte ich da jetzt im Zweikampf gegen den Kochemer Spieler mit der 10, gegen Rachat, Musa, Adamu. Und wieso jetzt die Musik einsetzt, das weiß, glaube ich, keiner. Auch der Stadionsprecher nicht. Pascal Tillmanns kann sich da nicht durchsetzen. Dann zurückgelegt wieder auf Tobi Ost. Rübenach kommt. Immer wieder so ein bisschen wie beim Handball spielen sie den Ball hin und her, hin und her. Viel im Kreis auf jeden Fall. Und dann, wollte ich schon sagen, hätte es beinahe gereicht bei diesem Abschluss von Alexander Fischer. Allerdings auch nur beinahe. Ost versucht mit dem nächsten Pass wieder einer seiner Vorderleute in Szene zu setzen. Misslingt in dieser Situation allerdings. Sehr ausgeglichene Partie bislang. Vielleicht passiert aber auch relativ wenig. Also Rübenach, würde ich sagen, hat die besseren Chancen. Oder hat er eben nochmal diese, ja fast, ja ich will nicht sagen hundertprozentig, aber es war schon sehr, sehr knapp. Und es war schon eine sehr, sehr gute Chance. Hätte auch mal reinmachen können. Dann ist die Rübe noch ein Ticken besser. Ja, aber ein Ticken besser sagt im Hallenfußball oft gar nichts aus. Das haben wir ja schon mehrfach festgestellt. Immer dieser eine ominöse Abschluss, der einfach nur sitzen muss. So ein bisschen wie beim Bowling, wenn du es eigentlich nicht kannst. Irgendein Strike muss reichen und dann bist du vielleicht schon vor deinem Kollegen. Voraussetzung, er kann es auch nicht. Die da unten, die können es auf jeden Fall. Das sind tolle Fußballer mit das Beste, was das Rheinland zu bieten hat. Dieses Turnier mit das Beste, was das Rheinland zu bieten hat. Und demnach höchst attraktiv. Wenngleich die Partie auch nicht zu den ganz, ganz großen Leckerbissen zählt. Namenstechnisch, spielerisch bislang. Aber das kann sich ja noch ändern. Jetzt knapp 4,5 Minuten gespielt. Rübenach jetzt mit dem 1 zu 0. Und wir sehen hier den zweiten Kopfballtreffer des Turniers. Das war der Mann mit der Rücke Nummer 16, Kustrium Zuka. Rübenach jetzt mit 6 Punkten durchaus in Schlagdistanz. Ja, aber Cochum fast im Gegenzug mit dem 1 zu 1. Aber auch nur fast. Probieren es da. Aber das ist auch so ein bisschen zu zögerlich, oder? Oder? Ja, doch. Zu schwach. Ja. Da fehlt die Willenskraft. Diese Geilheit. So ein Ding einfach mal reinzukloppen, wie man es bis zuletzt, bis eben zur Verletzung von Gian Inal, auch bei Kosmos Koblenz, ganz, ganz oft gesehen hat. Nächste gute Gelegenheit. Ja, und jetzt gibt es tatsächlich den Elfmeter. Time Out erst mal. Ja, es sei notiert. Es sind 9 Meter. Es ist kein 7 Meter. Es sind 9 Meter. Spieler gegen Torwart. Der Spieler mit der Rücke Nummer 31 ist es, Andreas Nikolaj. Ich würde sogar fast sagen, für den Spieler ist es schwieriger als für den Keeper. Ja, würde ich auch definitiv festhalten. Tobias Ost muss nämlich Reflexe beweisen. Nikolaj Zielwasser. Nikolaj beweist Zielwasser. Schachmatt 1 zu 1. Und schon werden die Würfel neu gemischt. Ein Unentschieden bringt keines der beiden Teams so wirklich voran. Ich glaube, ein Team von beiden muss gewinnen, oder? Ja, Kochen muss gewinnen. Und schon steht es hier wieder 1 zu 2. Das ist zu leicht. Rübenach bleibt im Rennen ums Halbfinale mit dieser zwischenzeitlichen Führung. Kochen muss hier definitiv gewinnen. Sonst können sie hier auch realistisch gesehen die Segel streichen. Und ich glaube, auch rechnerisch wird da nicht allzu viel möglich sein. Aber alles ist noch möglich. Schon steht es hier 2 zu 2. Das ist ja hier wie beim Scheibenschießen. Entpuppt sich ja doch noch zu einem guten Spiel. Jedes Spiel hat da seine Momente. Muss ihm manchmal nur ein bisschen mehr Zeit geben. Außer die Rot-Weißen. Da passiert nur ein Täuschen. Ja, dann war es das. Das auch in den letzten 60 Sekunden. Könnte man eigentlich mal was essen gehen. Boah, parallel zur Grundlinie flog da der Ball lang. Und jetzt der nächste Angriff der Koche. Ja, dann müssen sie den irgendwie noch durchstecken. Zu schlecht zu Ende gespielt. Im Gegenzug. Der Mann mit der Rücke Nummer 8. Mehmet. Mehmetay. Flamur. Flammer. Ohne sichtbaren Erfolg. Und jetzt gibt es hier nochmal ein Timeout. Grobes Foulspiel. Gelbe Karte. Richtig gesehen. Es geht mit dem Wechsel weiter. Mit dem Freischuss geht es weiter. Aber gewechselt haben beide Mannschaften auch, ja. Danke dafür. Tobias Ost. Nächster Ballverlust. Und nächste Kontersituation. Ja. Ein Strahl war das. Allerdings zu unplatziert. Die Augen mal nach oben halten. Hätte sein Mitspieler auch gesehen. Das kann Rübenach augenscheinlich ein Stück weit besser. Das ist die Spielvereinigung aus Kochem. Allerdings auch nur augenscheinlich. Wenn man mal auf die vergangenen Spiele beider Teams blickt, dann sieht man Kochem mit einer 2-1-Niederlage gegen Andernach sowie einer 4-3-Niederlage gegen Mendig Bell. Zweimal denkbar knapp gescheitert. Rübenach hingegen mit einem 3-2-Erfolg gegen den Tuss Immendorf und einer 0-1-Niederlage, einer Last-Second-Niederlage so gesehen, gegen Rot-Weiß Koblenz. Und jetzt steht es allerdings 3-2. Und das stellt die Tatsache natürlich vollkommen auf den Kopf. Kochem ist plötzlich wieder da und plötzlich in Führung. Nächste Gelegenheit für die Spielvereinigung aus Kochem. Aber da trifft er den Ball nicht optimal. Vergräbt ihn ein bisschen. Und dann haut er das Ding da in die zweite Etage. Der Mann mit der Rücke Nummer 31, Andreas Nikolaj. Nächste Gelegenheit, diesmal auf der anderen Seite. Rübenach probiert es. Janik Heidke und Co. passen auf. Nächster Abschluss. Och, und der rutscht durch. Alexander Fischer mit seinem Treffer. 3-3. Es ist Alexander Fischer, der die Träume von Kochem zu begraben vermag. Die müssen jetzt nochmal. Ja, ja, und dieser Abschluss ist zu schwach, zu lasch gespielt. Letzte Minute läuft. Letzten Sekunden laufen. In der Live-Tabelle würde das für wenig Entlastung beider Teams sorgen. Wochen vielleicht jetzt nochmal mit dem Last-Minute-Treffer. Der letzten Gelegenheit vielleicht noch irgendwie sich die Chance auf ein theoretisches Halbfinale zu wahren. Aber Tobias Ost, ja, wirkt den Ball da nochmal ab. 30 Sekunden sind es noch. Unsere Zeit ein wenig schon raus. Letzte Schock. Und da ist das Tor. 25 Sekunden vor Schluss macht es Kochem tatsächlich. Und spuckt Rübenach hier gehörig in die Suppe. 4-3. Plötzlich. Alles offen. 15 Sekunden noch. Auch der Uhr. Und Kochem will es vielleicht doch nochmal wissen. Hintenrum gespielt. Ein Abschluss vielleicht noch. Ja, nein, vielleicht. Letzten 10 Sekunden. 3, 2, 1. Und Kochem hat es. Abpfiff in der Gruppe B. Die Spielvereinigung aus Kochem macht die Punkte klar. Und finden sich jetzt nach drei Spielen und drei Punkten auf Platz 4 wieder. Und jetzt unsere Schengel gegen den SVLs. Mal schauen, wer da die Leibchen kriegen wird. Und es wird laut im Block. Und es wird laut im Block. Das kann ich schon mal garantieren. Ja, jetzt wird es definitiv laut und unsere Schengel ziehen sich die Leibchen an. Also spielen jetzt mit einem orangenen Overall Leibchen. Und man hört schon die Trommel unserer Fans. Gewinnen wir das Spiel, sind wir definitiv durch. So sieht es aus. Dann sind wir im Halbfinale. SVLs hingegen bereits ausgeschieden. Und die Partie läuft. Unsere Schengel in den orangenen Leibchen. Auch wieder mit der gewohnten Vierer-Auswahl gelb. Und Els probiert es direkt einmal. Wolloschin muss da klären. Guter Abschluss da von Serdar Kocajanon. Oder Kocacajon. So richtig. Ecke wird ausgeführt. Schengel können durchatmen. Für uns wieder Richterfuß. Nunaka und Waldminghaus auf den Platz. Richter jetzt mal mit einem Schussversuch. Aber deutlich, deutlich drüber. Keeper des SVLs sucht jetzt immer wieder den Weg nach vorne. Weil der natürlich kaum einen angreift. Jetzt kommt wieder unser mitspielender Torwart Marcel Wingen da rein. Wingen da mit dem Schussversuch. Richter blockt. Somit jetzt Einwurf für den SVLs. Dominik Fuß. Muss den Ball jetzt verteilen. De Marcel Wingen da mit. Richter geht in die Sturmspitze. Wingen da immer noch am Ball. Richter bekommt den Ball. Und boah, passt das Tor. Dominik Fuß mit der Nachschusschance. Aber geblockt. Nunaka macht das gut. Und Dominik Fuß erneut. Stark von Dominik Fuß. Da sehr, sehr gute Defensive. Aber auch gut jetzt von Marc Richter. Kann rüberlegen zu Leon Waldminghaus. Oder ist selbstmacht das Tor. Oder ist selbstmacht das Tor. Marc Richter. Und die Tours werden Sinn on fire. Auch, glaube ich, sein zweites Turniertor von Marc Richter. Klasse gemacht. Richter und die Schengel jetzt mit 1 zu 0 in Führung. Das wäre auf jeden Fall der Halbfinaleinzug. Ja, ja. Elz muss es jetzt natürlich probieren. Immer wieder mit dem fliegenden Torwart. Der Ball allerdings zu ungenau. Und jetzt Waldminghaus. Kann es machen. Waldminghaus scheitert. Muss den abspielen. Und es gibt den Freistoß. Freistoß. In dieser Situation. Der will Tariq Abade. Ne. Es ist der Spieler mit der Rücknummer 10. Jonas Kretz. Wird da festgehalten. Es gibt den Freistoß für unsere Schengel. Die immer wieder wachen die Fans. Immer wieder wachen sie. Waldminghaus. Tor 2 zu 0. Turniertor Nummer 5. Leon Waldminghaus. Der entwickelt sich hier mehr und mehr zur Tormaschine. Der 19-jährige Sechser unserer Schengel. Klasse gemacht. Wolloschin macht das gut zum Ersten. Und dann ist der Anschlusstreffer da. SV Elz profiliert, profitiert hier von dem Ball, den Wolloschin nicht festhalten konnte. Es ist Luis Schenk mit der Rücknummer 10, der zu verwerten wusste. Aufpassen, Gas geben, weiterhin Gas geben. Bisschen zu stark geschlagen, den Ball an die Wande von Dominic Fus. Der war gut. Zwischenpunkt. Die Schengel macht das klasse. Junge, frische Spieler. Wieder aufpassen. Klasse gemacht. Wolloschin. Simon Kaiser, der Keeper. Man hört mich fast gar nicht mehr. Ich muss nahezu brüllen, um hier noch irgendwo Anklang zu finden. Nächste Kontergelegenheit der Schengel. Oh, Fallrückzieher. Ja, ja. Ja, ja. Wieso denn nicht? Jonas Kretz probiert es ja mal. Artistisch. In der Live-Tabelle die Schengel wären nach vier Spielen und zehn Punkten auf dem besten Wege. Die Endphase zu erreichen. Noch ist es allerdings nicht so weit. Mit einem Fehler. Aber Els kann noch nicht profitieren davon. Situation vorher ist geklärt. Jetzt Konterchance. Für unsere Schengel. Abade. Tarek Abade. Am Tor vorbei. Nächste Gelegenheit wieder ist es Tarek Abade. Kann sich da nicht durchsetzen. Und der Ball zurückgelegt auf Marc Richter. Dieser auf Marcel Wingender. Und plötzlich gibt es dann die gelbe Karte für Wingender. Da eh dieser reingekommen ist für Wolloschin. Zeit wird unterbrochen. Und es geht mit einem indirekten Freistoß für Els weiter. Das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Kiste. Ja, vor allem könnte dann 2-2 stehen. Und so kannst du dich halt selbst rausmogeln irgendwie. Unglücklich. Einfach alle in den Schuss reinschmeißen. Bringt aber nichts. 2-2. Trotzdem ist der Ball im Tor. SV Els gleicht aus. Jetzt müssen die Schengel wieder Gas geben. Ja. Weil jetzt müssen wir wieder. Marcel Wingender. Und tut sich unnötig schwer. Dominik Fuß. Ja, wirklich unnötig. Auf Nunaka. Nunaka-Tor! Waldminghaus! Waldminghaus! Und jetzt ist es dann, der den Ball zu verwerten weiß. Haben wir doch unsere Stürmer-Nachfolge schon geklärt. Ja! So schaut's aus, Daniel. So schaut's aus. Wahnsinn-Stimmung hier. Wahnsinn-Stimmung. Das macht Spaß. Richtig, richtig laut. Das war jetzt nochmal mit dem Vorwärtsgang. Aber Waldminghaus klären. Wichtig gemacht. Rausgehauen den Ball. Einrollen der Schengel auf Marcel Wingender. Dieser auf Marc Richter. Richter treibt den Ball mal voran. Waldminghaus kriegt ihn. Unterbunden. Leon Waldminghaus macht das gut mit der Hacke. Boah, Tarek Abade. Ja, Reaktionsschnell ist der Junge. Jetzt müssen die Bälle einfach nur noch rein. Borduschien auch wieder im Tor. Arnel Jaka justiert immer wieder neu. Fiebert richtig mit bei diesem Turnier. So muss das sein. Waldminghaus macht das klasse. Über die Bande. Abade. Tor! Tarek Abade mit dem 4 zu 2. Klasse gemacht. Und die TUS-Fans. Immer lauter. Immer besser in Fahrt am Kommen. Nunaka. Hilft da jetzt in der Defensive aus. Els muss irgendwie liefern, wenn sie die TUS hier weiterhin ärgern wollen. Jetzt allerdings der nächste Konter. Über Waldminghaus. Über Waldminghaus auf Nunaka ein bisschen zu steil. Ja, ja. Ein bisschen zu steil. Nunaka setzt nach. Spiel geht weiter. Dominik Fuß. Denkt in die Mitte. Und Abade. 5 zu 2. Tarek Abade wieder. Mit seinem zweiten Tor heute. In diesem Spiel zumindest. Ja, somit steht es 5 zu 2. Ich sag, das Ding ist jetzt gegessen. Und ich, Daniel. Ja? Ich stimme dir dazu. 5 zu 2 für unsere Schengel. An diesem vierten Spieltag. Die das hier wirklich überragend machen mit einem Torverhältnis von derzeit 13 zu 4 Toren. Aber das ist, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Schon wieder wollte Marcel Wingen da in die Partie kommen und Woloschin legt ihn den Ball hin. Ja. Aber dann kommt... Was passiert jetzt ist die Frage. Es könnte jetzt... Weil... Zwei Minuten Strafe für Luca Woloschin. Zwei Minuten Strafe für Luca Woloschin. Jetzt hat die TUS natürlich für die restlichen 69 Sekunden keinen Torhüter. Marcel Wingen da. Ja, Marcel Wingen da muss es jetzt richten. Els im Vorwärtsgang. Der Ball nur an den Forsten und Wingen da. Ja, Marcel Wingen da. Ja, so geht das hier. Wie eine Katze schnellt er da auf der Linie hinab und hat den Ball sicher. Eine Minute haben wir noch auf der Uhr. Nächster Ball da in die Spitze. Nein, 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 nein. Jonas Kretz. Kretz, genau. Wird an der Bande gelegt, gibt den Freistoß für die TUS. Jetzt kommt nochmal Kretz und sein Gegenspieler aneinander. Die letzten Sekunden laufen hier. Abade legt nochmal rüber zu Dominik Fuchs. Knapp 35 Sekunden noch auf der Uhr. Ja, ja, wir sind ein bisschen voraus wieder. Tarek Abade wieder rum. Ja, Ball kommt nicht an. Richter klärt er nochmal. Setzt Abade in Szene. Im Hintergrund ist Kretz. Ach, Jonas Kretz kommt ein bisschen zu spät. Jonas Kretz ein bisschen zu spät. Setzt sich dann allerdings durch. Wieder auf Abade. Kretz. Nochmal hintenrum, da ist Fuß. Wieder Kretz. Nochmal ablegen vielleicht. Ja. Schade. Gut, die letzten fünf Sekunden laufen jetzt. Das Spiel ist durch. Wir sind im Halbfinale. Erster Step geschafft. Ja, warmer. Rechnerisch sind wir es noch nicht. Dominik Fuchs nochmal. Der Ball zählt sogar noch. Der Ball zählt sogar noch. Also unsere Schengel gewinnen hier mit 6 zu 2. Das bedeutet in der Tabelle, unsere Schengel, ja, das letzte Tor muss ich noch einzeichnen. Mit zehn Punkten stehen sie extrem, extrem gut. Da Els nach wie vor mit null Punkten. Abgeschlagener Letzter. Also die werden, die werden auch nicht mehr Vorletzter. Da ist das Torverhältnis zu schlecht. Jetzt geht es übrigens weiter mit der Partie. Rot-Weiß Koblenz gegen die SG 99 Andernach. Und das ist auch ein verdammter Leckerbissen. So schnell man hier die Siege der TUS auch feiert. So schnell geht es jetzt schon weiter mit dem nächsten Spiel. Die müssen hier einfach... Das ist doch Wahnsinn. Zack, 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 zack. Das ist dann der Gruß an Rot-Weiß. Ja. Ja, Rot-Weiß belächelt ein wenig, aber diese Fanszene haben halt nur wir in der Umgebung. Sowieso. In Koblenz sowieso. Engels. Jetzt auf Seiten der Andernacher. Wir schauen auch mal gerade auf die Live-Tabelle. Was geht denn jetzt eigentlich in der Gruppe B? Was tut sich da? Rot-Weiß Koblenz mit drei Spielen, drei Siegen, neun Punkten. Souverän Erster. Andernach hingegen. Sechs Punkte aus drei Spielen. Die müssten eigentlich, die müssten eigentlich gewinnen, um hier wirklich gute Karten beizubehalten. Denn Mendig Bell, ja, die haben schon gegen die Rot-Weißen gespielt. Die haben da auch schon mal verloren. Andernach hingegen hat eben die Punkte woanders liegen lassen. Nämlich im Spiel gegen Mendig Bell. Im direkten Duell. Das heißt, da, wo Andernach gegen Mendig die Punkte liegen lassen hat, muss man jetzt eben gegen die Rot-Weißen nachziehen und diese sich eben entsprechend erkämpfen. Gewinnt Rot-Weiß hier. Gehen sie als Tabellen Erster auf jeden Fall in das Halbfinale rein. Das stimmt. Das stimmt, ja, klar. Das heißt, für uns hätten sie dann die besten Karten. Rein theoretisch, müsste man noch dazu sagen, könnte auch Mendig noch zwölf Punkte erreichen. Die haben ja erst drei Spiele. Und wenn Rot-Weiß dann das letzte verliert, dann klar. Gut, ja, könnte passieren. Aber die besten Karten hat derzeit natürlich noch Rot-Weiß. Nach diesem Spiel sind wir noch mal ein ganzes Stück schlauer. Winschek. Ja, ja. Lässt den Ball da erst mal fallen. Um dann Dominik Albach zu schicken. Der gelegt wird. Freistoß für die Rot-Weißen. Engels mit dem Konter gegen Weidenbach und Co. Immer noch Engels schickt den Ball da im richtigen Zeitpunkt rüber zum Mann mit der Rücke Nummer 22 zu Enes Bayrami. Aber dessen Abschluss da war Winschek noch zur Stelle. Ja, und auch jetzt ist Winschek zur Stelle. Andernach hat Blut gelegt. Und Rot-Weiß muss aufpassen. Engels. Immer noch Jan Engels. Boah, ist der schnell. Wird da böse gelegt und zwei Minuten sofort gegen Alexis Weidenbach. Ja, diese Foulspiele an der Bande, die sind immer sehr, sehr schmerzhaft. Sehr, sehr schmerzhaft. Ja, war es Jan Engels? Ähm. Ja, so sieht es aus. Jan Engels kann aber hoffentlich weitermachen. Hat da was an der Brust abbekommen. Hat schon stark geschrien gerade, oder? Ja, gut. Also, wenn es weh tut, dann tut es weh. Ist auch meistens oder oftmals nur der erste Moment, der dann extrem wehtun kann. Aber das sei einem Fußballspieler nicht verboten. Havel. Auf bei Rami. Wieder Havel. Moment. Doppel- Dreifach-Pässe zwischen Jan Havel und Ennis bei Rami. Wieder der Pass bei Rami auf Havel und dann probiert es bei Rami einfach. Winczek. Klasse. Jan Engels. Oh, Jan Engels. Platt hängen, ja. Ravoye Winczek. Für mich ein Anwärter für den besten Torhüter des Turniers. Da gehe ich sogar mit, ja. Bislang, das ist das vierte Spiel. Ja, ja. Schon auch. Halb vorbei. Wir müssen die Uhr mal kurz wieder anhalten, da es eben eine Unterbrechung gegeben hat. Wie auch spielerisch ganz, ganz stark. Gerade mal ein Gegentreffer. Das ist halt auch abgebrüht, ne. Routiniert, erfahren. Havel. Boah. verliert er den Pressschlag gegen Sven König und gibt König direkt einmal eine kleine Antwort mit. Andernach zeigt es an. Spiel breit machen, möglichst breit spielen. Bei Rami wieder. Den will er mal setzen jetzt. Boah. Über das Tor. Es fehlt nicht viel. Die Andernacher machen hier das bessere Spiel gegen die Rot-Weißen und das ist durchaus beachtlich. Hätte ich jetzt vor dem Spiel auch gar nicht so erwartet, weil Andernach im letzten Spiel wirklich geschwächelt hat. Tja, die Motivation. Die Motivation gegen so ein Regionallegist nochmal was ausrichten zu können. Oder vielleicht auch gerade der Druck gegen Mendig, der dadurch durch die Niederlage letztlich einfach entstanden ist. Können da den einen oder anderen Spieler eben beflügeln. Können natürlich aber auch einen Umkehrschluss lähmen. Ist hier aber nicht der Fall. Innenpfosten jetzt aber mal in der Innenpfosten. Und das ist das Glück, was vermutlich nur Rot-Weiß Koblenz mit sich bringt. im Gegenzug schon wieder Sven König. Ich glaube mit seinem vierten oder fünften Saisontreffer. Ja, ja, es war Sven König. Turniertreffer, aber ja, das ist das ist halt Pech und im Umkehrschluss ich weiß gar nicht, ob das ja, ich das als Glück ausschreiben soll oder halt wirklich als individuelle Klasse. Ist halt abgezockt einfach. Du hast zweimal hinten Glück und machst halt vorne das Ding. Genauso sieht es aus, ja. Einfach sehr, sehr abgezockt, was Rot-Weiß hier spielt. Aber die Andernacher probieren das jetzt nochmal. Engels da im Zweikampf mit Darut Doxec kann sich durchsetzen. Engels behauptet da den Ball. Talentierter Fußballer. Technisch stark. Schalt aber auch kein Zweikampf. Bei Rami da gegen Doxec. Und jetzt gibt es das Foulspiel der Andernacher. Bei Rami soll wohl sich an seinem Gegenspieler festgehalten haben. Und direkt das nächste Foulspiel diesmal trifft es den Mann mit der Rücke Nummer 7. Ich hab's in die andere Richtung zwar gesehen. Gut, das aber das liegt nicht über einer Entscheidungsgewalt. Genau. Wir beide sind einfach die beiden Trottel, die hier oben ein bisschen quatschen, rumdödeln. Im Prinzip genau das machen, was sie jeder andere in dieser Arena auch tut. Philosophieren, quatschen und beurteilen. Rückpass da auf Engels. Der kann sich technisch auch in so 1 gegen 1 Situationen durchsetzen oder mal das Foulspiel ziehen. Macht er gut. Entlastung. Wird auch immer wieder gesucht. Bietet sich früh an. Dann Engels. Hat er technisch wirklich starken Fuß, starken rechten Fuß vor allem. Einer der technisch stärksten Spieler. Ganz klar. Der Ex-Schengel. Der dann ja in den USA sein Sportstudio meine ich verfolgt hat. Engels probiert es jetzt mal. Bei Rami. Bei Rami. Und jetzt ist es Jan Habel. Und das 1 zu 1. Nach 2 Minuten und 30 Sekunden Jan Habel mit dem Ausgleich gegen die Rot-Weißen. König. Sven König sucht dann nach Anspielstationen und Weidenbach wird da von Havel unterbunden. Ne, es war gar nicht Havel. Ne, aber jetzt. Jetzt ist es Havel. Boah. Wir haben aber auch Bullen da vorne. Aufpassen. Keinen technischen Fehler hinlegen. Wir haben dann einen Stürmer der sowas sofort bestraft. Und bei Rami sieht er jetzt die Zeitstrafe. Zweites Vollspiel von ihm gegenüber Sven König. Und die Rot-Weißen die können es jetzt machen. Je nachdem wie gut sie aufgelegt sind. König. Und dann hält Lukas Weiß seine Vorderleute im Spiel. Nächster Abschluss aber auch der von Dominik Ahlbach zu ungenau. Jetzt geht es weiter für die Andernacher mit einem weiteren Feldspieler. Die müssen nämlich hier gewinnen und haben nur noch eine Minute zu gehen. Das erfordert allerdings, dass hier sich jetzt auch kein individueller Fauxpas einschleicht. Boah. Auch solche Abschlüsse, ne? Ja, ja, ja. Weil Rot-Weiß kann, ist spielerisch schon stark. Das heißt, sie können nochmal die 40 Sekunden hier locker runterspielen. Theoretisch, ja. Klar. Oder noch einen Treffer erzielen. Havel, Befreiungsschlag. Bei Rami probiert es dann nochmal mit dem Mute der Verzweiflung. Havel kann sich auch nicht durchsetzen. Aber Engels macht das nochmal gut. Fängt da den Ball ab, Jan Engels. Allerdings auch nicht schnell genug. Jetzt haben es die Rot-Weißen nochmal drin. König. über das Tor. Rot-Weiß bleibt damit natürlich an der Spitze. Und Andernach schiebt sich zumindest für den Moment auf Platz zwei. Wie lange dieser Moment allerdings uns wehren wird bleibt abzuwarten. Jetzt geht es weiter für uns wieder mit der Gruppe A, mit der Gruppe unserer Tos Koblenz. Es spielt nämlich Kosmos Koblenz gegen die SG Mühlheim Mühlheim Kerlich. Das Ganze stellen wir auch technisch sofort ein. Beide Mannschaften bereit und die Partie läuft. Kosmos Koblenz gegen die SG 2000 Mühlheim Kerlich. Wir schauen uns die Tabelle mal an. Kosmos Koblenz auf Platz 2 könnte mit einem Sieg maximal neun Punkte erreichen. Mühlheim Kerlich mit einem Sieg auf sieben Punkten. Wären eigentlich schon fast auf diesen Sieg angewiesen gegen Kosmos Koblenz. Sonst wird es hier ganz dünn. Mühlheim Kerlich muss gewinnen. Mühlheim Kerlich muss einfach gewinnen. So sieht es aus. Bin nochmal gespannt, ob Kosmos sich jetzt erholt hat. Stimmt. Nach dem letzten Spiel hat sich Jan Inal verletzt hat. Ja, es ist auch nochmal interessant, ob bei den in diesen letzten Spielen, das hat man ja phasenweise bei unserem Spiel gegen Els gesehen, ob sich da vielleicht nochmal so ein Underdog durchsetzen kann und die Karten einfach komplett mischt. Das haben wir hier so selten in dieser aktuellen Runde gesehen. Vollständigkeitshalber auch derzeit Gruppe A. Tuss mit zehn Punkten ganz vorne. Dahinter dann Kosmos Koblenz, Engers, Mühlheim Kerlich, Linz, Els und in der anderen Gruppe Rotweiß, Andernach, Mendig, Kochem, Rübenach und Immendorf. Das ist die Grundsituation. Das heißt, wir schauen es, wir haben es uns eben angeschaut. Kosmos sollte gewinnen. Mühlheim Kerlich muss gewinnen. Jetzt gibt es erstmal das Timeout. Es wäre natürlich ein Ding, wenn Kosmos Koblenz sich durchsetzen könnte gegen Mühlheim Kerlich. Klar, Mühlheim Kerlich wäre dann weg vom Fenster als Gastgeber zwanzigsten Geburtstag. Aber die Kosmoser, die hätten dann gegen Engers einfach eine realistische Chance mit einem Unentschieden sich meine ich für das Halbfinale zu qualifizieren und das wäre wirklich eine Hausnummer. Aber so weit ist es noch nicht. So weit ist es noch nicht. Mühlheim Kerlich muss zwingend beide Spiele gewinnen. Definitiv. Aber Kosmos wollte ich sagen, schafft jetzt den Führungstreffer. Im Übrigen, wir nähern uns ja so langsam noch, ist ja viel zu gehen, aber ab halb sechs in zwei Stunden circa nähern wir uns auch den Halbfinalspielen und dann trifft im ersten Halbfinale der Erste der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B und der Zweite der Gruppe A auf den Ersten der Gruppe B. Kosmos Koblenz jetzt übrigens mit dem 1 zu 0 und das tut den Mühlheim Kerlichern wahrscheinlich ganz dolle weh. Kosmos Koblenz der Underdog jetzt 1 zu 0 in Front. Das könnte tatsächlich auch sowas wie unser möglicher Halbfinalgegner werden und wenn Kosmos Koblenz unser Halbfinalgegner wird, boah, was denn? Liege ich da falsch? Nee, nee, alles gut, sorry. Ich war gerade verwirrt. Ja, sonst, ich sprich weiter. Ja, wenn Kosmos Koblenz unser... Oder liege ich falsch? Ich glaube... Na klar. Natürlich liege ich falsch. Ja, doch, ne? Natürlich liege ich falsch. Ich dachte... Nee, ja. Nicht unser Halbfinalgegner. Ja, ich bin ja schon ganz kirre im Kopf. Wenn wir uns die Tabelle angucken, sehen wir jetzt dass Kosmos Koblenz mit neun Punkten auf Platz 2 ganz vorne liegt. Wir spielen auf jeden Fall gegen Kosmos Koblenz aber nicht im Halbfinale sondern in der nächsten Begegnung. So sieht's nämlich aus. Laut Plan nämlich um 16.18 Uhr in einer guten halben Stunde 40 Minuten dann wird das auch nochmal eine interessante Partie. Kosmos ja sehr, sehr robust wir mit den eher schnelleren Jugendspielern mal gucken, wer sich da dann letztlich durchsetzen kann durchsetzen wird und man muss noch eins sich vor Augen führen bei Kosmos fällt mir halt auf dass mit dem Ausfall von Gian Innal nur noch ein einziger Spieler auf der Bank sitzt. Die haben sechs, sieben Spieler die vor Ort sind ein Torhüter die können nicht sonderlich viel rotieren. Naja, das stimmt. Und demnach Milam Kerlich zum Beispiel kann ja immer viermal vier Feldspieler wechseln. Das ist halt auch eine Frage der Kondition früher oder später. Vor allem wenn du dann im späten Turnierverlauf dann auch gegen die TUS spielst. Boah! Glanztatat. Starke Parade. Glanztat. Kiefer der Milam Kerlich, ja. Also wenn du im späteren Turnierverlauf dann erst gegen die Schengel spielst die halt schon doch sehr temporeich sind mit Waldminghaus und Richter und Co. Kann das schon auch dir das Genick brechen dann. Aber du kannst natürlich auch abbrühen, ne? Du kannst ihn natürlich auch abbrühen. Hier ist jetzt eher ein bisschen Leerlauf in der Partie. Aber nur bis zum gewissen Punkt. So ein bisschen hin und her geschossen. Das wollte ich eigentlich sagen, dass hier eigentlich viele hohe Bälle gerade in letzter Zeit passieren. Schlitzohr. Der Mann mit der Rücke Nummer 16. Ozan Inal und der Ball ist auf einmal am Tor. Mit dem Außenrist macht es da Taifun Kainalp und trifft hier zum 2 zu 0 und ja, so langsam, so langsam ziehen düstere Wolken über die SG 2000 Mülheim-Kerlich auf, die sonst so stark in diesem halben Fußballturnier ist. zum 20-jährigen Vereinsjubiläum gibt es vielleicht das Ausscheiden in der Gruppenphase. Kosmos macht das wieder stark. Das ist auch schnell gespielt. Leider nicht schnell genug in dieser Szene. Jetzt Mülheim-Kerlich mit der Gelegenheit. Ja, Übersteiger 1, 2, 3 und dann fehlen da die letzten 10 Prozent, um den Ball noch irgendwie auf den Mann zu bringen. Etwas zu lasch gespielt. Nächster hoher weiter Ball auf den eigenen Mann. Kosmos jetzt deutlich defensiver. umkehle ich jetzt mit der Chance. Nächster Abschluss, der bereinigt werden kann. Kosmos macht das auch stark in der Halle, also wie sie sich da durchsetzen. Tricksen können sie, tricksen können die Jungs vom FC Kosmos Koblenz. Nächster weiter langer Ball, aber Marcel Bär ist da zur Stelle. Zwei Minuten 40 haben wir noch auf der Uhr. Wenn Kosmos das hier so weiterspielt, dann streicht hier gleich ein Verein die Segel. heißen, noch Wolosch in dem Tor, Richter, Waldminghaus, also Jugend forscht, hat da durchaus Vorrang. Nächster Abschluss. Nicht in der Halle, also die doch dann älteren Spieler verletzen sich dann teilweise schon schneller, deshalb ist das schon ganz richtig. Auf der Tribüne auch Felix Keffer wird sich jetzt gerade also die meisten unserer Schengel sind dann auch hier zum zugucken und zu unterstützen. Ist ja auch ein geiles Turnier, das muss man mal so festhalten. Ja, definitiv sehr, sehr geile Mannschaften dabei. Es macht Spaß, es macht richtig viel Spaß. Wir können uns auch mal die aktuelle Live-Tabelle jetzt anschauen. Würde so aussehen, Kosmos mit neun Punkten, die Engerser müssten tatsächlich gewinnen und Kosmos dann im letzten Spiel gegen die Tos Koblenz. Wir warten mal ab, Engers im Optimalfall mit elf Punkten, selbst die Tos ist noch nicht durch. Wenn Kosmos gewinnt und Engers die letzten zwei Spiele gewinnen sollte, wäre die Tos am Ende des Tages nur noch auf Platz drei. Kommt drauf an, was gehen den Letzten. Wir gehen Kosmos verlieren und Engers die letzten beiden Kosmos Spiel. Dann wären wir auch nur noch auf Platz drei. Also es ist noch nichts gewonnen, aber auch noch nichts verloren. Letzte Minute läuft beim Spiel Kosmos Koblenz gegen SG Mülheim-Kerlich. Mülheim-Kerlich ist dann nach diesem Spiel ausgeschieden. Das ist doch dann aber korrekt. Das ist korrekt. Könnten dann maximal nur noch sieben Punkte erreichen. Bescheidet voraussichtlich in den nächsten 20 Sekunden aus oder nach den nächsten 20 Sekunden aus. Aber erst mal haben sie noch eins haben sie noch einen Teuer Schimm. 10 Sekunden sitzt noch. Time out 10 Sekunden zeigt jetzt auch nochmal der Assistent an. 10 Sekunden hat Mülheim-Kerlich noch. wenn die jetzt hier das Tor machen ich lasse die Uhr bei mir einfach mal durchlaufen dann ist hier Polen offen. 5 Sekunden haben wir noch aktuell Cosmos vorne am Ball 2 1 das Ding müsste durch sein. Mülheim-Kerlich verliert und scheidet frühzeitig aus diesem Turnier aus. Cosmos gewinnt entsprechend mit 2 zu 1 gegen die SG 2000 Mülheim-Kerlich. Weiter geht es mit in der Gruppe B die SG Eintracht Mendig Bell spielt gegen den FV Rübenach Favorit trägt Grün SG Eintracht Mendig Bell Du sprichst es an lieber Daniel und Rübenach entsprechend schwarz Vollkommen korrekt mit einem Sieg könnte Mendig Bell nämlich ein wenig davonziehen werfen wir doch mal einen Blick auf die Tabelle da ist nämlich alles möglich wenn Mendig diese Partie hier gewinnen sollte mit 9 Punkten wäre es ein absoluter Matchball die letzte Partie bestreitet Mendig nämlich gegen Immendorf und ja bei Immendorf lief noch nicht allzu viel zusammen Rübenach hingegen muss jetzt gewinnen um irgendwie wirklich irgendwie noch die Chance auf ein Weiterkommen sich sichern zu können also das sind jetzt keine Ausreden die da irgendwie noch geltend gemacht werden Rübenach muss gewinnen und wenn möglich auch hier und da mal ein paar Tore schießen Rübenach macht das aber auch ganz gut erster Abschluss direkt mal ans Aluminium gedonnert und es gibt den ersten Freistoß für den FVR einige Unbekundungen gerade da auf der Tribüne haben wohl eine Situation anders gesehen ich bin hier technisch vieles am einbinden demnach meine Augen überall und nirgendwo Tobias Ost jetzt mit der Hacke der Mann mit der Rücke Nummer 16 Kustrium Zucker mit seinem nicht mit seinem ersten Saisontor ich meine es ist das zweite aber eines der schönsten Tore dieses Wettbewerbs also ich sage sogar das schönste Tor bis hierhin mit der Hacke das war wirklich Zucker die ist schon sein Nachname Rübenach in der aktuellen Live Tabelle jetzt mit sechs Punkten Punktgleich mit Mendig Bell großer Gewinner wäre die SG 2000 ne SG99 sich Madanulu Muster von Madanulu auf Schlich Florian Schlich der Ball ist nicht im Tor Wahnsinn Wahnsinn richtig tolle Glanz Tat hier vom Keeper der Rübenach von Tobias Ost der hier sein Team auch irgendwie versucht nochmal im Spiel zu halten nächster Angriff nächster wütender Angriff der Mendiger so ein bisschen in den Rückraum gespielt von Muster von Madanulu der Ball wird jetzt angenommen Dropkick Florian Schlich war es da glaube ich genau der Capitano von Mendig über das Tor Tobias Ost treibt den Ball immer weiter voran die Rübe nachher führen das gilt es hier festzuhalten das heißt Mendig müsste rein theoretisch kommen im übrigen die Partie unserer Toskoblins gegen die SVL war so ziemlich auch die torreichste Partie des Turniers bislang 6 zu 2 hat die Tos gegen Els gewonnen Rübenach macht das gut spielt er mit Bande probiert es auch mehr oder weniger jetzt schlägt könnte rüber rüber legen auf Madanolu oder macht es selbst schlägt macht das gut überraschungs momentum Madanolu der hat nen strahl der hat nen strahl aber setzt dann leider ein ums andere mal ein stückchen zu hoch an ich glaube wenn das hier ein futsal ball wäre der hätte das nett schon zerfetzt Fütz ach Ost sag ich schon Fütz war ich gerade wieder beim strahl das ist natürlich der aufs tor schießende keeper des FV Engers der im übrigen im nächsten spiel gefordert ist dann gegen den VFB Linz dann wird sich auch vieles entscheiden jetzt erstmal der spielende Torwart der SG Eintracht Mendig Bell einfach mal drauf gezogen und drin ist er da drin ist er doch 1 zu 1 Ausgleich für die Mendiger das schmeckt natürlich den anderen nachher so gar nicht rüber nach erst recht nicht dafür den Sportlern aus dem Vulkanland aus Mendig umso Ost probiert es da mal gefährlich Tobias Ost muss dann nach hinten eilen und plötzlich steht es 2-1 ne 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 oder doch es steht 2-1 Schiri hat erst so ein bisschen angezeigt dass der Treffer nicht gilt aber ich glaube das hat einfach nur den Rübenach angezeigt dass es kein Foulspiel war das tut natürlich weh Tobias Ost bis dato auch einer meiner Kandidaten gewesen für den Torhüter des Wettbewerbes hat er sich jetzt mit der Aktion so ein bisschen ins Ausgeschossen je nach Ausgang dieses Turniers ich weiß ich weiß auch nicht was er da im Kopf hatte ja also ich glaube das ist so ein schnell hippiger Sport die Halle ist mittlerweile ein bisschen stickig hier sitzen 400-500 Leute wahrscheinlich gut da kann sowas mal passieren also das ist natürlich kein Hals kein Beinbruch aber kann dir hier die Qualifikation an einem Halbfinale an einem möglichen Halbfinale selbstverständlich verspielen Mendig macht das gut macht das schnell richtig stark einer der Kandidaten für Platz zwei ja zack und dann steht sie auch 3 zu 1 für Mendig Bell 3 zu 1 für Mendig und ja Rübenach guckt jetzt ganz ganz alt aus der Wäsche plötzlich hat der Außenseiter nichts mehr zu kamellen nächster Ball in die Spitze Tobias Oster hat diesen allerdings sicher jetzt gilt es sich noch mal zu fangen 3 Minuten 30 auf dem Papier liest sich das nach noch sehr viel Zeit vergleichbar mit mehr oder weniger der 60 Spiel Minute im Fußball aber ich glaube Rübenach ich glaube das war psychologisch auch so ein bisschen so ein Knick nachdem da haben die sich auch ein bisschen nah plötzlich eine andere Körpersprache sich ein bisschen sacken lassen fallen lassen das ist auch passiert weil der Trainer glaube ich wechseln wollte die Jungs waren in dem Moment auch so ein bisschen unachtsam jetzt gibt es noch mal ein Foulspiel gegen Mendig übernach jetzt noch mal rein hat noch mal die Chance zum Treffer am Ende ist einfach zu abgeklärt was für ein Strahl Mann mit der Rückennummer 24 Chapeau Heinrich Dahmes Anschlusstreffer 3 zu 2 Rübenach ist Beck zwei Minuten haben wir noch also da kann auch vieles passieren wie gesagt ein Tor ist kein Tor 2.000 Mal ist eins zu viel wieder probiertes Mendig mit der etwas offensiveren Ausrichtung jetzt brechen sie sich doch nicht hoffentlich selbst das Kreuz ganz ganz gefährlich Glück gehabt SGM noch unfassbar viel Tempo das Björn Gillis da aufgenommen hat und dann reicht auch schon der kleinste Kontakt hier um eine gelbe Karte auszulegen und noch mal direkt gefoult und noch mal das Timeout wieder gegen Björn Gillis nächster Freistoß eine Minute acht noch auf der Uhr Madanolu und Co. stehen bereit und dann ist es am langen Pfosten Milan Ravet der ist da probiert Klasse gemacht von Tobias Ost aber dann der nächste Nächster Abschlag der nächste Patzer und Madanolu mit dem nächsten Abschluss Hach Mendig macht er schon echt gut bei Ackern Ost ohne Ende Scheiße die Sekunden sind noch auf der Uhr Mendig spielt da in der Ecke rum 20 haben wir noch jetzt vielleicht noch mal Kontersituation ne Timeout nochmal bei 16 6 nochmal Freistoß glaube ich für Rübenach aber in der eigenen Hälfte also 16 jetzt haben wir 15 Sekunden noch auf der Uhr Kassiert Mendig hier noch eins wird schwer scheint nicht so 5 4 3 2 1 Mendig setzt sich durch und ist damit auf Platz 2 damit ist aber auch klar dass Rübenach aus diesem Turnier raus ist das ganze binden wir natürlich auch technisch ein und schauen wie es jetzt gleich weiter geht diesmal wieder in der Gruppe A mit dem VfB Linz gegen den FV Engers Tabellarisch bedeutet das wie folgt folgendes Szenario haben uns zu beeilen Spiel läuft bereits weiter das heißt hier passen letztlich die letzten kleineren technischen Korrekturen an und schauen was uns so erwartet generell in diesem letzten Gruppenblock befinden wir uns gerade noch nicht in dieser Partie denn wir befinden uns im Mittagsblock wenn ich mich nicht täusche ne Quatsch das haben wir schon alles durch wo sind wir denn zeitlich Linz gegen Engers auf das dritte Spiel 23 genau so sieht es aus Linz gegen Engers in der Gruppe A 15.54 also alles noch just in time hier die Spiele die noch kommen werden in der laufenden Gruppenphase damit wir auch wissen wo die Teams stehen ja ohne jegliche Chance auf irgendwas aber das war der VfB Linz für die Treffer ach ich sag schon Leute ich bin ja schon ganz mürbe im Kopf Linz mit dem Tor mit dem 1 zu 0 gegen den FV Engers und das sieht natürlich bitter böse bitter für den FV Engers aus denn Kosmos Koblenz hat jetzt die allerbesten Karten hier Platz 2 zu erreichen naja Engers mit dem 1 zu 1 Daniel du machst mich fertig ich bin hier am rumklicken als würde ich hier Linz ist absolut nicht zufrieden und gelbe Karte für den Trainer von VfB Linz hat den Schiedsrichter aber auch gar nicht interessiert hat sich einfach umgedreht eben die gelbe Karte kassiert also wir sehen die Live Tabelle Linz jetzt mit 4 Punkten wäre nach aktuellem Zwischenstand raus müsste aber auch gleichzeitig ja extrem viel Torkorrektur betreiben um irgendwie noch eine realistische Chance aufs Halbfinale zu haben also wirklich was holen können sie da eigentlich nicht mehr Engers hingegen bläde ich dir auch nochmal die Tabelle ein könnte mit einem Sieg auf 8 Punkte rankommen und müsste dann tatsächlich auf uns hoffen oder ne Quatsch müssten sie gar nicht wenn es einen Sieger gibt in der Partie Cosmos Koblenz gegen Tusk Koblenz wäre Engers bei einem eigenen Sieg weiter aber auch bei einem Unentschieden wäre Engers ebenfalls weiter also Engers kann nämlich wenn sie dieses Spiel jetzt gewinnen sollten also schon eine Pflichtaufgabe ja ja klar also Engers muss jetzt beide Partien gewinnen und wenn sie beide Partien gewinnen sind sie mit Sicherheit im Halbfinale wer der andere Halbfinalist dann sein würde würde sich dann zwischen der Partie Cosmos Koblenz und der Tusk Koblenz entscheiden wenn Engers allerdings eines der beiden Spiele verdaddelt dann ist es hier nahezu unmöglich noch ins Halbfinale zu ziehen beziehungsweise dann müsste der FA Engers wirklich auf die Beihilfe der Tusk Koblenz hoffen wir haben schon zwei sehr sehr starke Gruppen hier wo es auch wirklich eng ist Timeout bei 6,49 6,48 Jonas Runkel Jonas Runkel so Hallenturniere sind aber auch immer wieder was Schönes also ich habe früher heutzutage gucke ich auch immer noch sehr sehr gerne im Fernsehen Hallenturniere tatsächlich eines meiner Highlights wenn es ums Winterfernsehen geht Hallenturniere schon als ich ein kleiner Junge war ich kann mich noch an Turniere erinnern da hat die Tusk gegen den FC Köln gespielt gegen Bayer Leverkusen ist bis ins Finale gekommen jetzt hingegen sehen wir die Partie Linz gegen Engers und Linz erhöht zum 2 zu 1 vollkommen entgegen jegliche Erwartungen ein Turnier was ich nur empfehlen kann ist das Juniorenturnier in Stuttgart ich glaube in Sindelfingen da spielen internationale U-Mannschaften von Manchester United bis hin Dortmund Schalke da kann ich aber auch etwas ähnliches empfehlen nämlich der Keramik Cup in Würges da spielen Mannschaften wie Leipzig, Schalke und Co. auch absolute Top-Mannschaften ich glaube auch die Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers spielen eben auch bei diesem Turnier mit das ganze ist ein U17 Turnier und es haben sich auch schon Leute da rausgetan ich glaube ein Leroy Sané hatte da gespielt ich weiß gar nicht ob es ein Manuel Neuer war also sämtliche Größen des deutschen Fußballs wurden dort ja nichtmals entdeckt aber haben sich schon unter Beweis stellen können und da ist das Niveau ganz ganz hohes also Jugendturniere definitiv richtig geil anzugucken ich glaube auch die TUS ist mit dabei Würges ist auch mit dabei als einer der wenigen regionalen Vereine Engers jetzt nochmal und ihr hört es hier an dem Applaus es fiebern tatsächlich viele mit dem VfB Linz mit und ja ja Stiefenhofer und Co. geraten ein wenig aneinander der Gegenspieler des VfB Linz ebenso Stiefenhofer sieht den gelben Karton und dem FV Engers ja 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 vier Minuten sind es noch ja doch kann man schon so sagen laufen halt unnötig diesem Rückstand hinterher ja Hermann haben wir jetzt auch wieder ihren Superkeeper im Tor ach ne war doch nicht Hermann tut mir leid es war Jonas Runkel ja nächster Angriff über Hendrik Hillen über Marcel Stiefenhofer guter Ball da auf Runkel das Spiel geht weiter jetzt fangen sie so ein bisschen an mit dem Schiedsrichter zu hadern ja ja im Mute der Verzweiflung zwar auch weniger also wenig Lammetiererei hier mit dem Schiedsrichter generell ja aber ich glaube so langsam kommt halt die heiße Phase Spiel läuft weiter Engers rustikal robust muss halt Linz anders zu Ende spielen auch einfach boah boah das ist schon ruppig jetzt also Linz Linz gegen Engers ruppiges Spiel wir schauen uns nochmal die Live-Tabelle an verliert Engers jetzt gegen Linz ist die TUS definitiv im Halbfinale und der VfB Linz kämpft hier aber und das ist richtig schön mit anzusehen also alles andere als ein Sieg der Engerser würde automatisch den Halbfinal Einzug der TUS bedeuten mal ist jetzt das Tor für Engers 2 zu 2 die meisten Zuschauer sind tatsächlich auf der Linzer Seite ja und und auf einmal boah das wäre es noch gewesen das wäre hier traumhaft das wäre das Tor des Turniers geworden ja ja schauen nochmal die aktuelle Live-Tabelle an Engers jetzt folglich mit 6 Punkten und einem Torverhältnis von plus 3 dran an Kosmos Koblenz müssten dann entsprechend auf eine Niederlage der Boah Kosmoser setzen gibt jetzt nochmal Gelb gegen Niklas Herrmann ja nimmt er mit war ihm klar Daniel wen hättest du denn lieber im Halbfinale gehen wir mal davon aus dass in Gruppe B Rot-Weiß der Tabellenführer ist hättest du lieber Engers oder Kosmos als Gegner für die Rot-Weißen oder gar sogar uns 3-2 jetzt für den FV Engers erstmal ja genau das muss ich ja jetzt gerade erstmal mitnehmen es ist schwierig also uns tatsächlich eher ungerne weil ich gerne das Finale gegen Rot-Weiß hätte das müssen wir dann auch erstmal erreichen ja natürlich alles was hier um Platz 2 Platz 3 spielt ist unfassbar unfassbar gut im Hallenfußball Wahnsinn ich glaube ich würde lieber Kosmos sehen jetzt müssen wir allerdings auch festhalten gewinnt Engers diese Partie und die nächste Partie sind sie mit Sicherheit im Halbfinale und der Sieger der Partie TUS Koblenz gegen Kosmos Koblenz wäre der andere Halbfinal Teilnehmer es könnte noch extrem spannend werden und die TUS spielt in der übernächsten Partie dann auch gegen Kosmos Koblenz das nächste Spiel wird aus der Gruppe B ja so ein bisschen Leerlauf vielleicht schon sein TUS Immendorf nämlich gegen die Spielvereinigung Kochen ja dann freuen wir uns dass wir jetzt die letzte Minute hier nochmal Engers gegen Linz haben vielleicht schaffen es die Linzer ja nochmal ranzukommen für uns wäre es unfassbar wichtig ja für uns wäre es extrem wichtig und Daniel ich sage es auch schon mal mich hält meine Blase kaum noch auf dem Stuhl ich muss gleich zwei Minuten dich alleine lassen ja da kriegen wir hin und dann auch einmal auf für stille Moderatoren gehen wenige Sekunden hier noch Engers scheint sich hier tatsächlich durchsetzen zu können nochmal Timeout aber Engers im Ballbesitz also ich denke oder der VfB Linz war nochmal ne das wird jetzt entweder das 4 zu 2 ja das wird das 4 zu 2 für den FV Engers also gewinnt der FV Engers das Spiel gegen den VfB Linz mit 4 zu 2 weiter geht es mit der Partie wie du eben schon gesagt hast TUS Immendorf spielt gegen die Spielvereinigung aus Kochen TUS Immendorf so sieht es aus und wir schauen uns nochmal die Tabelle nach diesem vierten vollständigen Spieltag in der Gruppe A an Engers mit dem 4 zu 2 Sieg jetzt ganz weit vorne und es geht auch schon weiter direkt mit dem nächsten Spiel da muss ich ein bisschen auf Zack sein Leute gibt mir kurz eine Sekunde Leute sehen ja das Spiel das reicht ja für das Erste es ist nun mal unfassbar schnell müssen wir gleich nochmal die Tabellensituation anschauen ja das machen wir doch mal kurz gemeinsam also in dem Spiel geht es hier wahrlich um nicht allzu viel nämlich Immendorf auf Platz 6 Kochen auf Platz 4 Kochen hingegen mit dem deutlich besseren Torverhältnis von nur minus einem Tor 3 Punkte haben sie geholt Immendorf noch punktlos ja wenn Kochen gewinnt wären sie mit 6 Punkten im Bereich des theoretischen Fragezeichen es kommt ganz darauf an was die restlichen Begegnungen wären das und vielmehr das heimse ich gleich aus ich komme gleich wieder Daniel übernimmt das ganze so lang schauen wir mal ob die Spielvereinigung Kochen denn noch was machen kann so und Kochen führt auch schon also 1 zu 0 für die Spielvereinigung aus Kochen sie wahren sich damit die theoretische Chance noch auf das Halbfinale Immendorf aber jetzt mit der Konterschance über links und direkt das 1 zu 1 Anschlusstreffer also für die TUS aus Immendorf das wäre dann das Aus für Kochen für Immendorf geht es nur noch um die Ehre nur noch um ein paar Tore und vielleicht ein paar Punkte aber nicht mehr ums weiterkommen jetzt aber wieder Kochen immer doch vielleicht mit der nächsten Konterschance bei wird geblockt müsste den Eckball geben ne gibt den Abschluss für Kochen oder den einen Roller viel mehr Spiel ist auch tatsächlich ein bisschen hektischer weil Kochen einfach muss und Immendorf einfach noch ein bisschen zocken will die haben keinen Bock mehr wollen nicht nur einfach so hier das Turnier verlassen jetzt gibt es den indirekten Freistoß weil der Kochen mal Keeper die Hand außerhalb des Strafrums benutzt hat jetzt einmal das Timeout bei 629 wir sind ein bisschen mehr noch drauf Schiedsrichter erklärt jetzt gerade den Auswechselspielern von Kochen noch was Indirekter Freistoß jetzt für die TUS aus Immendorf immer sehr sehr gefährlich weiß nicht genau irgendjemand kriegt noch ein Leibchen über und zwar so der Keeper der Kochen mal okay bei der Keeper der Kochen mal der Richtige ist jetzt draußen deshalb kriegt der Keeper der spielende Torwart wie wir es ja hier schon kennen jetzt das Leibchen übergestreift jetzt schauen wir was die TUS aus Immendorf aus diesem indirekten Freistoß machen kann und das ist das 2 zu 1 für die TUS aus Immendorf der Keeper trifft jetzt muss Kochen tatsächlich liefern so Daniel was sehen wir hier für ein Spiel eigentlich ein relativ gutes also Immendorf jetzt durch einen indirekten Freistoß zum 2 zu 1 gekommen Kochen muss jetzt aufmachen aber Immendorf war in den letzten zwei Minuten tatsächlich stärker okay gut ich freue mich also offenes Spiel kein allzu schlechtes viel Hektik drinnen und drin viel mehr ja aber das muss auch manchmal sein beide Teams die unten drin stehen wollen möglichst gut sich aus der Affäre ziehen es ist wenn ich mich nicht täusche ne noch nicht das letzte Spiel der beiden Mannschaften es ist erst das vierte aber nach diesem Spiel haben wir auch den vierten Spieltag abgeschlossen und gehen offiziell über in die finale Phase der Gruppenphase in den finalen fünften Spieltag und den beginnen wir oder? wenn ich es richtig weiß den Daniel beginnen wir du weißt es wie immer richtig Cosmos Koblenz gegen TUS Koblenz das nächste Spiel in rund 5 Minuten wird es auch wieder laut hier in der Halle und endlich und dann muss tatsächlich ja je nach Ausgang des Spiels gebibbert werden unentschieden alles super wir sind durch wir sind im Halbfinale bei einer Niederlage bei dem Sieg sowieso bei einer Niederlage müssen wir tatsächlich bibbern wenn dann der FV Engers nämlich auch noch gewinnt dann ist Cosmos Koblenz und der FV Engers plötzlich im Halbfinale und die TUS ist raus das wäre wirklich wirklich bitter weil wir haben starke Spiele das wäre gezeigt das wäre vor allen Dingen es wäre nicht nur bitter es wäre gefühlsmäßig unverdient weil die TUS ja mittlerweile eigentlich jedes Spiel relativ ungefährlich dominiert hat mit Ausnahme vielleicht vom ersten Spiel gegen den FV Engers da hat man dann ein 1 zu 1 geholt muss aber auch noch so ein bisschen reinkommen in das Turnier das war extrem hektisch hektisch das Spiel Nächster Angriff toll gemacht schöne Einzelaktion der Koch immer Co-Produktion um Heidker und Co Emmendorf weiterhin allerdings in Front und es wären tatsächlich die ersten drei Punkte des TUS Immendorf die TUS noch dabei fragt jemand ja die TUS ist natürlich noch dabei wir befinden uns derzeit nach wie vor in der Gruppenphase und finden uns im nächsten Spiel zum letzten Spieltag dieser fünf Spieltage lang Gruppenphase ein sowohl in Gruppe A noch in Gruppe B wird jedes Team mindestens einmal noch spielen unter anderem natürlich auch die TUS die mit einem Sieg oder unentschieden für ein Halbfinale für das Halbfinale qualifiziert wäre und bei einer Niederlage gegenüber Kosmos Koblenz müsste die TUS hoffen dass der FV Engers sein Spiel gegen den SVLs verliert oder zumindest nicht gewinnt Heidker auf Mubarak Abib Haschi Wer übrigens mehr von all diesen lokalen Events sehen möchte und vor allen Dingen auch mehr über die TUS über diese neue TUS DNA erfahren möchte sämtliche Spiele heim wie auswärts übertragen wir natürlich live und auch Highlight Videos wenn euch die Spiele zu lange dauern 90 Minuten werden wir Highlight Videos alles mögliche in der Form hochladen auch so wie wir es bereits im vergangenen halben Jahr getan haben und es werden wieder Interviews kommen genau es werden wieder Interviews kommen sämtliche Freunde des regionalen Fußballs wir können nur wärmstens an euer Herz legen dass ihr doch unseren Kanal abonniert wir würden uns sehr sehr freuen das sind ein paar junge aufstrebende Typen alles Schüler wohlgemerkt viele denken ja auch wir verdienen hiermit was aber wir verdienen hiermit tatsächlich nichts und wir haben es geschafft wir haben tatsächlich die Speicherkarte voll die erste Speicherkarte voll und jetzt steckt die zweite doch noch nicht jetzt haben wir die zweite Speicherkarte drin und es geht praktisch gesehen weiter also wo ich eigentlich hin wollte genau also wir verdienen mit dem Ganzen was wir hier machen natürlich nichts weil viele das haben mich schon mal angesprochen nein natürlich nicht also alles was an Spenden an Trinkgeldern generell reinkommt über Paypal das geht zu 100% in das Fanradio Projekt wir persönlich ziehen uns da gar nichts draus und abonnieren ist vollkommen kostenlos und kann jeder der nur irgendwie möchte jetzt noch das 2-2 für die Spielvereinigung Kochem letzten 30 Sekunden laufen die Trommel wärmt sich schon mal auf denn unsere Schengel stehen in den Startlöchern so ein bisschen dieses Kriegstrommeln habe ich das Gefühl also hat so ein Gefühl von versammelt euch gleich wird der Gegner an Grund und Boden gestampft seht unsere Jungs doch schon da unten stehen heiß, bereit alles zu geben mit spielender Torwart jetzt bei Kochem letzten 5 Sekunden Immendorf letzten 5 letzte eine und Immendorf gewinnt das Spiel in letzter Sekunde mit 3 zu 2 auch wenn bei mir noch die Sekunden laufen Immendorf gewinnt mit 3 zu 2 und jetzt geht es hier sofort weiter wir müssen blitzartig umschalten und das machen wir entsprechend auch jetzt also die Partie Cosmos Koblenz gegen unsere Tusk Koblenz und Immendorf tatsächlich mit den ersten Punkten im laufenden Turnier damit ist aber auch klar der Kochem hat keine Chance mehr sich für das Halbfinale zu qualifizieren jetzt hingegen geht es los mit der alles entscheidenden Partie mit dem letzten Gruppenspiel der Gruppe A für unsere Tusk Koblenz Tusk Koblenz gegen Cosmos Koblenz beginnt jetzt und wir schauen nochmal ganz kurz auf die Gruppe A die Tusk mit 10 Punkten auf 1 als Cosmos mit 9 Punkten auf 2 und der Gewinner ist definitiv schon in Halbfinal und dann die 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 nächsten